So, so, so. Oh, der Rest kommt immer dieses Anfangsvideo, wenn ich es öffnen und weiter warte. So. Hört man mich? Wo ist der Knopf? Wo ist der Knopf? Ciao. Ne, da ist der Knopf. Der Refugee. Oh, die Latenz ist aber jetzt richtig gut, so 5 Sekunden höchstens. Sehr clean, sehr clean. So. 3 Sekunden, 3 Sekunden sind es. Alter, das ist so okay, das ist richtig clean jetzt. Oh, die Galgen Schien. Ich habe auch ganz easy einstellen. Sehr clean. Das ist Robin direkt. So, hallo, Robin, moin. Also Leute, ich habe eine sehr, sehr niedrige Latenz. Also ihr seid jetzt nur so ein paar Sekunden hinter mir, aber. Das ist so viel Wasser auf jeden Fall. Vielleicht oben, sehr gut, sehr gut. Dieses GitHub-Zeug ist echt nice. Ist glaube ich relativ, sehr gut. Das sind schon alle so wild, sind es alle so wild im Chat. So, wie geht es dir heute so? Feuerdrache, mir geht es tatsächlich sehr, sehr gut. Oh, bin ich noch da? Hä? 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 Ich bin jetzt noch da. Digga, ich bin übel aus dem Sticker. Ich bin schon noch da. Mir geht es sehr gut. Ich brauche mich jetzt wieder zu spielen. Äh, ja. So, wir warten kurz, bis ich den Mod streamen kann. Oh, ah hier. Two minutes to go. Das soll es sein, wahrscheinlich, oder? Save. Butterwind 2, ja, soll es sein. Ähm. Ähm. Alter, halt, wir, wir, wir wissen, wissen, weiß nicht. Ich mache mindestens bis, bis, ey, ich könnte so was verkaufen. Bis 11, wie viel Uhr ist das? Mach halb elf, Digga, dann können wir noch ein bisschen nörder. Das sind diese Venerate-Leute. Die kommen ins Spiegel und machen alles kaputt. Habe so. Oh, jetzt war ich das wieder weg. Ähm. Digga, ich habe schon wieder das gleiche Problem gemacht. Ich hatte, äh, ich hatte Lucas im Valorant-Crime, Digga, dann fange ich Twitch an, hole hier Nemo ran, nie mehr Lucas mit mir in Valorant gezockt. Digga, jetzt, wir sind wieder mal nach Jahren im Valorant-Modus. Digga, ich hatte Lucas sogar so, dass er mitspielt. Die haben so laut, ja. Ich zeige ihm wieder Epic Autothouse, Digga, so. Bullshit-Move. So muss es sein, Digga, ich gehe jetzt Epic Autothouse, so. Ich glaube, man ist super, Alter. Ich glaube, ich habe irgendwie in meinem Bein. Müssen wir gucken, dass wir testen. Ah, warte. Oh, ja, warte. Wart, spielt das so? Habe ich gerade das richtig gemacht? Oh, ich weiß nicht, ob es richtig gemacht wird. Ich glaube, es sollte funktionieren jetzt. Ich denke, gibt es irgend so ein Ding, wo ich das hier ausfussiert? Nee, ne? Ende des Fusses jetzt oder einfach nicht. Warte. So, gehen wir rein in die erste Runde. Was spielen wir? Ich fühle mich schön, das. Ähm. Boah, ich muss das hier... Ich mag es nicht, wenn ich so nebenbei das ganze Zeit sehe, wie wenn du wieder Böllschirm so mitbringst. So ist das, ja. Okay. Was spielen wir? Was spielen wir? Mit was starten wir? Nichts schwaches spielen. Okay, okay, okay. Wie läuft's bei mir? Okay, ich bin so verwirrt. Ich bin maximal verwirrt gerade. Okay, ich wollte's. Ziel ist ja... Ähm, ein Ziel ja ist, dass nach jedem Boss dann nur Rez gerollt werden, ne? Ähm, dann dachte ich so, ja, mach ich einfach hier, bla, bla, bla. Da steht ja IF-Runde, IF-Round equals 11 or round equals 22 oder 21. Und dann mache ich einfach so, ja, bla, 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 für Modulo 10 gleich 1, bla, bla, bla. Aber dann geht's nicht. Warum geht's nicht? Ähm, probier so aus. Ähm, und dann mache ich so, ja, okay, mache ich mal ganz weg. Also jetzt geht's nicht mehr an. Und auf einmal geht's. Und dann kommen nur noch seltene. Warum? Warum? Ich verstehe es nicht. Also hier hat er jetzt so... Er macht irgendwie alles doppelt und dreifach. Ich find's so verwirrt. So. Also ich... Also Robert hat mir's ein bisschen Angst, Robert hat gesagt, nichts Schwaches zu spielen. Ich fang mal, glaub ich, jetzt mit einem ganzen Band mit einem Bärenbild rein. Äh, äh, äh. Aber ist ein cooles Mal auf euch halt, ey. Ich glaub mir, es ist gut geil. In jedem Fall ist hier zwei... Oh mein Gott. Schau dran! Du bist sehr leise bei mir. Ich oder Jonas? Ich? Kann das sein? Oh mein Gott, warte, ich... Ich mach mich ein bisschen lauter. So, jetzt soll es wieder gehen. Hoffe ich. Ich glaub, ja, jetzt soll es wieder gehen. Ich glaub, ich war ein bisschen leiser, ne? Okay, okay. So. Ja, besser. Okay, besser. Wenn ich immer noch zu leise bin, das hört's einfach rein. Mach ich ein bisschen lauter noch mal. Okay, wir sind jetzt unbedingt... Oh, Slime bringt das gerade noch nix. Bärenschlag, ja, ja. Wir müssen gucken, der... Bären, Dings zu hinten ist gar nicht so leicht. Oh, wir haben auch ein bisschen verkackt jetzt schon. Egal, das spielst du hast, die Removals. Dann ist es gar kein Problem. Jetzt spielst du, dass wir die Removals, dann machen wir ein bisschen Slime weniger lastiger. Lastiger. Aber die brauchen wir jetzt auf jeden Fall. Ohne noch einen Bären. Geben wir auf Full Risk? Nein, wir spielen auf... Nicht Risk. Wir wollen ja, dass wir das jetzt schaffen. Das heißt, wir setzen drauf. Und jetzt spielen wir auf Bären. Hast du eben bei Rupertjub geschaut? Ich hab ein bisschen geguckt, aber nicht so viel. War noch am Top-Nail machen. Bin gespannt, was die noch so auf mich zukommt. Ich hab echt ein bisschen Angst jetzt. Der, am Ende werde ich gleich überrannt. Nein, niemals, oder? Niemals, nein, nein, nein. Wir spielen ja noch ganz entspannt. Bären, ein bisschen Iron Tower. Das ist ein bisschen Spaß, aber jetzt hätten wir kaum gesagt, Mann. Ich muss auch nicht überrascht sein. Ich werde einfach überrascht sein, dass der gleich einfach direkt dieser Endspielung zu spielen kommt. So, das war's. Das Problem ist jetzt, wenn ich kein Bär hätte, wenn ich kein Bär hätte, dann was ganz schnell hier. Da muss auch gar nichts Besonderes kommen, dann hab ich einfach verloren. Und ich glaube, wir brauchen sogar mindestens zwei Bären noch, sonst wird's richtig schwer. Wir gucken mal, wir gucken mal. So. Egal, kein Bär, ich glaube, es wird eine zweite Runde. Einer von euch muss auch bis zu rund 50 und 60 kommen. Gibt eine Überraschung. Okay, ich bin bald alles, gucken wir mal aus. Heu, hast du eine andere Version, oder bin ich dumm? Ähm, ja, ich habe eine andere Version. Ich habe unsere Version. Die ist, ähm, insane. Okay, jetzt müssen wir den Ruben, ich glaube, wir haben trotzdem verloren. Wir gucken mal. Ja, ich glaube, das sieht nicht gut aus. Ja, wir haben verloren. Oh, ich muss die Ruben, ich muss die mitnehmen. Warte, 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 warte. My bad, my bad. Das ist ja peinlich, jetzt okay, nochmal, nochmal. Wie traurig. Hat keiner gesehen, hat keiner gesehen. So eine Scheiße. Oh, Mann. Nein, verloren. Oh, oh. So ist, Bär oder Albtor direkt, bitte, bitte. Hm, nice. Oh, nice ist gut, das ist sehr, sehr strong. Da haben wir die Runde auch noch, und ein Bär direkt. Okay, die Runde soll easy werden. Easy free, mögen wir. So, jetzt nochmal einen Iron Tower. Oh, äh, nee. Iron Tower, vielleicht noch einen, noch einen, oh. Den, nee, die spielen wir nicht. Wir werden die Iron Tower drauf haben. Und wir müssen die Runde jetzt gewinnen, weil wir eine Krone jetzt schon weniger. Ja. So. Jetzt. Oh, wir wollen, bitte, oh man, nice, 2 Iron Tower clean. Das heißt, die Runde, wenn, ich glaube, die Runde können wir sogar verlieren. Wir haben gerade einen Einkauf von neun, glaube ich. Und, meinte, ich kann mal direkt die Chatnachricht von Rupertiv wieder anpinnen. Und das, wenn auch der Fragen, dass man einfach sagen kann. So. Und jetzt gehen wir uns wieder zurück und spielen wir noch auf Bär und dann sollten wir eigentlich das Spiel gut durchbekommen, bis zu Level, was auch immer. Wir könnten noch ein Dach und spielen. Wir würden mal rüber gucken. Wir können ja, die, die Dach und wir hinter dem Royal Tower spielen. Dann später, nach 120. Noch wie das hier. Rupert, Chief, was machst du hier eigentlich, wusste nicht. Bist du, bist du gerade am Autofahren? Spielt der Playstream dabei und am Schreiben. Oh mein Gott, noch ein Bär. Oder im Bus oder Zug, ja, geht doch. Alter. Ich freue mich so auf Runde 22. Digga, Robben ist richtig böse. Ich habe so Angst. Aber ich mag sowas. Ich liebe es, wenn das richtig, ich liebe es, wenn man so... Oh, Maltros, guten Abend. Maltros ist da. Wir können wieder auf einen Server gehen eigentlich. Auf einen Epic-Tour-Tour-Server. Ich glaube, ich gehe auch direkt drauf. Ja. Oh mein Gott. Digga! Warum war ich gerade so ein Push-to-Talk? Digga, Jonas, warum... Hä, jetzt. Hä, warum bin ich da gemutet im Channel? Was ist das denn? Ich bin einfach im Streaming. Ich bin einfach im Streaming-Ding gemutet. Hallo, Maltros. Junge. Oh. In Sionis muted. Perfekt. Bin am Sachen packen. Okay, okay. Es geht zur Fußzeit. Gut so, gut so. So, wir haben jetzt schon die Runde... Also, das ist jetzt schon eine insane Runde. Ich muss noch ein bisschen... Okay, besser laden. Boah, ich kann jetzt nicht mehr sehen. Wir machen wieder sowas hier. Chess könnten wir spielen, machen wir auch. Und Thief... Die können wir vielleicht removeren. Ne, haben wir auch drauf. Wir haben noch ein, zwei Runden. Oh, gewinnen wir? Ja, okay. Wir haben noch zwei Kronen. Machen wir easy. So. Äh, hallo? Äh, oh my god. Warte, ich muss gucken. Können wir kurz reden? Jonas Walter? Hallo. Okay, warte. Okay, nice. Gut, man hört euch. Ist jetzt nice, weil irgendwie... Ihr hört mal jetzt automatisch. Obwohl wir jetzt Discord gewechselt haben. Ist nice. So, noch ein Bär. Oh, wir sollten vielleicht nicht mehr rollen sogar. Doch, doch, doch. Wir gehen doch wohl Bären. Um die Stats hochzubekommen. Und Chess können wir noch draufhauen. Also das ist jetzt schon so ein Entferner-Setup. Äh, äh. So ein Entferner-Setup. Noch jemand geschrieben, ähm... Warte, man kann slice, macht man das dann... Man spielt Slime, dann sieht man da mal ein Bär rein. Ähm, ah. Und man kommt mal bei Bären. Warte, dann musst du nochmal ein Slime setzen und dann kommt man sich jetzt auf alle so aus. Warte, ich guck mal. Okay, Bär setze ich dann noch hin. Ähm. Ich kann auch theoretisch noch... noch einen spielen. Dann spielen wir halt jetzt auf alle unsere Ruhe weg, falls es zu einer kommt. Okay, dann nicht. Dann machen wir jetzt den hier weg. Bam, bam, bam. Üps. Und vielleicht noch ein... ...hierholen. Ah, nee, hat jetzt nicht so gut funktioniert. Oh, ist er weg? Hat er was gesagt? Server gegangen. Da ist er wieder. So, Bosk, sollt ihr jetzt kommen? Also, ich kann euch nicht hören, auch wenn ihr mich hören könnt. Ich bin grad an... Checken. An was es liegt. Soll ich vielleicht nochmal Server wechseln oder sowas? No, das ist nice. Wir können jetzt schon den ersten Slime-Spiel theoretisch... Aber Slime spiele ich nur hier. Ich spiele dann den hier und dann mache ich das mit dem Removen. Obwohl... Ne, wir machen den hier. Weil ich kann dann sowieso den Slime slimen und dann ist easy. Also, ich verlass kurz und geh da rein. Hallo? Hallo? Vielleicht kann das nicht hören, weil er keiner recht hat. Ne, ne? Ne, ich hab guckt. Okay, 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 okay. So. Oh! New Mob unlocked! Ah, sitzt der... Ähm, ein Drittel, okay. Der macht ein Drittel Schaden von dem Turm. Ah, ne, hä? Thor's... Thor's Attacken des Monsters. Achso, achso. Thor's... Okay, okay, jetzt. Achso! Achso, das ist der Dorn-Typ. Das ist der Dorn-Typ, okay, okay. Ähm... Wir spielen jetzt wieder auf... Lime oder Bär. Oh! Das ist gut. Ähm... 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 Ne. Wir machen... Bam! Ich mach den... Ah, warte, jetzt muss ich überlegen. Das mach ich nicht so gerne. Ich mach den... Dann mach ich jetzt einen Bären weg. Bam! Da geht das... Dann ist der eine Slime-Dinner. Dann kann ich gleich den Slime-Removeen. Wir können die Chester oder so nochmal aufwerten, auf jeden Fall noch. Oh, jetzt könnt ihr ein Drittel-Typen. Das Gute ist bei den Bären, die machen im Moment noch auf jeden Fall viel weniger schade, als wir leben haben. Das ist noch kein Problem, auf jeden Fall. So ein Ei. Ne, ein Ei spielen wir erst danach, nach der... Nach dieser Ebene. Oh, jetzt haben wir noch ein Bär. Oh, Malthus, aber hab ich mir noch wieder... Aber ich glaub, er hat uns nicht. Wir können eigentlich wieder draufhauen, denn... Ah, wir haben gar keinen Ruber mehr. Aber... Ah, kann man mich jetzt hören? Ah ja, also... Also, ich kann nicht hören. Okay. Sehr gut. Perfekt, perfekt. Wir machen wieder hin. Ja, irgendwas... Irgendwas klappt nicht mit dem Mikrofon. Ich weiß nicht, wie ist die Soundqually? Clean. Hört sich gut. Okay. Nämlich... Irgendwas hat mit der Webcam mit der Audio nicht geklappt. Okay, ja, sehr nice. Hallo, hallo. Sehr nice, sehr nice. Ja. Oh Gott. Freut mich. Ja, was ist das? Der sieht aus wie Jonas. Was? Ja, und der klappt auch Gold. Ja, doch, doch, genauso. Genauso, was ich jetzt. Ja, Chester, und wir rau. Der sieht clean aus. Und jetzt machen wir den Slime weg. Bam. Weiter geht's. Der Bandit. Was ist das hier oben? Hey, 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 hey. Wollen wir darüber reden nochmal? Sechs, Gott, ich bin jetzt eigentlich ein Slime-Spiel. Oh, Bär. Ich habe hier reingelackt. Tag einfach rein, Lucky Luke. Bam. Ein Gold. Ein Bär nur. Pro Runde ist nicht so ein guter. Was ist das denn? So, jetzt haben wir ein bisschen mehr Gold, aber wir haben schon wieder nie das Gold irgendwie gehabt. Oh. Oh, und jetzt kommt meine Haas-Gruppe. Die One-Shotten jetzt einfach alles weg. So, da mache ich. Bam. Mach ich wieder in den stärksten weg. Bam. Ich kann doch weiter rollen. Auf, ah, ich soll das vielleicht auf Slime-Hoppen eher. Oh nein. Guckt euch die an, Leute. No, ma. Oh, ich hab so Angst gerade. Was ist das denn? Wahrscheinlich diese Einführungs-Waves. Junge, ich hab so Angst gerade. Alter, was ist das? Wird denn hier in der Aktivität gestartet? Ich. Oh. So, ich wollte gerade nachher. Weiß das nicht. Direkt wieder. Oh, oh mein Gott. Ich, ich kann ja streamen für euch, ich hab's vergessen. Das hier ist. Äh, ja, das, das hab ich versucht hinzubekommen. Oh mein Gott. Alles gut. So. Jetzt vielleicht hab ich's auch gelangt. Oh, what? What? No, nice. Dann wäre hin und dann wollen wir wieder. Obwohl wir können, ähm, die müssen dann die, egal. Dann gehen wir ab jetzt auf die One-Shatter wieder. Die normalen Mops sind jetzt online. Nee, was ist das denn? Die, die Gold-Mops sind, Junge. Aber ich glaube, zwei Gold ist gut, Minus. Das muss man nicht nerven. Man könnte, ich würde sogar noch mehr machen, vielleicht. Weil später mit Drachen... Das sind die, das sind die Golden-Mopser. Sehen designtechnisch aber eigentlich ziemlich cool aus. Also, es sieht ehrlich, es sieht ehrlich, es sieht ehrlich gut aus. Ja. Ich spiele direkt auf Gold auch. Das ist im Moment eigentlich das Wichtigste. Dann können wir den einen tief einmal hochschleppen. Danke. Danke. Oh mein Gott. Ich glaube, man soll nicht. Wir removen gleich den Drake sowieso gleich. Da spielt er nicht mehr. Das ist so viel und sich ist jetzt noch nicht mehr. Okay, ein Wundschotter. Wir haben Wundschotter. Oh nee. Oh nee. Also, die Goldstechnik sind nervig. Weil auch, auch wenn man die Runden auf jeden Fall schafft, ziehen die einmal trotzdem einfach das Gold weg, dass man einfach schwieriger, schlechter stacken, dingsen kann. Okay. Generell, das Ganze, das ganze Snowballen wird halt verlangsamt. Genau, 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 genau. Und das Snowball ist ja so, das OP, wenn man so OP ist, eigentlich mit den Mobs, aber dadurch, dass du nur die Wave gewinnst, aber Gold verlierst, wirst du trotzdem geslowt, obwohl du OP bist. Ja. Und du wirst da kontinuierlich eigentlich schlechter, beziehungsweise die Mobs werden stärker. Genau, genau, genau. Das ist ja das Ding. So, jetzt überlege ich. Ich muss auf jeden Fall noch ein Bär um. Willst du jetzt nicht den Thief Level 2 machen? Ja, ich meine, ich mache gleich weg für Drachen. Ah, okay. Und setze hier lieber ein Ei hin, weil der Slot ist sonst komplett useless. Ich glaube, ich mache jetzt auch ein Bär Level 2. Oder nee, kann ich eigentlich gleich noch machen. Jetzt sind es, oh, okay. Jetzt haben wir halt unsere Chester hochgelevelt, anstatt irgendwas zu machen. Ist auch okay. Den Boss sollten wir eigentlich haben, oder? Oh, ganz wichtig. So, jetzt können wir uns dieser Gold-Mob sagt gar nichts mehr. So, Slime hauen wir rein und sind wir glücklich. Sehr, sehr cool. Oh, das wird's jump. Robin hat Paul geschrieben, ich freue mich auf Runde 22. Ah, weiß ich nicht. Oh, was hat der eingebaut? Ja, weiß ich nicht. Oh, nein. Oh, 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 oh. Bestimmt kommt dann so ein Dreim, also ein großes Viech oder so. Oh, cooler Sub-Alert hat jemand gesubbt. Oh mein Gott, als ich es nicht gehört habe. Oh, mein Bad, Leute. Ich sollte das eigentlich hören. Ich dachte, ich hätte es eingeschalten, dass ich das höre. Oh mein Gott, ich sehe es hier gerade. Äh. Ich glaube, das ist ein bisschen zu laut. Oh mein Gott, ich weiß gar nicht, wie ich es einschalten soll. Kann ich ihn nochmal vorlesen? Oh mein Gott. Wie hast du es gemacht? Über Stream-Elements? Genau, genau, ja. Theoretisch. Und eigentlich habe ich es auch bei OBS, dass ich dann auch den Sound höre. Aber vielen Dank, Fredo, für den Sub. Sehr gut. Vielen Dank. So, war auch als Scherz gemeint. Ja, ja, als Scherz. Habe ich mir gedacht. Permanently removes one-fifth of max HP from the towers before it hits. Okay. Die hatten wir das letzte Mal. Und die waren die, die uns ein bisschen Probleme gemacht haben. Ja, am Ende. Also die haben wir uns so... Okay, okay, nice. Jetzt haben wir... Jetzt haben wir auch fast wieder mit den Eiern. Ne, das war, haben wir ja das letzte Mal so... War ja so... Oh mein Gott. Wird er reroll? Ich... Ähm, ja. Jetzt mal jetzt was... Bären bringt mir das halt nicht so viel. Aber doch, ein Bären spiel wie hinten auch. Das habe ich jetzt auch gemacht. Und da können wir... Dann stacken wir einmal auf den die ganze Zeit drauf. Und dann, ähm, den läppeln wir auch hoch. Ah, hier muss noch eine Prinzess hin. Und dann haben wir Spaß. Ich glaube, die Zerstoff machen wir auch hoch. Wohl, 0-4 ist eigentlich gut. Also noch... Oh mein Gott, die Prinzess so... Alter, strong. Das war ehrlich, strong. Geht jetzt ein Slime? Och, jetzt ist es doch schön. Ähm, oder nutzen wir die Runde lieber für Eier? Ne, wir nutzen die nächste für Eier, glaube ich. Äh, ja. Ne, 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 wollen wir nicht üben. Doch, wir wollen jetzt den jetzt machen, die Eier. Nächste Runde. Aber wirklich eins können wir noch rollen. Und da wird dann das nächste was erwarten. Okay, bam. Und das gleiche Problem mit der Leute. Ich weiß nicht. Es klappt immer, wenn ich es ausprobier... Oh mein Gott. Es klappt immer, wenn ich es ausprobier, aber dann, wenn ich streamen, dann geht es ja nicht mehr. DIGA! Ich habe so Alpträume von dir bekommen, ne? Ähm, Luba. Ich habe so Alpträume von dir bekommen. Die ist letztendlich so, als würden drei von den OP-sten Milch, die es gibt und die ist einfach zerschallert. Einfach nacheinander, also dieses... Was? Drei oder fünf Mal aushalten? Oder was war das? Und dann einfach... Das war so schlimm. Die haben ein Drittel getan gemacht, aber ein Drittel war nicht das so. Schau dir jetzt wie vom Bett. Äh. Was ist das hier passiert? Ah, der bleibt unten. Hä? Das ist nicht permanent weg? Klauten... Das kann nicht sein, das ist überhaupt jetzt Leben klaut. Ich habe es nicht gesehen, aber ich... Das ist nicht gelesen. Ich glaube, es war nicht permanent. War das permanent? Oh, what? Ah, und deswegen auch ab Runde 22. Alter, was ist das? Okay, 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 okay. Jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt müssen wir kurz aufpassen. Okay, das heißt, es ist gut, wenn wir Bären wegmachen und wieder neu... Also, so muss los. Alter, das ist ehrlich nervig. Die Frage, was war das? War das prozentual? Tschüss, Ripper Chief. Genau, ein Fünftel verliert er pro Hit. Okay, okay. Wann Pils ist nochmal hoch? Okay, wir müssen jetzt gucken, dass wir... Ah, okay, ja. Ripper Chief geht. Gute Nachtschicht. Gute Nachtschicht. Peter Polk. Gute Nacht. Nein, Gute Nacht nicht ganz. Die Arbeit wartet. Ich mach einen Bären weg. Ah, ne, ich mach das Slime weg. Das ist schon viel genug. Jetzt ist es nur dumm, ne? Weil das ist auch übel. Man braucht das eigentlich beim... Bei diesem Bären übel. Vielleicht mach den weg. Jetzt... Ah, jetzt bin ich hier noch ein bisschen stärker. Und der auch ein bisschen besser gesaved ist. Jetzt machen wir auf jeden Fall das Ei drauf. Und jetzt ist mehr Gold. Äh, ja. Oder gibt's da gleich noch eine Runde, wo wir dann full auf Dragons gehen. Boah, ich bin permanenten Hits. Das wird jetzt hart. Alter, weil wenn... Och, die wären so schlecht. Okay, oh mein Gott, ich hab aussehen. Ich hab... Langsam checke ich das Video zurückscrollen. Und... Buffs? Was ist das? Ah, da, Mops? Den kenne ich noch gar nicht. Äh, ja, nice. Da steht ganz... Oh mein Gott. Die sollten kaum kommen. Aber was für ein Buff? Keine Ahnung. Ja, was für ein Buff? Äh, das werden wir mal gleich sehen. So, ich glaub, die... Diese Runde nächste, ich glaub, ich ziehe mal kurz einfach noch Drachen hoch. Ähm, wir brauchen auf jeden Fall dann gleich noch den Tief weg. Die machen wir auch noch hoch, weil die einen Bären wollte. Ich versuche so... Was machen die? Vielleicht... Vielleicht sind die Solo nicht so strong. Die checks nicht. Die sind vielleicht nicht so strong, wenn die alle... Gleichen kommen oder so was? Werden wir gleich wohl sehen. Also das sah gerade eben ziemlich weak aus. Ja, das sah gerade übel weak aus. So, jetzt verkaufe ich... Ein... Und zwar... Eigentlich egal, ich verkaufe den hier. Und jetzt kann ich die Eier draufhauen. Bam, bam. Jetzt mach ich den Defekt, weil das so useless ist. Bam und bam. Und jetzt haben wir noch das als Brutstelle. Oh nein, Prinzessin Level 3, let's go. Stark. Die geben HP den Mobs. Ich glaube, die muss ich buffen. Oh, nee, nicht der schon wieder. Oh, die kann auch... Och, Mann. Der hat gerade so schöne Leben. Ja, ein Fünftel ist auch mies. Was ist das? Was ist das? Game's more and more HP over time? Über time? Okay, jetzt gibt es zwei Zeilen. Time über ganz normal oder auf dem Spielfeld. Nee, übers ganze Game, glaube ich. Okay, okay, okay. Alter, dann skaliert der auch. Junge, Junge. Nee, warte, warte. Oder halt je länger er sozusagen hittet, dass er immer mehr bekommt. Also, ich dachte vielleicht, je länger über das ganze Game. Also, der wird... Okay. Also, aber machen das nicht alle Mops? Wenn nicht alle Mops über das ganze Game stärker? Über das ganze Game schreibt Robin gerade. Ah, nee, wenn die nicht. Also, der sollte jetzt... Okay, okay. Jetzt sollte er noch schlecht sein, oder? Oder ist der jetzt schon... Nee, da sollte es schlecht sein. So, macht mir noch einen Bären drauf. Oh, ich mag keinen Remover mehr. Oh, man. Äh. Jo. Jo. Okay, dann. Ah, wir können auch gleich wieder Remover. Da können wir... Okay, das geht es gut. Oh, da war gerade einer. 8,5? Sind die schlecht? What? Was? What? Was? Hä? Was? Ihr habt nicht gehört. Die erste Reaktion so... 8,5? Was ist das für ein Ding? Was? Was war das? Alter. Was hast du gesagt? 8,5? 2,11? 2,000? Wurde du das bewundert? Alter, also mit jedem anderen Bild werden dir so ultra unfair. Nee, 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 er hat gesagt, ich skaliere anhand von den Stats, also wenn du nicht ganz so gut bist. Achso, achso. Das ist um so ein bisschen zu relativieren. Junge. Das ist sehr nice. Das ist sehr nice. Alter, wie nice. Das ist ehrlich strong. So, jetzt machen wir... Können wir noch einen Mugen auf jeden Fall? Dann machen wir... Okay, dann noch Mugen wir da machen wieder Eier. Jetzt machen wir den hier weg. Bam, bam. Jetzt werden wir die Eier alle draufhauen. So, jetzt machen wir den Drachen hier drauf. Ja, ich bin noch nicht so viele Drachen spielen, aber es ist okay, wir wollen nicht so viel Gold eigentlich auch. Okay, dann ist noch ein Ei. Bam, bam. Oh, Slime ist gut. Haben wir auch drauf. Bam. Und die Sonne. Oh, das ist doch eine schöne Runde. Da sind wir von Bern mit 40. Junge, what? Oh, 80.000. Das ist doch ein Witz, oder? Ja, das kann nicht sein. Alter, da ist ein Leben weg. Ich habe selbst ein bisschen Angst vor dem. Ja, das geht nicht. Was? Alter. Hä, was macht man gegen die? Ich glaube, ich habe aus Versehen von den ganzen Dieben insgesamt. Das Geld und nicht immer nur von einem. Weil so, weil er war jetzt so stark wie alle meine Filme zusammen. Glaube ich. Aber das macht ihn ja viel stärker, weil die einsteht, aber wie ich bei dem ersten Mal gesagt habe, dass ich auch erst mal so, oh, kacke. Weil ich bei dem ersten Mal so gesagt habe, oh, ist der schlecht. Junge, Junge, Junge. Ja, was fühlts? Das war dann, äh, wir können es dann nochmal probieren, bis, äh. Ja, der hat 8 für 8 und 5. Letzt, Digga, beim nächsten Ding einfach 18.000 oder 80.000 Leben. In der Runde 24 einfach. Schillig. Ja, ja, mach kurz Hotpick zu schwimmen, bitte. Bis dann, bis dann. Ich gucke, bis dann die Stands auch nicht raus. So, warte, warte, warte. Ist das nicht bis? Wait, wait, Digga. Wir hätten es komplett genast. Also, ich glaube, wenn sie langsam skalieren, also wirklich über die Runden hinweg, immer ein bisschen mehr und immer stärker werden, ich glaube, dann kriegst du es hin, das irgendwie auszubalancieren, aber das war ja heftig. Naja, ja, ja. Ich muss sagen, ich liebe es echt, wenn es trotz Bären knapp geht. Die war gerade nur einen Ticken zu stark. Naja, schon, wir waren schon stark, aber schon. Oh, Slime. Digga, wir spielen jetzt Insta-Slime und wir fielen jetzt einfach den Slime. Das ist ja das lustig. Oh, wenn wir jetzt noch Hydros bekommen, wäre nice. So, auch, Runde verloren. Gar kein Ding. Ach, der wieder angekommen ist. Das ist so lustig. Das ist nicht gepasst. Ich habe es nicht passen können. So, was bieten wir dann den Slime? 4-4 ist eigentlich schon ganz gut. Einfach rein. Komm. Der Prozenter einwert, der Frickler wegen Scaling, wie viel Prozent wären gut. Du musst mal ausprobieren, oder? Was ist, wenn du den machst, dass er... Hm. Dass man vielleicht auch, dass er jede Runde den Damage verdoppelt oder sowas? Oder, also, dass er am Anfang ein bisschen schneller geht, oder weiß ich nicht, irgendwie so. Weil, der soll schon das Strong werden. Und der soll immer verdoppelt? Ich habe mir gehört, wenn man es am Anfang verdoppelt, dann ist es ja am Anfang langsam, aber irgendwann knallt es dann und dann ist es ja vorbei. Also, dann ist es aber... Dieser Mob ist ja dann Run-Beender. Das willst du ja auch nicht. Naja, ist es aber nicht, weil wir... Der Bär ist ja genauso. Der ist ja auch immer verdoppelt. Theoretisch. Ein... Ein... Ein Zehntel von den Stats des Mobs, den er killt oder trifft... Äh... Trifft. Geh mal auf Dice, Tor und Clover. Das habe ich letztes Mal geschrieben, warte. Ich. Ich glaube, das wäre... Ich habe auch Triften. Ja, ein Zehntel von dem, den er trifft, auf jeden Fall. Und dann die Stats... Weil er sonst kommt ja durch den Bär nicht durch, ja. Das könntest du machen. Dass er Pro trifft, aber... Die... Die Zeilen speichern sich dann. Also, nächste Runde ein Zehntel von dem, den er trifft von letzter Runde. Und dann diese Runde nochmal. Und dann immer so weiter. Dass er jede Runde ein Zehntel dazu bekommt von dem. Ich glaube, das wäre nice. Das wäre ehrlich nice. Dann macht er so ein Zehntel. Ja, das wäre krass. Über 10% von dem, den er trifft. Aber jede Runde addiert sich das bei ihm. Das wäre cool. Das wäre so ein Zehntel. Mal gucken. Daniel hat geschrieben, dass die Dice-Tower und Clover-Tower... Die haben das das letzte Mal gespielt. Und da kommt einfach nur raus am Ende. Aber das ist zu krass. Nee, oder? Das ist nicht zu krass. Wenn es sich da hochaddiert. Nee, nee. Ich glaube, das geht klar. Weil die Bären sind so strong, musst du dir überlegen. Der muss schon gut Damage machen. Und wenn da immer nur ein Zehntel, dann wird der doch niemals so strong als die Bären, oder? Ist ja doch die Frage, bekommt der ein Zehntel Angriff dazu oder auch Leben? Ich würde einfach sagen, achso, ich würde sagen, beides einfach von den Stats. Ich glaube nicht, dass es zu krass ist. Hallo. Ja, beides. Hallo. Hallo. Ja, ja. Props gehen auch zu den Robin auf jeden Fall im Chat. Robin und Jonas haben da ein bisschen getüftelt. Robin. Nur Robin. Nur Robin hat da ein bisschen getüftelt. Ähm. Wir spielen jetzt noch ein bisschen... Warte. Oh, hallo Neo. Unser... Hallo. Chat-Polli da. Ähm... Muts können wir mal spielen, das... Den ja auch Jonas, der hat gute Ideen. Der hat gute Ideen, das heißt, der ist schlecht. Spreemst du das gerade? Ja, ja. Achso. Voll genau. Perfekt, perfekt. Spreemst du das gerade? Äh... Äh... Okay, dann spielen wir jetzt, bis der kommt, äh, bis der Hauptwix kommt, den Nomaden, den Ritter, Froschbild. Äh, der, der Bild ist so nice, Mann. Damit kommt man nicht so weit, aber ist so nice. Also können die Rollen nicht bearbeiten. Ganz kurze Frage. Ja. Ähm... Wie geht denn das, dass man... Also die haben jetzt einen Mod und so weiter gebastelt. Ja. Kann man sich den installieren, oder? Äh, nee. Also gab es doch nicht. Also wir haben den Entwickler gefragt, ob es okay ist, irgendwie den Hochladen, weil für den ist ja auch, weißt du, wenn wir das Spiel so verändern ein bisschen doof. Und er hat gesagt, wir können den Moment spielen, aber wir sollen den noch nicht veröffentlichen. Achso, ja. Aber der hat geschrieben, der kann sich noch umentscheiden, also vielleicht können wir den bald hochladen. Kann ich tatsächlich schon ziemlich mega, wenn man das, äh... Ja, ja. Den mal ziehen könnte. Oder war es schwer, den zu entwickeln? Was, was? War es schwer, den zu entwickeln? Äh, ich weiß nicht. Kann man Robin mal fragen. Müsst du Robin mal fragen? Am besten soll er auch mal in den Chat kommen. Äh, in hier rein. Ich glaub schon, dass es relativ schwer ist, muss ich sagen. Aber man muss die ganzen Lines finden und die ganze Zeit ist bestimmt alles nervig. Ja, äh, keine Ahnung. Wenn es nicht so viel Aufwand wäre, würde ich einfach mal sagen, ja, auf dieser Zwischenstand, aber... Also, wenn er entwickelt, dass es das Go gibt, können wir es gleich auf jeden Fall machen. Würde mich freuen. Ganz ehrlich, ich hätte ja auch kein Problem mit, wenn er einfach sagt, ja, komm hier, ersetzen neue Exos oder so. Du kannst einfach ein bisschen mehr spielen, als du nach der zweiten Runde abgebogen hast. Ja, äh, äh, äh. Jetzt wenigstens vier Runden, ja, so vier Bosse. Ja. Wenn man halt so ein bisschen langsam in Fahrt kommt, weil ab der zweiten Runde kommst du ja so langsam in Fahrt und dann bricht's ab. Ja, äh. Ich mir immer denke, warum? Ja, äh. Ja, aber ist ja auch das Coole daran, dass es eine Demo ist, dass man richtig Bock auf das Spiel bekommt und wenn dann eben die Full-Version rauskommt und du denkst dann so, was, neue Mobs, neue Bosse, neue Level, dann ist die Wahrscheinlichkeit halt höher, dass man auch sagt, okay, das hol ich mir. Ja, ich würd's mir so oder so holen, oder? Das ist halt so, dann hat's jetzt... Ja, äh, äh. Aber das weiß man ja am Anfang nicht. Am Anfang denkt man sich, ja, ich hab ein cooles Spiel kreiert, ich find's cool, aber finden's die Leute auch cool und ich glaub so ein bisschen die Zuschauer, aber auch die... Ich sag mal so. Ist schon nice. Wie der Hype jetzt eigentlich bei Maxim und so weiter ist, ja, und bei den anderen, wo es uns streamen kann, kann's eigentlich davon ausgehen, dass das geil lernen muss. Würde ich auch sagen, ja. Aber, ganz kurze Frage, warum spielst du neben der Schisse, äh, kennst du? Äh, ja, ich probier auch nur bis was aus. Wir spielen die Runde so wahrscheinlich sowieso nicht so lang. Dann bin ich jetzt nicht auf einmal in das Verkrampfen. Oh, Mann, Wohl, ich bin dumm. Wir können ja trotzdem, warte, 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 warte. Wir können ja trotzdem normalen Run machen und dann, äh, währenddessen den Ändern. Ähm, ich brech den Run ab, der ist sowieso schlecht. Warte, dann spielen wir... Äh, kannst du das lesen? Ja, dann spielst du trotzdem gleich den Bären Run. Kannst du das lesen? Ja, ich kann, äh, die Sprache. Warte, warte, dann mach ich gleich trotzdem den Bären Run. Ich kann's nicht lesen. Oh, mein Gott. Ah, ich hab's gespielt mit Dings. Oh, ich hab's doch nicht. Oh, nein, ist das auch. Oh, nee, ist das nicht. Oh, Gott. Ist das auch nicht. Komm schon, zwei Rubles. Nein. Nein. Ja, ich muss sagen, das ist mit diesen zwei, äh, Rubles, also den Rubles und dann auch Bär und so weiter zu gehen, find ich eigentlich persönlich misslangweilig. Miss was? Find ich persönlich misslangweilig. Ja, ist tierisch langweilig. Das Ding ist, äh, Robert hat im Moment alle, auch hat im Moment alle so stark gemacht. Und dann muss man, äh, auch starke Wilds am Anfang spielen. Hast du gerade zugeguckt? Ja. Der, der eine Mob, der hat uns gerade einfach gewohnschottet. Obwohl wir Bären hatten. Ja, obwohl wir voll Bären gestackt haben. Ja. Ja, das ist aber, ich muss sagen, dieser One-Shot-Dings finde ich auch ein bisschen lächerlich hart. Nein, nein. So muss das sein. Und das Ding ist auch der, nee, nee, das war der, der exponentiell höher, stärker wird. Der wurde aber exponentiell, ähm, der hat sich, weiß nicht, der hat immer genauso viele wie alle, also der hat alles letztes von meiner, Mobs, glaube ich, aber auf einer, der Tour dann. Ja, ich glaube, er hatte ein Fünftel, also beziehungsweise 50% in der Erhöhung. Und dann war halt am Anfang nur so mit, keine Ahnung, was war das, 2,5 oder sowas. Lächste Runde hat er 4.000 und dann hat er einfach 50.000 oder so. Er hat 80.000 Leben und 18.000 Damage. Ich hab mal einen Bug. Problem an den Bären ist, dass sie zu viel Leben haben, aber vergleichsweise nicht wenig Attack. Ja, muss ich sagen, bei soem Bild ist es eigentlich egal, weil die sind apropos powered. Die macht eigentlich am meisten das Dice-Build Spaß. Ja, Dice-Build auch nice, ja. Den haben wir bei Skrids zum Beispiel gespielt. Wenn du am Ende noch, also, wenn du mit der Mod spielst und du am Ende mit Drake einfach unterwegs sein kannst, ja, das ist eigentlich 10 von 10. Ja, ich hab dann auch früher gespielt, immer, dass ich, oh mein Gott, nice. Okay, spielen. Dass wir, dass man, ich hab voll Drachen gedinks und am Ende hatte ich so 300 Gold und haben alle plus 6 plus 6 Brawl bekommen. Das war so nice. Echt? Ja, ich hab das angekommen, dass du, wie hast du, bei so einem richtigen guten Break-Build, dann bist du aber auch noch nicht so groß. Da muss man ein bisschen Lack haben am Anfang, dann musst du auch die auch ankommen gehen und dann, äh, und dann muss man am Ende, am Anfang auf zwei Eierhaufen. Und dann musst du die ganze Zeit restarten, bis du es bekommst. Ja, ja, gut ist schon wieder restart. Ja, ja. Ich find, wir probieren ja grad eben auch die, die Limits aus, also wir spielen ja Builds, die übel krass skalieren, also sei es Beeren, sei es Milch, ähm, ich glaub, wenn man einen normalen One macht und jetzt nicht auf diese, ähm, ja, diese skalierbaren Builds geht, sondern auf ein Standardbild und den einfach ausspielt, dann müsste man sie wahrscheinlich wieder nerven. Ja, äh, äh. Also die, die Mops. Ich glaub, das ist doch generell gut, dass wir, dass es so OP ist, weil der Entwickler kann jetzt bestimmt vielleicht ein bisschen gegensteuern, falls der Forst die zu nerven oder die Mops zu stärken, ist halt die Frage dann. Ja. Aber ich glaub, man muss sie auf jeden Fall nerven. Also, ich weiß nicht, Build, also, die letzten, die sind ja so krank, da kann man gar nichts mehr machen. Ja, es sind aber auch so, dieses, also, es ist halt das Blöde, wenn halt, die Forst dann halt quasi, sag ich mal, immer eine Richtung. Ja, äh. Also, wir haben ja, ein paar Builds sind ganz cool, mir macht's halt beispielsweise Dice Build eigentlich mit am meisten Spaß. Ja, ja, ja. Aber egal, wenn du halt einfach die ganze Zeit reronen kannst und die ganze Zeit mega viel Kohle hast, das finde ich beispielsweise ganz cool. Ja. Aber andere Sachen sind halt, ja, ja, ich finde beispielsweise das mit den Bären so, also, was du ja gerade drauf spielst, einfach mal hinterlegt, ey. Das ist eigentlich so, das sind die beiden Sachen wie nach ersten in der, in, in Sinn kommen. Warte, ich muss grad gucken. Sag mal, was heißt denn eigentlich, the starting tower will appear in the tower store on the second rather than, äh, the first one? Also, ich hab ein Problem, bei mir öffnet sich das grad nicht, warte. Äh, ich würd sagen, dass halt der Chess Tower nicht in der ersten Runde kommt, sondern erst in der zweiten. Und was krieg ich da für einen Bonus? Ähm, dass in der dritten Runde dann ein Rara kommt, oder? Also, die Chess einfach, also davor vielleicht schon Stacks machen, also andere Sachen machen. Ich glaub, du hast halt dann die Sicherheit eben, in der dritten Runde dann gleich einen, äh, Raren Tower zu haben. Und vielleicht ist das irgendwie, dass so ein, wie ein kleiner Nerf dann in der zweiten Runde kann sein. Aber ich find's, ich find's auch nicht so krass. Ah, warum ich glaub, damit geh's grad nicht. Ah, du hast doch Arbeit. Ein bisschen kurz gucken, warte. Vielleicht geht's weiter. Jungen, aber die neuen Loops sind ja so geil aus, alter Junge, ich lieb sowas. Ja, so geil, auch mit dem Explo, so lustig, hat er grad 8, 5, warte. Nächste Runde einfach 2500, nee, nicht mal in der nächsten Runde, direkt in der Runde einfach. Digga, so nice. So muss es sein. So nice. Oh, Jonas? Ja? Geh mal auf Discord, in die Gruppe. Ah ja, okay, warte. Ich krieg keinen einzigen Katzen, ey. Du musst Milch trinken, ey. Ich traue einer schon, zwei, ich krieg keine Katze. Ja, du musst unbedingt mehr, immer mehr Milch trinken. Milch trinken hilft dir. Also, du musst persönlich Milch trinken, damit Katzen erscheinen. Das ist, also, das ist Key. Vielleicht hast du das auch gemacht, so Eblopäen. Ja. Ja, da ist eigentlich mal die Katze, ey. Und, Alter, ich hätte mir fast jetzt so rewardet, als wäre. Ach, Gott. Den Kaffee, ey. Na, wenn du Milch spielst, dann brauchst du auf jeden Fall einen Kaffee. Ja. Ich hätte mal hier gerne noch einkirchen, ein zweites Schast, aber ich krieg den nicht. Also, gleich geht's weiter. Der Mod geht, weiß nicht, bis Level... Ich glaube, ab 100 kommt so ein richtig Kranke, der einen immer lockt. Oh, ich weiß nicht genau. So, Triple Cat. Ich muss nicht in den Cluster, aber was ist denn da drin? Okay. Okay. Oh, gut. Aber nehmen wir noch gerne mit. Was denn? Es ist so lustig, wie du spielst, einfach. Hey! Hey! Könnte ich dann Stream nutzen? Also... Nein, ich... Alles gut. Könnte ihr mir ne Bilddatei schicken? Ah, geht ja. Okay, let's go. Dann machen wir mal ne Runde Kaffee. Und ja, die Arme gehen leider nicht. Ja, ich... Das war jetzt doch... Ach so. Ja, gut. Geht schon. Tschüss, Mann, tschüss, Mann, tschüss. So. Gut. Warte mal, du kriegst. Ich werde ja mal bitte ne Tour kriegen. Ne, das ist gerne Tour. Komm, boah. Ich gehe noch ein bisschen ne Tour. Warte, du spielst bitte Ingame-Musik? Alter. Bist du lang? Echt? Crazy. Die hab ich immer gebutet. Stimmt, die hast du an? Ja, die hat sie an. Alter, dieser schöne Bach. Dieser schöne... Weißt du... Ey, ich spiele das, ne? Die hat sich im Anfang tatsächlich auch an. Ich stream das mal. Man sieht nix, by the way. Wunderschön, ne? Ne. Warte, jetzt geht dir gleich was, oder? Können wir das sehen? Ne. Oh Gott. Wo geht das nicht? Ne, noch nicht. Warte, ich glaube, ich muss das Fenster auf einmal nachmachen. Jetzt. Ja, einfach durchlüften. Ist wichtig. Hau das Fenster auf. Oh, warte, ich muss... Hat es so ungefähr. So, jetzt gucken wir uns ein Gameplay an von Firework. Firestorm. Ups, oder? Noch ein bisschen Katze. Nice. Lädt grad noch ja gar kein dicker Ding. Ne, doch, funktioniert noch. Ne, muss ich dank für deinen Call. Tschüss. Oh, doch, hast du easy. Ja. So, warte, ne. Ne. Ja. Da kannst du noch ein bisschen rüber gehen. Ja, natürlich. Hier, komm. Müssen wir... Ist hier kurz jetzt. Ja, eine Kuh machen. Bisschen rauszoomen. Warte, ich muss kurz... Ah, ihr seht es gar nicht. Die sehen es gar nicht. Ja, ist ein bisschen abgeschnitten. Egal, egal. Wie geht es wieder zurück? Wie geht es wieder zurück auf Epic Order draus? Warte, ich mach kurz... Das ist halt noch zwei Sekunden hoch, glaube ich. So. Kriege ich jetzt bitte eine Kiste. Ja, das wäre schön. Ich kriege eine Katze. Katze ist auch nicht. Zehn Sekunden noch. Sehr gut. Zehn Sekunden. Zehn. Neun. Neun. Ocht. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Hier. Drei. Und zwei. Ein. Eins. Drei. Drei. Warte. Ein. Ein. Jetzt drei. Drei. Zwei. Drei. Zwei. Drei. Zwei. Eins. Neun. Ja. Ja. 0,9. Ja, ganz genau. 0,9. 0,8. 0,8. 0,7. Ich kann es mir nicht mehr leisten. Ich kann es mir nicht mehr sehen. Das ist ein bisschen mehr. Das ist ein bisschen mehr. Nein. Neun. Und. Das ist kompliziert. Let's go. Sehr gut. Sehr gut. Warte. Jetzt muss ich wieder das Ding ändern. Warte. Bam. Epic Outdoors. Warte. Es ist. Ja. Easy. So. Wir gehen rein. In der Runde. Wir spielen den. Leid. Ich erinnere kurz die Sprache. weil ich kann es nicht lesen. Tatsächlich. Das ist Japanin. So. Jetzt gehen wir rein. Und jetzt spielen wir. Mit dem neuen. Mit dem neuen schweren Mob. Ähm. Ja. Oh mein Gott. Das Beste. Wir haben das dricks Beste. Bam. Bam. Und bam. Das ist die perfekte Aufstellung. Wie der Anfang. Ist das clean. Sehr gut. Ich habe wieder auf Discord teilen. Wenn du magst. Stimmt. Ich habe vergessen. Ich kann es immer sagen. Ich habe vergessen. Bam. Bam. So. Ich habe jetzt. Iron Tower oder Bär. Also wir haben wieder zum Einspieler. Auf jeden Fall eine Bärenbrunde. Spielen wir die neuen Mobys durch, so lange es geht. Und dann. Dann können wir. Anderen. Waves spielen. Und ein bisschen ausprobieren. Aber am Anfang am besten mit Bär. Weil alle Sachen ausprobieren. Weil sonst kommt man da nicht durch wahrscheinlich. Bisschen Limits testen. Genau. Oh. Alter. Du kannst es dir beide leisten. Alter. Das ist insane. Das ist übelkrank. Holy shit. Ja. Die Waves. Die Waves werden wir jetzt auch haben. Das könnte ja jetzt vielleicht sogar der Rekord werden. Vor dem. Ähm. Boss. Aber danach kann ich. Alter. Die Junge. Zwei Bären. Zwei Remover. Zwei Bären. Äh. Dann musst du doch erstmal die ganzen. Äh. 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 Ist das wieder schwierig? Ne, ne. Wir haben es doch. Zwei Kronen für. Drei Allentore. Das muss halt so. Einfach belieben. Ja. Die Runde haben wir auch noch. Gar kein Ding. Ab Runde 5 ist ein bisschen schwieriger. Aber ist so cool. Zwei Bären. Also ab jetzt haben wir den Boss eigentlich schon durchgespielt, wenn wir die einen Tau haben. Und kriegst noch einen. Ja man. Komm. Einer noch. Schade. Ach. Okay. Warte. Runde 5 ist jetzt die Doppelrunde. Die soll ich jetzt auch schlecht verlieren. Aber gar kein Problem. Ja. Aber das ist eine Krone. Das sollte man auch eigentlich gehen. Stimmt Nemo. Guter Call. Kommt gerne in den Discord Leute. Kommt gerne in den Discord. Liebe Zuschauer. Die sagen. Kommt gerne in den Discord. Kommt gerne in unseren Chat. Wir machen wir besprechen sehr seriöse Themen. Ganz sicher. Kommst du erstmal in den Discord. Ist so Nemo. Oh, let's go. Okay, jetzt haben wir. Jetzt chillen wir. Jetzt chillen wir. Jetzt Chess und Bären. Aber wir haben die ersten zwei eigentlichen Chess war Chess. Bären. Sollten wir im Long Run sowieso kommen. Wie wieder das bei meinen Achtenpolis. Das ist wirklich kleine Spannungen zwischen dem und Robin Grad. Ja gar nicht. Kommt du erstmal in Chat. Feuertrache ist da. Feuertrache 22. Oh Mann. Feuertrache 22. Guten Morgen. Der hat vorhin schon geschrieben. Jetzt ist er auf das Discord. Jetzt ist er auf das Discord. Achso. Ah, okay. Nice. Achso, achso. Ja, Feuertrache ist ja auch unser treuer Zuschauer. Ja. Ich muss jetzt aber tatsächlich daran etwas bearbeiten. Ja, ja. Da gibt es ja auch die. Dann erst kommt Robin rein. Da kommt erst, wenn der Server ihm gut gefällt. Also erst wenn wir einen Channel nach Robin benennen. Naja. Ne große Trauertrache. Ja. Dann nimmt er sich vielleicht langsam unseres niedrigen Niveaus an. Alter, noch ein Bär. Alter, und ab jetzt wird es halt nice. Jetzt gibt es Stehtdeko und im Zuschauerstand gibt es auch wieder Stehtdeko. Ja, der Bildschirm ist nicht mehr schwarz. Das ist lustig. Genau ab der Zeit, wo wir verloren haben, glaube ich. Aber da hatten wir einfach einen Job von 15 Zuschauern. Ja, ist ja auch klar. Geil. Das will ich auch machen. Ach nee, Digga. Immer wenn man nicht rollen kann, ist das Leben ein bisschen doof. Oh, ich glaube, wir könnten noch einen Bär gebrauchen. Oh, zweite Wolf schon. Gib ihm noch zwei Kronen. Alter, ich liebe es, wenn man mehr als einen Kronen hat. Weil dann muss man nicht ganz so strugglen. Weil falls man es nicht schafft, kann man dann die Runde kalibrieren. Wenn es noch was zu kalibrieren kommt. Ab jetzt würden wir verlieren. Aber es wissen wir jetzt halt. Oh, noch ein Bär. Ich sehe es doch schon. Ich sehe es auch. Ich sehe es doch schon. Und wie viel Glück ich jetzt habe. Ich glaube, wir spielen doch. Einen Bären spielen wir noch für den Slime, der gleich kauft. Wäre es nice. Wenn wir jetzt einen Bär hätten. Ja, perfekt. Das sieht nicht so gut aus. Rolls über die Zeit teurer machen. Oh, das ist eine gute Idee. Oh. Oh. Alter, das wäre krass. Oh. Jetzt schon die Golden Duck ist GG's. Und was noch ganz wichtig ist. Irgendwann muss man die Stringum benennen von der Golden Duck. Also von der Golden Goose zu der Golden Duck. Stimmt, ja. Golden Duck. Die goldene Badehente. Ich benutze mich ja Backseat. Ich bin so ein Dick schon. Sorry, da ist ein bisschen weiter. Ah, ich kenne ein Bildchen ein bisschen dumping. Und dann ist er dran, obwohl ich wegsiete. Oh, jetzt kommt wieder der hier. Okay, der macht. Das ist der Dorn-Typ. Der ist echt. Also designmäßig auch nice. Hallo. Ich würde es irgendwie so lustig sagen. Mit dem Finger in die Kamera. Ja. Digga. Alter, zwei Bären. Was geht ab? So, jetzt doch ein... Hier, Robin. Die Strings. Ich verstehe die Strings nicht. Es ergibt gar keinen Sinn. Das ist... Ich... Man findet den Datentypen nicht. Es ist... Man weiß nicht, wie er das gemacht hat. Das ist dunkle Magie. Ich kann mir das sonst nicht erklären. Also, das ist eigentlich nichts Legales, was man da machen kann, was er da gemacht hat. Und deshalb jedes Mal, wenn man eine Datei öffnet, wo dann so eine String benutzt, die er halt irgendwo anders abgespeichert hat und man die Datei verändert, auch wenn man nicht die Strings verändert, stürzt es ab. Hat er gar keinen Bock mehr. Deshalb kann man die Strings nicht verändern. Außer so direkt dann. Es ist so schlimm. Oh, ist das toll. Ich habe jetzt so viel Spaß. Die Hits sind aber auch nice mit Beonsline. Ja, es ist alles toll. Alles toll. So, remove was wieder. Und jetzt jede Runde haben wir drauf. Wir haben so viel Gold auch. Oh, nein! Nein! Nein, der klappt Geld. Jetzt hat... Wir müssen jetzt minus 10 Gold bekommen gleich. Weil jeder von denen gibt zwei. Das ist jetzt... Oh mein Gott. Also minus zwei, meine ich. Jeder von denen gibt uns einfach zwei Gold. Hallo? Hallo! Alter, let's go! Hallo, was ist das? Unser Chat-Vorleser. Wir hätten es nicht für möglich gehalten. Fällt mir wirklich nicht. Bum. Würde ich noch einen Bären holen, theoretisch. Eigentlich unnötig. Egal. Das Ding ist, im Spiel habe ich auch eine übelste Rollsucht entwickelt. Habe ich gemerkt. Eigentlich lohnt es sich manchmal gar nicht zu rollen, aber man will. Ja. Man will einfach... Oh. Alter. Ich wollte mich trotzdem mal wie ein Golden Duck crazy. Los, schreib mal. Du musst die Emojis vorlesen. Nein, die kann ich nicht vorlesen. Du musst auch einfach so anfangen zu lachen. Oh, nice. Beep-Up. Was war das? Einfach Donald Duck macht mit? Beep-Up. XD hast du vergessen? Smiley, Della. Oh mein Gott. Könnt ihr dir wirklich die Golden Duck zu Donald Duck einfach machen? Das ist ja lustig. Das ist ja so lustig. Die One-Shotter-Leute. Ja, Donald Duck hat er gesagt. Ich muss ganz ehrlich sagen, der Bär ist ein bisschen zu schiefen. Nein, nein. Der Bär ist... Ich würde sagen, der Bär muss noch ein bisschen gebraucht werden. Ich bin noch ein bisschen zu schiefen. Gebraucht werden. Das ist noch ein bisschen zu schiefen. Also für mein Fall ist er nur ein Ticken stärker. Ich bin dafür, dass auch der Schaden hochgeht, nicht nur das Leben. Ja, ja, ja. Ich finde auch, der Bär, ich würde sagen... Oh, vielleicht war das da. Der Bär sollte schon mit 100, 100... Oh, oh. Oh mein Gott. Kommt da der Dritte? Alter, nein, nein, nein. Oh, ich glaube, wieder Angst. Der ist zu schwach. Kappa. Schreibt Robin. Ah, wo ist eigentlich Kappa, unser treuer Zoschow? Unser 65-Jähriger wird sein Sohn Sören. Sören. Wir haben 5-jährigen Sohn Sören, der auch einen Sohn hat. Und Sören hat keine Arme. Und Sören hat keine Arme. Alter, das war so crazy. Und wo ist Beste? Wo ist Beste? Ja! Ich bin nervös. Ich glaube, sie waren ein wenig nervös. Ich glaube, sie waren vielleicht. Ich wollte schlafen gehen. Ich bin traurig. Oh, Mann. Ich habe Bauchweh. Ich habe Bauch auf. Oh, Mann. Ich habe dich lieb, Lukas. Ich habe dich lieb, Lukasian. Aber ich liebe Leon. Nein, aber sie liebt Leon. Sie liebt Leon, ja. Aber Leon ist ihr Kind. Nee, Leon ist ihr Baby. So, das war's. X-T. Du kannst doch den Namen vorlesen. Das könnte doch so ein X-T. Robin. Das ist ein Robin. Das wäre doch so ein X-T. Oh, ich war gerade so getemptet in den Chats zu schreiben. Wer das liest, ist doof. Oh, ich bin zwei weg. Irgendwann, der hat mir den Bigger zurück wie Gold abgezogen, der Junge. Robin, Robin. Robin. Von Robin. Wenn Robin hinter Robin Robin. Oh, ich bin ein X-T. Digga, jetzt geht es los mit Zungenbrechern. Nein, nein, nein. Das ist Mikrofon nicht Chris genug. Chris. Chris. Nein, Chris. Chris ist ein Idiot. Ach, Mann. Wir sparen jetzt auch ein bisschen. Oh, wir können eigentlich einen Berg kurz hoch machen. Ich mache kurz einen Berg hoch. Wir sparen und jetzt zieht ihr Leben. Oh, der permanent lebt. Der Geld ab. Aber der Golden Duck ist halt crazy, um wie viel Gold wir bekommen. Okay, nice. Robin, zwei Chests noch vor dem Level. Wir machen noch kurz. Es wäre gut, wenn wir den noch mit dem Bären Level hoch bekommen. Zwei Bären jetzt in dem Roll. Jetzt. 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 Okay, jetzt lohnt sich es schon nicht mehr. Wer das liest, ist schlau. Alter. Wer hat das gesagt? Heuerdrache22. So, bam. Jetzt essen wir Brot und Ding. Müssten die unbedingt hier wegessen. Der ist ja so nervig. Wer das liest, kann lesen, schreibt Robin. Aber wir müssen es nicht lesen, weil wir kriegen es vorgelesen. Boah. Ist das richtig? So, ihr seht ein bisschen Einkommen. Und, wer hat es gedacht? Divide Tower. Bam. So, und jetzt geht es richtig ab mit dem Gold. Guck dich das an. Ah, das ist jetzt erst ein Stück gedummt. Das war ja gar nicht der Mauer davor. Ich müsste jetzt unbedingt. Warte, ein Bären spielen wie hier. Okay, ich glaube, die Runde spielt vielleicht ohne. Ich glaube, Eier brauchen wir unbedingt noch nicht. Wenn wir voll auf, ähm, Bären und Slaugenes haben. Was? Warum Prinzess mit Bären? Der Bär, den wollen wir hochhauen. Dass er alle Stats immer bekommt von allen Slaves. Und die wollen sowieso den Reuter hochhauen. Dann beobachten wir den, da bekommst du immer. Also der bekommt alle Stats von allen. Abgleich. Und dann können wir den wieder verkaufen. Wer das vorgelesen bekommt, ist doof. Ja, ich meine. Sagt Patrick P. Wenn du was überlegst, ne. Du hast ja die Prinzessin. Ja, schreibt Robin. Wie der wird ja den Bären. Aber der Bär ist im Endeffekt nur, dass er zweimal was wegmachen kann. Und der das dann halt bekommt. Ich wollte es aber nur fünf. Dann kann er fünfmal so ein Style. Joda, Klugheit zu haben. Dann lesen, dies tust. Und mal. Die Leute denken auch, du hast jetzt ein Sprachfehler. Ja. Hast das du vergessen vorzulesen. Ja, hab ich auch gedacht. Ich hab's nicht gesehen, weil ich hab da so ein Mordfes. Ah, da ist ein Herz drüber, stimmt. Muss ich gleich mal drücken. Oh. Oh, jetzt kommen richtig viele Emotes rein. Nice. Let's go. Ah, warte. Bam. Bam. Jetzt kommen die Stats und die Stats. Bam, bam. Let's go. Plus zehn Kalin verloren. Robin will mich einfach leiden. Das ist ein Mordi. Guck dir das jetzt an. Guck dir den jetzt an. Okay, das war irgendwie gar nichts. Das ging sogar. Ja, ich würde sagen, oh. Die haben wir noch gar nicht gesehen. Vielleicht kommen jetzt die Bars. Genau, die haben wir noch gar nicht gesehen. Ja. Ich glaub, wenn die hitten, bekommen die anderen danach oder so das Leben. Wir müssen gleich mal gucken. So, Prinzess, hauen wir drauf. Oh, wir wollten nur so schöne Schleiß-Slimes. Auch nice. Da freut man sich. So, was spielen wir jetzt? Okay, nice. Bam. Und dann wird's quer die... Äh. Oh, was machen wir jetzt? Oh, ich muss das können überlegen. Ja, spiel ich hier hin. Bam, bam. Du wirst jetzt... Oh, ich hab das gekackt. Wir hätten hier zwei machen müssen, dass der... Ich glaube, die buffen sich so nur noch nicht. Ah, doch. Was ist denn? Oh Gott, da hab ich noch. Gibt mehr Leben jetzt. Gibt mehr jetzt immer mehr Leben. Und wenn es auf andere Leben geht, werden die Leben vielleicht dann immer verdoppelt. Oh, du musst jetzt aufpassen. Die haben wir das zweitmal nicht verdoppelt. Doch, die wurden wirklich verdoppelt. Beide mal. Also, 65 auf 130. Ah, das kam ja auch nur zwei Waves. Also nur einmal verdoppelt. Du wirst jetzt unbedingt... Ähm. Ich glaube, ich mach den Slime mal weg. Ich hab keine Lust mehr auf den. Erst Bär, ja. Wann die, wir wollen hier Bär hin. Ja, wir wollen hier Bär hin. Wir müssen unbedingt gleich hier einen Slime hin machen. Dann hier einen Slime und dann den DSen. alle nach dem anderen, weil ich hab gar keine Lust mehr. Der eine Slime nervt nämlich so sehr, aber kann so, kann so viel, wie weniger, viel mehr Bären hinsetzen. Oh, der One-Shot. Oh, nee. Okay. Ein Bild nur. One-Shot-Time. Oh, jetzt die. Ah, ist die wahrscheinlich die letzte. Geld. Oh, das ist unangenehm. Oh. Ja, ja. Ja, komm. Wie kriegst du dich das? Äh, elf. Oh, okay. Und jetzt können wir wieder die Teile. Ja. Jetzt, jetzt schauen wir mal, wie es skaliert, Robert. Ja, jetzt wird sie da unangenehm. Aber auch nicht angenehm. Dass ein Zehntel jetzt besser ist. Oder hat er eins? Okay, warte, ich spiele jetzt. Oh, Bitten Slime. Wenn das kein Slime kommt, dann verkaufe ich den, dann habe ich genutzt, wir auf den. Oh. Ja, man. Nice. Sehr schön. Ähm, wir könnten auch. Äh, nee, ist ein bisschen unnötig. Wir machen mal weiter. Die Sätze, der ist minimal. Ja, ich habe ein bisschen versagt. Ist doch alles ein bisschen länger. Oh, what? Okay, das geht im Moment. Okay, ja, sind schon mal stärker, ja? Ja, die letzte Runde war es ja. Ah, ja, das ist doch ein Zehntel, oder? Wie viel war das gerade? 300 und ein Zehntel davon, glaube ich, war das. Und 1200 oder so. Äh, Robben, hast du jetzt auch reingemacht, dass sie sich addieren, oder ist es noch nicht denn jetzt? Ah ja, das war ein Zehntel, ja. Okay, okay, okay. Das waren 10 Prozent davon. Ja, genau, du wirst es gucken, ob es sich addiert. Alter, zwei Slime. Ich mache das so. So, endlich mal weg mit den ganzen Slimes. Aber ein bisschen, oh, ich habe verkackt. Ich hätte einen verkackt, ich hätte viel schlauer machen können. Egal, egal. So, jetzt gucken wir, ob wir den... Okay, jetzt hat der... Ja, nee, immer noch 1200, immer noch. Okay, immer noch 1200. Okay, das heißt, ja, das ist ja, das ist doch nicht. Wir schauen mal auf die nächste Runde dann. So, jetzt machen wir das besser. Klassschütze ist alles mit Bären voll. Prinzessin brauchen wir euch nicht mehr. Wir wollen unbedingt noch Stairway to Heaven für unseren Royal Tower. Doch, schon, Bär. Bär. Alles andere ist zu krass, glaube ich, ich weiß nicht. Könnte sein. Aber ich glaube nicht tatsächlich. Weil wenn es ein Zehntel probt, ist es ein Zehntel. Weil theoretisch verdoppeln wir mit dem Bären zum Beispiel unser Strat. Für alle anderen wäre es vielleicht so krass, ne? Das kann sein. Ja, das kann vielleicht sein. Hier ist gerade kein Bär. Ich bin gerade so traurig. Könnte sein! Was denn? Schauen wir weiter. Wir machen jetzt hier alles mit Bären voll. Wir kaufen den hier. Da macht wie viel wieder einen hin. Fressen die alle? Dann... Digga, das ist richtig smart, glaube ich. Oh, das war gerade der Rundverstecker. Oh, nicht die Permanenten leben. Die Permanenten, die Permanenten war nicht. Ach, die kommen sogar mal an. Am Ende ist es auch so drauf und dann geht sie wieder weg. Okay, da ist der. Oh, was ist das denn? Nein, ist da ein Bär. Ja, okay. Okay, zwei Bären ist gut. Gerechtigkeit. Noch einen machen wir. Nächste Runde dann. Gut, jetzt geh ich durch. Wir müssen gucken, wir sind gerade gar nicht so strong. Wir haben gerade nur eins. Die einen starken vorne und... Den kann man nicht als starken ziehen. Der ist zu schnapp wohl. Ah, doch, der ist doch stark. Das war der One-Shot-Dings, der gerade angekommen ist. Ah, wenn ich ihn gleich verkaufe, dann kann ich auch die Dachen damit machen, die Eier. Also, bam. Ah, ich kann eigentlich hier auch noch einen hinmachen. Locker. Und dann frisst er den, dann kommt auch die doppelten Stats. Ah, nee, ich mach den ja weg. Das heißt, den verkaufe ich jetzt. Und dann mach ich die... Dann mach ich die Eier drauf. Oh, ist so schön. Oh, dann war ich Idiot. Oh, Mann, das ist zu weh. Ah, jedes Mal. Nice. Ja. Ei drauf. Sache hin. Jetzt noch ein Bär, vielleicht für den Slut, wäre nice. Ja, komm, wir sollen uns kaufen. Aus Versehen. Na, Abend. Achso. Nimm uns, liest du noch vor, oder? Hier ist mal das Ding. Ähm, ich bin grad nicht im Chat. Also, ich kann auch gerne Pause nimmeln. Ja. Also, ja, sag ich? Ja. Okay. Dominik N. schreibt, Na, Abend. Grüße aus Köln. Guten Morgen. Grüße aus Kaiserslautern. Hä, hä, hä. Oh, warte. Warte, Bär. Bam. Ich muss auch, wenn wir direkt auf die Princess, dass der Bär direkt alles stinkst. Auf was bringt es sonst was? Na, auf die Chests. Ne, ist alles langweilig. Machen wir auf die Princess hier. Bam. So, jetzt machen wir Bären hin. Das war mit dem westlichen Gold. Wir können eigentlich wieder den runen und gleich stacken wir mal jetzt wieder einen von denen hier weg. Ähm, den hier. Bam. Bis das Kind drauf. Ah, wir müssen gucken. Ich bitte ihn vielleicht, dass wir jetzt L2 bekommen. Das ist ja insane. Dann kommt auch noch gleich die Sätze von dem hier. Das wäre nice. Oh. Oh. Ich lasse euch aus wieder. Kann ja nicht sein. Spielern, Slime. Okay, da ist ein Bär. Da wird zwei sehr, sehr schön. Jetzt geht es jetzt von dem auch noch drauf. Bam, 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 sehr schön. Hier könnt ihr machen, dass alle Monster, alle 5 bis 10 Runden um 10 bis 20% stärker werden. Ähm, ja. Ich glaube, Robin hat schon recht. Ich glaube, es wird dann auch so schwach. Also, ich bin Bär wert. Oh, das ist jetzt wieder der Gift, wie bei mir aus dem Weg. Es gibt jetzt die neuen Gift, äh, nicht die Gift. Das ist der Vampire-Typ, ne? Oh, warte, ich kann gleich mehr Dings. Ah, ich muss jetzt. Ah, ich muss jetzt wieder alle nacheinander fressen. Mit Slimes. Und gehen wir an. Da ist er. Bam. Stark. Ähm. Ja. Lassen wir essen. Das ist richtig. Das war, glaube ich, mit den Stats. Lass uns immer den wegmachen. Da bekommt alle Stats von allen Slimes und sowas. Und dann geht es jetzt wieder auf die. Die waren aber auch noch nicht so viel. Ich würde gleich gehen. Ah, jetzt kommen wieder nur die. Okay, gegen unseren Bärenbild. Das ist ein bisschen schwierig, ne? So, ich mache wieder Remover. Weil das hier ist schon, ich glaube, das ist rechts oder so aus. Jetzt wieder... Wir könnten hier noch ein... Ah, wir haben eigentlich genug Gold. Wir machen das wieder ein Slime. Das ist ehrlich nice. Ich mache das jetzt wirklich... Ich glaube, auf den Slime kann ich schon hauten jetzt. Naja, ich würde mich mal verabschieden. Jo, schönen Abend noch. Tschüss. Dir schönen Abend. Ciao. Komm schon. Bitte in Slime. Ich habe so gegambelt. Ja! Weil es geht... Gehen wir beides jetzt auf den hier. Und das ist halt so angenehm. Sehr nice. Oh Gott. Das ist mir der Buffer. Okay, der ist... Der ist... Warum ist das so ganz so schwach? Ich glaube, der bleibt jetzt so schwach, oder? Der eine. Der... Prozentual hochgehende... Äh, nicht der... Ich denke, damit packst du es bis Runde 60, was mich happy macht. Wer das für die Überraschung siehst. Okay, Leute. Dann grönt jetzt mal bis Runde 16. Jetzt ist es richtig so okay. Oh ja. Ich habe ein bisschen Angst, muss ich sagen. Also nachdem gerade der eine Mod von 8 Leben... Auf 2.500 Leben auf 80.000 Leben... Habe ich leichte Bänken. Aber das war auch zu krass. Ja. Nee, das war alles... Äh, mache ich hier hin. Bam. Ich glaube, jetzt habe ich es... Jetzt ist es clean. Jetzt mal bam, bam. Der bekommt zwei Stats. Runde geht los. Bam. Die Katze. Die haben wir schon früher gesehen. One Shutter. Der macht nicht ein Fünftel, oder? Der nimmt schon viel weg, gell? Ja, hast du es gesehen? Ich habe es gar nicht so gesehen wahrgenommen. Also es sah aus, als wären das so um die 100.000 gewesen, die er weggenommen hat. Oh, 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 alter. Ah, jetzt dürfen wir keinen Fehler machen. Wir dürfen jetzt nicht hier was spielen, dass wir die gleich connecten können. Dann sparen wir immer das Gold in den Runden, dann machen wir es danach hier runter, dass wir... Weil ab jetzt können wir halt Slimes immer also hier machen, dann geht es auf den, dann geht es auf den, dann geht es auf den, dann kommt der Bär richtig viele Stats die ganze Zeit. Das ist richtig clean. Oh, zwei One Shutter da jetzt schon. Es wäre echt noch cool, wenn man die Mob-Anzahl erhöht. Weil ich glaube, das ist auch cool so als Spieler, wenn das einfach mehr kommt. So, und ab jetzt full Slimes. So. Wir könnten auch den Trischweckmann oder noch einen Drachen machen, aber wie schön ist das was wir. Oh. Oh. Alter, strong gleich zwei. Ah. Ja, Mann. Jetzt müsst ihr kommen, ob ihr die noch einen vier bekommen, weil sonst bekommt ihr den Argen Ice. Weil jetzt bekommt ihr ja ein... Und dann callt das einfach. Ich hab's im Blut langsam. Also, er kommt jetzt eins, zwei, drei, vier... Jetzt vier Stats drauf. Er soll jetzt vier Stats bekommen. Eins, zwei... Ja, okay, sieht man nicht. Aber doch, und... Ja. Es braucht einfach dann... Es braucht einfach Zeit. Oh, nice. Oh, jetzt haben wir weniger Einheiten. Oh, oh. Okay, nice. Das kann man zum Glück nicht nur One-Shot hast. Ah, nee. So, das ist nicht. Oh, okay. Die sind schon... Oh, mittlerweile... Ja. Die gehen extra weg. Mittlerweile 30.000. Ist gut, ist gut, ist gut. Wahrscheinlich wegen dem hier. Der ist 2,7 Millionen auch schon. 2,4 meine ich. Kann ich lesen. So, jetzt noch hier ein Slime. Und dann kann ich aber jetzt hier die Bärs. Nice. Slime. Wie du das einfach bekommst. Ja, es ist auch... Ihr müsst euch vorstellen, ihr denkt so, ja, das ist jetzt so Glück und sowas. Aber Robin hat gemacht, dass es immer das kann, was ich sage. Zum Beispiel jetzt ein Bär. Und jetzt ein Bär. Jetzt ein Bär. Okay. Ja, das ist... Ja, das ist... Voice to Game. Also nicht Voice to... Nicht Text to Speaks. Richtig, richtig, richtig. Oh, Mann. Das hat einmal... Okay, nice. Das hat einmal kurz funktioniert. Ich bin glücklich. Oh, nice. Einfach ein paar Bären droppen. Oh, das ist jetzt so schön. Kommt der wieder 2,2 mal ins Deck. Und jetzt brauche ich der Bären hinterquirt. Den stärksten, den wir verkaufen auf alle. Digga, ist richtig strong, glaube ich. Oh, zwei Wands hat er wieder. Oh, jetzt sind wir nicht der schon wieder. Aber das war ein Geduld Leben, oder? Warte. Ah, nee, das war gar nicht der Permanente, ne? Ich verwechsel das gerade die ganze Zeit, glaube ich. Oh, zwei Bären. Ist das toll. Okay, jetzt noch ein Bär und dann verkaufen. Nice. Alter, gerade läuft es komplett. Es läuft. Es läuft halt wirklich richtig gut. Es läuft richtig, richtig gut. Jetzt noch ein Bär, dass ihr das auch noch direkt mitbekommen am Anfang. Nice. Clean. Warte, was hier... Ah, nee, hab ich schon. Bam. Und bam. Ist das nice. Also, die ist jetzt auf allen Bären, das ist crazy. 15 Möbel haben jetzt alle, oder? Ja. Das ist nice. Sollte, die machen jetzt die... Achso. Okay, das war... Ach nee, das war wieder der Dauntieb. So, und jetzt wieder die Slimes. Alter, das ist ehrlich saug clean. Oh, schade. Oh, schade. Oh, schade. Oh, schade. Alter, da geht's. Nächste Runde. So, jetzt kommt der Vampir-Typ hier. Jetzt kommt die Technik, die sind so weak, die Sekunden. Destruction? Von... Oh, ups. Ja, okay, dann ist es wahrscheinlich ein Schilder. Gar kein Ding. Ah, okay. Nee, ja. Ja, nee. Gar kein Ding, Robin. Ein Slime bedankst du mir dann. Ja. Ja. Ja, warum ist es wieder... Wie doch ein Bär. Alter, die Bären haben so Bock, aber kein Slime. Mann. Die sollten mal... Okay, nice. Perfekt. Bam. Bam. Bam, bam. So, jetzt kommt der Boss. Oh, ist es doch ein... Das war doch der bessere Boss. Oh, ist der Winter Heaven. Let's go. Jetzt kann der Royal Tower wieder hochgehauen werden. Das wird jetzt richtig strong. Okay, jetzt machen wir... Jetzt machen wir Pryo auf die Prinzess. Okay. Perfekt, ja. Kommt einfach direkt. Das ist halt wunderschön. Ach, wunderschönes Gameplay gerade. Das ist Wahnsinn. Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn. So, jetzt kommt der... Oh, der ist... Der war jetzt schon strong. Oh, nicht der Gold-Typie. Dungel. Wie muss der Bär... Bam weg. Oh. Ja, kommt. Gold geholt. Alter, die Chess gibt echt gut... Oh, Prinzess. Die ist läuft. Yes, Prinzess. Es läuft. So, jetzt ein Slime. Zieht noch eine Prinzess. Sehr nice. Schade. Das hätte gut... Hätte... Bam, bam, bam. Oh, und jetzt sind jetzt die Slimes strong. Es gibt ja alles auf den Rauch. Und gleich verkauft mir den wieder. Ist es so schön. Oh, jetzt gibt es wieder einen Drittel-Type. Das war nicht... Oh. Da kann man... Ich glaube, es ist das gekommen. Guten Abend, Timmy. Guten Abend. Wir sind jetzt wieder dabei, ähm... Das Spiel kaputt zu machen. Ja, die Button kommen immer zu zweit, ne? Hallo. Oh. Der... Aber nicht... Prinzess oder Slime? Oh, wir könnten, äh... Wenn wir einen Slime haben, danach können wir schon, äh... Obergrept auch so sehen. So wie immer. Ja, du kennst uns mittlerweile. Wir sind... Gut. Ja, Enter. Kann nicht so viel machen. Bam. Oh, David Slime ist mir echt gar nicht so schwach. Wird immer stärker. Aber ich finde, er skaliert nicht so stark wie die Bären. Also... Deswegen... Ich glaube, für den... Ein Zittel plus immer, wäre, glaube ich, gar nicht so echt so schlecht. Vielleicht bei anderen Kombos zu stark. Aber beim Bär... Wir könnten ja zwei Teile machen. Wenn man so ein OP-Kombo spielt oder wenn man dann was Normales spielt. Genau, das denke ich eben auch nicht. Ich finde, normale Runde sind 30.000 viel. Ja, ja. Aber halt natürlich jetzt im Verhältnis zu den Bären mit, keine Ahnung, 28 Milliarden oder so. Oder noch mehr. Äh, sogar noch mehr. Oh, nice. Let's go. Let's das Slime und jetzt, wie wir die Slimes wieder aufsammeln. Das ist schön. Genau, genau. Oh mein Gott. Das wäre ehrlich, heftig. Wenn man so am Anfang im Screen so dingst. Ultra Hardcore oder sowas. Das wäre ehrlich gut. Das wäre übel heftig. So ein bisschen Schwierigkeitsstufen. Leichte, mittel, hart, ultra hard. Ja. Oh, nice. Ich kann gerne noch einen hitten. Ich kann gerne noch einen hitten. Warte. Das ist immer die unanfälligste Runde. Weil, wenn jetzt die Wandshotter perfekt getimt kommen, können wir theoretisch verlieren. Aber kommen sie nicht. Oh, schau dir mal das Leben an von dem Ding. Oh ja. Warte mal. Okay, das skaliert. Okay, das war... Ja. Okay, langsam. Warte, ich trete. Das war ja ganz schön viel, was ich sage. Alter, wie viel war das? Junge, Junge, Junge. Was macht der Blaue? Was macht der jetzt nochmal? Der geht... Ein Zehntel... Er macht irgendwas mit einem Zehntel. Robert hat irgendwas mit einem Zehntel gemacht. Ja, irgendwie, wenn er einen hittet für die nächste Runde dann... Wie glaube ich das... Insgesamt. Insgesamt? Ah, strong. Alter. Jo, moin. Bist du jetzt jeden Abend live? Also, ich war gestern und vorgestern nicht live. Aber ja. Ja, aber sonst jeden Tag eigentlich, ja. Aber sonst jeden Tag bis jetzt. Also, ich probiere so oft es geht. Ich kann manchmal nicht, weil ich manchmal noch Termine. Bei manchen Abend, äh, will ich auch, habe ich auch nicht so Lust, fünf Stunden Epic Autos zu spielen. Nee, Spaß, hab wirklich immer Lust. Also, wenn, dann sieben. Wenn, dann sieben, genau, genau. So. Oh, ich finde das toll. Die ersten sehe ich, der bekommt die Stats. Wie warte jetzt? Warte, hier. Warte, wir gucken die eben lieber. Bam. Okay, eine Milliarde jetzt. Bam. Bam, bam, bam. Jetzt hat er, glaube ich, 18 oder sowas. Keine Ahnung. Weiter geht. Das weiß ich doch nicht. Oh, der Dorn-Typi. Ja, okay, der wird langsam echt stark. Der wird echt stark. Also, wenn man keine Bären hat, wo ich, ich muss sich vorstellen, ich setze die Runde nicht nur einmal, sondern jetzt doppelt. Die Wände sind jetzt immer mal vier Runde. Also, nicht jede Runde, aber fast jede Runde. Warte. Und genau, jetzt wieder Bären, bam. Oh mein Gott, das ist so schön jetzt. Oh, das ist wieder so schön. Hat der Episode nicht wirklich egal. So. Ah ja, doch. Montag. Montag hattest du auch gestreamt, stimmt. Also, vorgestern warst du auch live. Vorgestern nicht. Ah, stimmt, vorgestern. Ah, Montag war ich live. Stimmt, stimmt, stimmt. Also, dann war ich nur gestern nicht. Okay, okay. Ja, ja, also. Hagen gesagt, bleib back tief. Meine. Hagen. Hagen hat ein Mullet. Den kann ich euch vielleicht gleich mal zeigen. Hagen. Okay, nice. Okay, jetzt musst du gleich schnell noch ein Bär hätten. Unbedingt hier wieder. Mach mal Cam auch klein, das sagt Robin. Dann will ich nicht mehr sehen. Oh, ja, Mann. Nein, ich glaube eher, dass bei Runde 60 dann so ein fetter Mob kommt. Oh, 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 er hat es gespoilert. Er hat es gespoilert, wenn der Boss kommt. Okay, ich wollte nicht mehr. Ah, okay, er hat es geschrieben. Das dachte ich mir. Nice. Okay, okay. Geht auch nicht jetzt so. Ich finde es gut, wie trocken er das geschrieben hat. Jo, mach mal klein. Wir lieben dich so. Hagen. Sei bitte immer derselbe. Wir lieben dich so, wie du bist. Repertiv. Nicer Kommentar. Stream ist nice. Nur Cam aus wäre super. Jo, Leute, okay, dann mach mal kurz mal so, ne? So, hau mit rauf. Ich komm nicht, ja, keine Sorge. Guck mal jetzt. Oh, warte. Bom. Oh. Oh, Monschotter. Oh. Ey, diese Enten sind das. Alter, die sind jetzt so krank, theoretisch. Echt halt. Ja, nicht bei dem Bild, aber ja. Robin, Robin, Robin. Die sind echt krass. Jetzt könntest du noch auf den, die Permanenten machen. Was hat... Ja, Mann. Nice. Das Bild, das Bild. Das Bild. Das bist einfach du, Mann. Oh, mein Gott, warte mal. Okay, warte mal kurz. Erstmal screenshotten. Warte, ich muss mich kurz auch bei OBS sehen. Warte, guck mal. Gut, gut, gut. Warte, warte, warte. Bam. Bam. Warte. Warte. Warte, ich mach mal so. Alter, Jungs. Digga, let's go. Und schau mal auf das Leben von dem Viech. Oh, das ist aber erst nur das 50. Okay, warte mal so. Wir müssen jetzt echt gucken, wie viele die... Oh, warte. Wie viele die hatten der da gerade? Ich glaube, der das hier nur in 50, oder? War der 50 Milliarden dann? Lass mal gucken. Wir machen noch hier einen Slime hin. Ähm, ja, ich glaube, wir machen, ich glaube, ich start. So, jetzt bin ich gespannt. Was macht der Kleine jetzt? Der muss aber nur 50 Schaden. Der, glaube ich, nicht gedacht, dass man bis dann nicht die Stats hat, oder? Ich steine das Wallet, nein! Oh, Mann! Ich dachte, das wäre... Du musst unbedingt einen Mob machen, der so einen Schaden macht, aber unendlich, also richtig unendlich mit dem Leben machen. Das Ding ist, jetzt war ich einfach voll schwach. Warum? Nee, ey, Mann, oh, ich bin jetzt echt wie ich da vorne hätte gewesen. Ähm. Schau, wir machen das hier. Ich hab ein bisschen Trauma wegen... Ja, wieso hatte der die Stats nicht? Welche Stats? Oh, Robin! Robin, ist jetzt wieder sauer. Ja, die Lebensstats waren zu niedrig. Der hatte nur 100... Achso! Ah, der hatte gerade gar nicht die... draufstanden? Nee, 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 nee. Also, der hatte, wie er es schreibt, ich glaube, nur 100.000. Okay, okay, da musst du das unbedingt nochmal spielen, dann. Aber geiles Bild, Robin, fühle ich ultra. So, geil. So, immer gar kein... Achso, immer ganz. Bam. Wir brauchen noch zwei Stück. Komm, zwei, zwei Bären jetzt lachen. Komm schon. Hier, wir sind eine normalen Roll, was ist das? Nee, wir haben so viel Rea, ja, okay, jetzt. Der Drip-Vac. Ah, Mist, das habe ich in der Vision nicht geändert. Gar kein Ding, Robin. Jetzt war ich einfach nur Ultraschloch. So, bam. Bam. Wir können auch den Moskito noch auf Bär oder Slime anwenden, oder? Ah, ja, theoretisch. Ich habe jetzt ein bisschen Angst vor dem, weil es das letzte Mal ist danach das Spiel abgestürzt. Oh, echt? Uh, ja, okay. Aber es hat Robin getixt eigentlich. Aber ich weiß nicht, das bauen wir nicht. Oh, nice. Oh, warte. Ah, doch. Warte, was machen wir jetzt? Oh, warum steht hier ein Slime? Achso, doch. So nochmal. Okay, bam. Bam. Jetzt hier noch den gleichen Slime. Ähm, den haben wir hier drauf, dass er drei Stats bekommt. Und dann machen wir hier einen hin. Oh, wir können was krasses wahrnehmen, wenn wir das so. Der nächste Boss ist auch gut. Okay, okay. Müssen wir auch fassen. Oder wir passen nicht auf. Die Stats sehen so nice aus. Der ist auch eine Überraschung. Okay, okay. Aber das ist jetzt auch falsch. Gar kein Ding. Und es interessiert ja auch eigentlich nur das Vorschaubild, muss man sagen. So, bam. Oh. Ja. Da haben wir mitgenommen. Bam, bam. Soll es sich da voll beeren? Oh, das ist halt... Das ist so gut. Das ist halt schön. Oh, was? Oh, was geht? Was ist das denn? Nee, jetzt sowieso. Soll ich den dir wieder weg? Und direkt den Bär hin? Bam, der frisst den, der hat den gleich wieder auf. Das ist ja Wahnsinn. Oh, jetzt verschmelzen wir da alle. Guckt euch das ja an. Ist das toll. Bam. Der direkt direkt ist jetzt auch vom Vorgänger einfach so drauf. Obwohl er gerade jetzt gespawnt ist. Das ist ja Wahnsinn. Ja, wieder ein Drittel. Immer kaputt. Immer die One-Shotter. Alter, also die Sets-Rund-Ding sind halt echt krass, muss man sagen. Ja, ja. Ich glaube, in den normalen Run ist der auch der, der dann, ja, den Run beendet. Außer wenn er prozentual macht, dann, weißt du? Ich glaube, der ist ja prozentual. Stimmt, der macht ja ein Zehntel. Genau. Und wenn deine nicht so stark sind, dann wird er auch nicht so stark. Genau, ja. Das müssen wir echt ausprobieren. Im nächsten Run einfach mal, also keine overpowered Kombos spielen. Oder mal so ein Standard-Ding, irgendwas, was Bock macht, was dir auch Bock macht zum Spielen. Also, ich rede von Milch. Alter, die Milch. Alter, jetzt lässt man mit Milch verloren, ne? An diesem Ding, an diesem, äh, an dieser Wüsten. Ja, aber da war der Mob ja auch zu stark mit irgendwie fünfmal Hitten und macht jedes Mal One-Shot. Der macht, der macht auch fünf Tüme. Fünf Tüme nacheinander One-Shot. Der macht auch noch einen. What? Ist das Lucky? Du könntest natürlich den Thief wegtun, weil den benutzt man eigentlich wirklich nie. Ja, dann machen wir noch einen Platz. Dann machen wir die Slimes. Oh, jetzt haben die Slimes. Oh, fuck. Egal, ja. Äh, ja, ich glaube, ich mach noch den Bären hoch, dass der die Stats bekommt, hoffentlich noch. Okay, einen Bären brauchen wir noch. Komm schon, einen Bären. Komm schon. Ja, wichtig. Fein. Ja, sehr wichtig. So, und ab jetzt haben wir noch ein Ding mehr immer. Oh, schön. Das sind halt schöne Zahlen. Nicht der Goldtyp wieder. Alter. Fünf hat Leben, ey? Der hat gerade noch 500 Leben. Oh mein Gott. Ich glaube, der Grüne hat gerade, äh, einfach genervt. Der Grüne hat einfach die Tüge, die Leben gebaucht, aber weil die so niedrig war, die gebauchten Leben, hat er einfach nichts gemacht. Oh, warte, ich meine, es ist wieder... Ein Bär, hallo? Was ist das? Einfach zwei weg, Mann. Hey, 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 hey. Gut, das ist eine Remover-Round. Den nicht mal ein, Bär. Hier, wir können jetzt auch nicht removen, das ist ja doof. Und auch, wir können einfach den hier, glaube ich, stärker, oder? Bam, bam. Welche Mob sind jetzt alles drin? Warte, was haben wir? Gold Mob, also den hier. Ähm, den Gold, Raub, den T-Deep, diesen Team-Buffer, den One-Shotter und den Dornen und dann den Lebensraub-Typi. Ich glaube, das sind alle. Außen schon einige, so geil, Mann. So, jetzt sieht der Bär nur... Okay, nice. Einer wird genommen, einer kommt. Oh, sehr schön. Wir haben jetzt vielleicht sogar ein bisschen zu viel, diese Upgrades. Jetzt kommen langsam die An-Ankommens nicht mal. Okay. Komm schon, nice. Ich brauche noch einen. Komm schon. Ja! Ja, stark. Machen wir den hier weg. Machen wir den hier. Bam. Nächste Runde zwei werden aber auch wieder den hier weg. Das ist nice. Oh. Wollte heute am Anfang. Aber jetzt hast du keine Remover mehr. Naja, aber ist egal. Kriegswelt wieder wegen dem Royal Tower. Naja, nein, einfach Slimes dann jetzt. Und dann wieder... Naja, aber die ganz links. Oh, oh mein Gott. Ah ja, muss dann wieder warten. Okay, da muss ich jetzt warten. Okay, da kann ich vielleicht noch einen. Warte, wie viel braucht der? 4, 10. Wie viel gibt die? 8. Auch zwei Runden. Okay, okay. Es geht hier aus. Wir können ja... Ich spiele hier einen Slime. Und hier gleich einen B an. Das wäre nice. Dann haben wir wieder zwei Stacks. Let's go. Bam, bam. Und jetzt einfach länger danach, bis es kommt. Glaubst du, ist es ein Hydra Run möglich? Also Hydra Slime Run auf jeden Fall. Hydra Run an sich wird, glaube ich, schwer. Aber können wir alles noch so hin? Wir können gleich auch so hin, wie lange man das spielen noch kann auch. Es geht ja hier nicht darum, dass wir jede Runde übel krass werden. Und dass wir alles mal ein bisschen ausprobieren. So, jetzt wieder... Ähm... Jetzt hier jetzt erstmal einen Slime hin. Nice. Bam. In der nächsten Runde haben wir eine Ruhe für den. Ja, ist perfekt eigentlich. Bam, bam. Hier gleich zwei Bären und dann Remover. Durchschnittlich Wiedergabe, da ist gerade elf Minuten elf. Eins, 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 eins. Das ist sehr, 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 sehr schön. Ist die Runde noch da? Lukas. Morgen. Wie lange geht der Stream noch? Hallo. Der Stream geht, glaube ich, noch ein bisschen. Wir werden noch ein bisschen das ausprobieren. Auf jeden Fall. Rika, das ist ganz schlecht. Warum, Brusti? Warum? Oh Mann, ist das scheiße. Ganz ehrlich, das ist das erste, was du siehst. Oh, das Spiel steht doch da. Das habe ich mir nämlich gedacht. Das habe ich mir nämlich gedacht. Ist er noch da? Ich glaube, er ist da. Der hat gerade auf Discord geschrieben. Hoffentlich ist er noch da. Oh. Ben kann nicht Autotouse joinen. Braucht man irgendeinen Drang? Er wird einfach gebannt. Er wird gebannt. Er wird immer gebannt. Rubber Jeep, ist er da? Guck mal hier. Guck mal, Rubber Jeep. Vielleicht können wir irgendeinen Clip machen oder sowas. Oder er sieht es dann später im Stream. Warte, die Minute. Vielleicht merkt er nur 1.37. Hier spielt es dann weiter, oder? Oder ist er da? Der soll dann im Stream zurückgehen. Wenn er da ist. Ich finde es auch gut. Bei mir war einfach so ein Lahm auf. Ich muss einfach dieses Gesicht. Ist das nicht so ganz seins, was du auch im Stream immer hattest? Rechts unten? Also von seinem YouTube? Ja, ja, ja. Glaub ich auch. Auf die YouTube-Profile genommen dann einfach. So, gehen wir rein. Du kannst doch mal in Discord schauen, in Chat. Da hat er auch zwei Bilder gepostet, die er möchte, die man verwenden kann. Das sind ein bisschen ältere. Auch richtig nice. Ja. Das rechte vor allem. Alter. Das ist sehr gut. Die Glatze. Ja, Mann. Alter, das war einfach seine... Das war einfach seine... Das war seine Playboy-Phase. Vor Epic-Auto-Towers nach Epic-Auto-Towers. Ich habe gerade ein bisschen Angst vor ihm. Wir wollen am besten jetzt noch einen Bären hätten, weil sonst mietet sie, glaube ich, nichts. Sehr nice. Noch einen Bären. Alter, Junge, wir hätten jetzt alles. Alles, was wir wollen. Noch einen Bären. Easy. So, jetzt removen wir. Bam. Noch einen Bären. Komm schon. Ja. Ja. Ja, Mann. Und jetzt sollten wir, glaube ich, Rupert Chief auch schaffen. Vielleicht. Mal gucken. Mal gucken mal. Wo kommt er? Wo kommt er? Ich glaube, seine Stats waren nicht so krass. Ja. Aber er hat sich um fünf geheilt. Oh, Star Slot. Wollen wir den nehmen? Ja, ja. Dann haben wir noch einen Bären. Alter, dann haben wir ganz viel mehr. Das ist noch ein Bären mehr. Wir machen dann gleich ein Ding, wo wir dann mit dem Stacking aufhören und dann nur noch ganz viele Bären haben. Wir machen jetzt Bam. Jetzt muss dann irgendwann ein Boss kommen, der einfach, also der im Verhältnis zu deinen Bären auch, also immer noch stark ist. Das wäre natürlich. Ja, ja. Aber das sind vielleicht auch zu viele Nullen. So, jetzt mache ich so. Bam. So. Bam. Da sind sie. Unsere Bärenbande. Und jetzt können wir eigentlich durchskippen. Also wenn das hier mob defiliert, dann hat man glaube ich nicht mehr so viel Chance. Alter, dicker, diese Zahlen. Ohne den One-Shotter wäre es ja lustig. Oh, wir können noch eins machen. Wir können alles runen und Bären hinsetzen. Wir warten jetzt auch nur, bis der Level upt. Alter, diese Bärenanzahl ist schon crazy. Bärenanzahl. 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 Noch ein bisschen Upgrade. Das nächste Mal mache ich auf jeden Fall, glaube ich, ein bisschen früher. Mal gucken. Weil das ist ja nicht wieder müde. Jetzt müsste, ja. Die Leute wollen ja auch morgen arbeiten gehen oder sowas. Oder sowas. Oder sowas. Oder sowas, was hat Menschen machen. Oh. So normaler Mensch. Ich leite gerade was hoch. Wenn du willst, kannst du die gleich reinpacken und dann mal die M-Taste drücken. Das klingt doch nach einem sehr spaßigen Erlebnis. Das klingt nach viel, 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 ähm, verlieren. Sag einfach, wenn du so klein bist, dann mache ich das. M-Taste könnte vielleicht für Modus stehen. Ja. Modus oder sowas. Oh, das stimmt. Wahrscheinlich nicht für Map. Also nicht für Karte. Ja, stimmt. Ja. So, und jetzt können wir perfekt drei Sachen wegmachen. Ah, wir müssen dann noch ein Slime machen. Ja, wir müssen die Stats ja übertragen. Irgendwie. Ich glaube, wir machen hier einen Slime hin. Wir brauchen einen Slime und dann der Rest Bären. Andi, wir können ja gar nicht jemanden machen. Wir brauchen hier hin. Das ist, wir machen. Bam. Bam. Oh mein Gott, das ist sau dumm. Ich muss jetzt machen. Das ist jetzt über lustig. Ich mache den Bären jetzt trotzdem weg. Ah ne, doch nicht. Ich mache jetzt Bam. Bam. Jetzt zwei Bären. Die Opfern einfach. Oh wow. Hallo. Ja, aber du hast genug Geld. Äh. Einfach weiter rollen. Ach, ich bin doof, ich hätte schlauer spielen können. Egal. Jetzt müssen wir noch auf dem Slime stehen. Stehen. So, bam. Jetzt sind die Stats wieder auf den allen Bären. Au, außer. Jetzt hätte ich noch mal eins hoch brauchen können eigentlich. Ist hochgeladen, er kommt dann. Okay, okay, warte. Ah, der Boss kommt dann direkt wieder. Okay, okay. Okay, aber jetzt lass mal unsere Bärenarmee komplett fertig, dann können wir kommen. Ja. Ich bin noch kurz. Ähm. Oh, mein Prinz ist mir. Ich bin dumm. Das wird so lange dauern. Ja, gut. Es geht noch, warte. Ah, ne, ne. Wir können es mal. Einfach Slime. Deine Slime bleibt dann halt stehen. Aber wir können sogar was lustiges machen. Alle doch nicht. So. Bam. Jetzt wollen wir noch. Ja. Ja. Hallo. Hallo. Da ist es wieder. Dann gleich hier ein Bären. Ah, ne, warte. Das geht jetzt gar nicht mehr. Also du spielst dann gleich den Megaboss, also vorstellen dass der jetzt. Okay. Also, also wir es damit nicht schaffen. Also, er hat mir grad ein Bild geschickt. Ja. Und es sah gruselig aus. Oh, oh. Äh, Leute. Ja, man. Ich glaube, wir probieren nochmal ein bisschen was aus. Und ist es auch schon in der Mod drin, oder musst du die Mod neu laden? Muss dann neu laden, muss er. Oh, oh. Oh, man. Das war, wir können es nicht mehr viel machen. Wir können es nur noch pro Runde. Nur noch die Slimes hinunter. Okay, ist eigentlich nicht. Vielleicht ist es eigentlich genauso gut. Ja, einfach noch Slimes spielen, damit die Bären vorne noch wegkommen und die anderen stärker werden, oder? Ja, ja, ja. Dann. Ähm. Und die Bären hinten würde ich noch upgraden. Ja, genau. Alle Bären hinten upgraden. Doch. Mach, mach, mach. Wir schaffen es auf jeden Fall jetzt noch. Okay, nice. Sehr gut. Ein Bär. Komm schon. Bär, komm mal raus. Komm mal raus, das ist auch raus. Hört jetzt. Ja. Noch zwei. Komm schon. Komm schon. Manuel Polkert. Guten Abend. Der Manuel. Der Manuel. Pulsiviert wieder. Da auch schon im ersten Stream richtig schön aktiv. Ähm. Ja. Komm, also zwei Bären, wenn es nicht mehr kommt. Bären einfach weg. Mit dem Slime. Sehr schön. Komm. Du. So. Wir machen jetzt die noch alle strong. Damit setzen wir noch. Ja. Und das so. Aber es endlich mal wieder geschafft. Sehr schön. Trepp, Manuel. Wieder. Sehr schön. Ja, ja. Manuel kennt den ja auch noch. Kennt sie ja noch hinten. Oder auch den Boss. Ich wollte gar nicht die, die es jetzt gelesen haben. Hundert und hunderte. Ich wollte gerade sagen, hundert, hundert. Aber nichts besonderes. Und jetzt kommt gleich übers heftiges. Hm. Ich glaube die, also. Ach, die hat die Stats. Ich weiß nicht. Oder hat Robin einfach nur die Null einfach reingespampt. Oh. Ja. Das war ein schöner Boss. War leider nicht stark genug. Füllend Leben auf alle Leute. Füllend Leben auf alle Leute. Wie findet ihr das? Machen wir das? Ja. Sind wieder alle dabei. Fragt Manuel. Ja, alle dabei. Alle OGs. Außer Ben Geige. Außer Ben Geige. So. Plus ein Leben auf alle. Das ist doch toll. Sonst gibt's hier weiterpresst. Oh, wir können jetzt ganz viel Essen die ganze Zeit. Ja, Feuerlach. Er muss bald los. Er hat morgen wieder Schule. Leider. Oh. Oh. Das ist belastend. Oh. Was ist das hier? Achso. Achso. Das ist die Royal House jetzt. Tschüss Feuerdrache. Schlaf gut. Ich hoffe, du hast einen guten Schlaf in die Schule. Und du schläfst. Danke, dass ich hier was Feuerdrache. Sachen. Ja, gut. Er hat es geschrieben. Sind das die... Sind das Wellen? Achso. Ne, Mutter, kein Satz. Achso. Sind das Wellen oder was? Was macht die Mod? Also die Mod macht tatsächlich wunderschöne Dinge. Sind sie vereint Menschen. Unter anderem. Ich versteh nicht, wie du so wenig Plan haben kannst. Gibt es die Mod die ganze Zeit? Nein, nein, nein. Also was macht die Mod? Nein, Digga, chill, chill. Ich weiß nicht. Ich glaub, wenn du das... Ich wollte nur lustig sein. Also die Mod macht... Ja, ja, ja. Die Mod macht ähm... Die neue Monster. Und das Wichtigste, das geht... Ähm... Es hat ganz, ganz viele Runden. Also quasi endlos schwimmen wir. Ja. Ich brauche mal den Null Schaden. Was ist das denn? Null Schaden. Oh, doppelt. Doppelt. Bam, bam. Das ist sehr strong. Oh, das ist so... Das ist so schön jetzt auch. Und ab jetzt können wir die weglassen. Ich bin auf jeden Fall schwer geworden. Lachimordi, Lachimordi. Weil der nur bufft. Ah, das ist nur ein Buffer. Echt. Okay. Ey, Robbe, du musst... Da soll keinen Schaden machen. Du musst einen... Du musst einen... Mob reinmachen, der so... Der so einen Schaden macht und so... Und endlich... Ich finde dich einen schönen Abend. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Tschüss. Gute Nacht. Ja. Äh... B-B... B-B an dich auch. Bye-bye. Bye-bye. Ah. Ja. Das ergibt sogar Sinn. Wir haben halt ein Gold-Einkommen von 11. Oh. Ja, aber... Haben die Ideen gesehen? Also die Ideen waren richtig viele. Ich glaube, du kannst die Bären besser und regelmäßiger steigern, wenn du besser mit Slimes arbeitest. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich bin der Beste, muss ich sagen. Mach neue Versionen rein, schreib mal rein. Ja, ich auch. Okay, ähm... So, wir damit jetzt reingehen einfach. Und noch einmal hier... Oh, ja, wir können nicht mehr. Okay, dann gehen wir jetzt hier mit rein. Kannst du überhaupt noch verlieren? Ja, wir können noch verlieren. Kannst du überhaupt noch verlieren? Oh. Zurück. Also diese Frage, kannst du überhaupt noch verlieren, würde ich nicht zu laut stellen. Ja, okay. Weil Robin hört mit. Nee, nee, das ist die neue Version schon. Okay, warte. Da kommen wir gleich rein, da geht alles. So, jetzt kommt jetzt eine andere... Jetzt kommt jetzt wieder etwas Schönes. Fuck, wann. Was soll man das bedeuten? So. So. Bam. Bam. So, die machen wir jetzt mal weg. Jetzt machen wir das hier, dieses wunderschöne Ding hier rein. Warte, wir können das spielen mal, wenn ich das mal... Quit. Quit. Uh, die Skalierboss sind jetzt auch besser. Das ist deine Facecam in der Mitte. Was? Deine Facecam. Deine Facecam. Ah, weil wegen dem, wegen dem einen Boss, der hat mir Angst gemacht. Oh, wir sind gleich noch ein Abonnent, oder? Jack Moin? Ist aufgeploppt, ich war nicht im Stream dabei. Ich hab... Also ich hör das irgendwie nicht manchmal, das ist ein bisschen nervig. So. Vielen Dank, Jack Moin. So, und es geht weiter, glaub ich. Äh, und jetzt geht's weiter und wir haben Angst. Oh, oh mein Gott. Oh. Boah. Ich hab was neues Gaming gemacht. Ich... Alter, das war so close. Das ist aufs Discord Stream wieder. Oh ja, mach ich. Discord Stream, es geht an. Um. Du kannst also rein theoretisch auch noch zwei Runden so spielen und dann erst M drücken. Okay, ich glaub jetzt... Ich hab Angst, Leute. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Oh, ich hab Angst. Warum wird er das... Oh, jetzt hab ich Angst. Okay, okay, okay. Wie viel noch cool, dann drücken wir M. Das Kleben, Mobs sind jetzt krasser. Okay, wir müssen gucken. Irgendwie sind wir noch relativ wenige von unseren Teilen, ne? Wir haben nur sechs starke... Okay, Moment, geht's noch klar? Komm, kommt unser ganzes Goldeinkommen weg. Wir wollen unbedingt Remover, das dauert ein bisschen. So, ähm... Wir stellen jetzt wieder Bären hin. Dann... Okay, wir stellen es noch genauso viele Bären hin, wie es geht. Und dann essen wir den einen Bären hin nochmal und dann gehören hin. So... Oh, das macht mir Angst. Die sind jetzt wieder von Anfang an. Die sind jetzt wieder normal. Das wollte ich grad sagen. Aber das heißt... Oh mein Gott! Was hat der da? Wie viel hat der? Was war das? Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Warte mal, bis der wiederkommt! Oh nein! Oh nein! Der ist grad von 200 auf... Oh nein! Oh nein! Robin, stopp! Oh, sag nicht, dass jetzt wieder das... Stopp, stopp! Vielleicht lieber doch direkt dem Aus... Ja... Oh oh! Der macht einen Schaden! Nein! Warte, kann ich einfach M drücken? Der warst oder wie? Oh, warte, der macht einen Schaden! Okay, das dauert jetzt ein bisschen. Okay, ich drück mal M, glaub ich, oder? War doch immer noch easy. War doch immer noch easy. Ja, war immer noch easy. Ähm... Okay, noch nicht okay. Nee, warte kurz. Nach der Runde... Nach der Runde M drücken. Oh, Gold wieder weg. Oh, hallo! Wieder angeflogen. Da war kurz Angst immer. Okay, den machen wir noch. Jetzt dann Slime am besten. Kommt schon noch ein Slime. Wenn es klappt, wir... Ah... Ah, okay, okay, ja. Machen wir. Wir machen jetzt kurz den Boss. Also, ich hoffe kurz. Oh, je. Ähm... Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Habe ich, habe ich, habe ich, habe ich! Nein! Egal, ich, gar nicht. Ich hab's gedrückt. Digga, was war das? Holy shit! Der muss so viel Leben gehabt haben. Digga, wie klar war das? Was ist das? Oh, ich hab immer ein K gedrückt. Egal, ich bin jung. Wir haben grad einfach rasiert, Leute. Das war nicht von der Ultrakasse. Das war nicht von der Ultrakasse. Wir haben so lange... Also, wird noch krass das gehen können, aber wir haben schon so lange gesetzt. Ich hab mal eine Runde und drück am OK. Oh! Ich hab was! Oh, Runde 100! Äh... Stopp, Robin! Stopp! Ich glaub, das wird gleich nicht so ganz fair. Oh! Äh... Leute! Leute, Leute! Wir starten da, wo wir angefangen haben. Ja, warte! Kommt jetzt direkt ein Boss? Der muss doch an... Oh! Was war denn das? Was ist das? Wo geht da hin? Wo geht da hin? Leute, 5 damage mehr macht's, glaub ich. Die müssen jetzt unbedingt nur zu überlegen, was die jetzt machen. Ähm... Was, was... Ich glaub, ein... Oh, mein Gott, okay. D, 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 D... Darf ich denn nicht durchkommen. Der musste zum Bus. Der musste zum Bus, ja. So. Ich glaub, dir nicht so weit sollen wir aber schaffen, ja. Der kommt gleich in dein Zimmer. Ah, warum... Was ist denn mit dem Fisch los? Hallo! Hä? Tschüss! Schau, ja, gut, guten Tag! Schönen Tag. Schönen Tag, bis jetzt zu Hause. Haben wir jetzt auch noch? Ah, komm her, komm, komm! Ähm... Hier, die Runden gehen. Ist jetzt immer noch klar. Ähm, ich glaub, wir machen jetzt noch eine Mücke hin. Und ein Thief. Vielleicht hat's in einem Party im Zimmer. Oh, mein Gott! Komm, halt hier! Wir kommen was lustiges, Mann! Guck mal! Warte, wenn wir uns so machen... Jetzt knallt es in dein Gesicht Geht das Oh no Noch größer Mund Nein Der sieht so behindert aus Oh man Ich glaube du müsstest deinen Kopf noch größer skalieren Oder ich kämpfe einfach um Ich kämpfe jetzt gegen die Monster Jetzt geht's ab Warte Warte So jetzt können sie kommen Das ist der Cido Tower Das wäre halt echt richtig witzig So spezifische Tower Komm Komm Die Zuschauer heißen hier vom Server jetzt Snack Towers Bitte sag mir so das Ding Also du wurdest umgenockt Das auf jeden Fall Hilfe Warte 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 Du müsstest einfach mit attacken gleich 10 von 10 Ja da waren noch eine so Warte Warte Die Kraft der Freundschaft Filmreife Leistung Warte Warte Start the round Guck mal die Runde starte jetzt Ich muss mich da in geilen einschmiegen Okay Ein Fisch Oh mein Gott Aufsahsen Oder Fisch Bam 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 So als kommt der erste Bus Bam Okay Okay Können wir noch mal spielen So Runde 105 Aber Was spielen wir jetzt Nie war's Also wir können uns immer Wir können jeder Runde jetzt Sehr cool beenden Indem wir einfach M drücken Kann man dich auch leveln? Oh mein Gott! Ähm, ah ne, das geht gar nicht. Ich bräuchte so, oh mein Gott, warte. Oh, ich kann euch noch was zeigen, by the way. Tim hat mir mal, aus meinen Videos, hat mir mal so Rahmen gemacht. Warte. Ähm, Bild. Hm, Nudeln. Äh. Warte. Bild, Nudeln, ich komm nicht ganz mit. Auch nicht. Jonas, hast du, äh, was ist das? Rahmen. Ah. Rahmen hat er dir gemacht. Nee, ich bräuchte auch an Rahmen. Ach so, ach so, oh mein Gott. Ja, äh. Guck mal, Bam. Bam. Steht ja Epic Out of Towers. Oh mein Gott, wie nervig. In welchem Boss bist du nochmal gestaltet? Fragt Robin. Ähm. 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 Was sind wir denn gerade gescheitert? War das 70? Äh, nee, ich glaub 80. Ich glaub 80. Ich glaub den 70 hatten wir, oder? Kann sogar 80 gewesen sein. Oh, ich weiß nicht. Können wir vielleicht nochmal zurückgehen kurz. Warte, er hat mir noch eins gemacht. Wo war denn das? Ähm. Egal, ich seh's halt nicht. Nur ein bisschen so jetzt. Bam. Ja, ungefähr die Stats hatte er, Robin. Ja, ja, ja. Perfekt. Sehr gute Stats. Dann, ähm. Verschlebe jetzt. Ein Bild würde ich auf jeden Fall noch probieren. Dann gehe ich. Muss ich gucken, ob ich... Der FK hat gesagt, dass wenn du... Ähm. Ja, hier Bär-Level 2, dann Slime, dann Slime, dann Bär, dann Slime, dann Slime, dann Bär hast. Dass du dann immer, ähm, immer schön gegen Unendlich skillen kannst. Ah, dass man dann immer einen nur hinmacht und so? Nee, zwei. Zwei Slimes, dann zwei Runden, äh, zwei Bären. Ja. Ja. Toller Rahmen, was kein Rahmen ist. Vielen Dank. Ich glaube sogar ohne Unendlich zu... Ich glaube auch, wir hatten das auch mal gespielt mit anderen Slimes. Aber ich wollte ein bisschen... Ja, ja, wir müssen ein bisschen gucken. Aber was kommen wir jetzt? Epic Autothouse? Hey, lass mal Epic Autothouse spielen. Also. Hier, falls jemand in den Stream kommt und... Seht jetzt aus, als ob du Epic Autothouse heißt. Perfekt. So, jetzt sieht man, dass wir, welches Spiel wir spielen, glaube ich. So, was? Das ist, glaube ich, für den Stream richtig gut, wenn es jetzt so groß bleibt. Ja, ja, ja. Aber es ist noch... So. Okay. Aber was spielen wir jetzt, Leute? Jonas, wie läuft es mit den Türmen? Mit den Türmen? Also der eine... Also der eine... Also ich hatte dann... Ich wollte diesen einen... Ähm... 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 Wollte ich so machen, dass der dann jedem Stats gibt und dafür Leben verliert. Das hat... Semi-gut geklappt. Nur hat das... Nur jeder Zweite gemacht. Das war dann ein bisschen seltsam. Und dann hat er angefangen zu streamen. Dann, ähm... 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 War ich anderweitig beschäftigt. Oh. Ja, ist irgendwie noch zu klein. So ist ideal. Brauchen wir mal die Hüte ausprobieren. Einfach mal so aus Fun. Wissen gucken, was die macht. Lass uns das mal spielen. Vielleicht kann man so... Oh. Ich weiß ja nicht, wie das gut sein soll, aber... Für den Fun, wenn ich es mal langsam bekommen würde. Wollt ihr... Oh man. Hydra. 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 So sitze ich bei meinen Aufnahmen. Hydra. Hydra. Oder... Nachts um einen Uhr, weil du unbedingt Milch haben willst. Und sie dann über Roast. Beimal. Alter. Das muss ich nochmal... Ich muss irgendwie... Ich mag vielleicht so ein Highlights-Video. Oh nice. Highlights-Videos. Kau. Glass. Ist auch gut, wenn wir... Glass. Oh. Was ist mit Glass mit Story to Heaven? Und so auf... So richtig hoch machen. Hier so bei Level 30 ist ein bisschen zu wenig, ne? Wo hast du den Code bearbeitet? Fragt Robin. Ja, also bei Other Elf habe ich reingemacht, dass wenn der Turm halt drankommt, dass der es dann halt macht, ne? Genau. Also bei Object Tower, Other Elf. Other Eleven. Du willst doch die Prinzess, weil die kam mit dir jetzt irgendwie besser einfach. Dann müssen wir gleich auf eine Snake hoffen. Also, Prinzess kann klappen, aber ich finde sie am Anfang sogar richtig weak. Ja, ja, sie ist weak, aber es macht am meisten Spaß, wenn sie am Anfang spielt. Perfekt. Und wir haben mitgewonnen. Automatisch. Alter, Piha hat einfach eine Snake Tower bekommen. Nice. Nee, nee, nee. Das Ding ist, du schätzt, wie viele Spielhörstunden ich habe, weißt du? Das Game weiß langsam, wie viel Respekt es haben soll. Was versuch ich? Okay, ähm, ich mache jetzt, ich will jetzt den Rolltower direkt ganz hoch haben. Okay, was spielen wir mit der Combo noch? Wir können auch noch irgendwas, oh mein Gott. Wir können auch irgendwas mit der Combo spielen. Oh mein Gott. Wollen wir? Nee, das glaube ich funktioniert gar nicht so richtig. Was spielen wir für einen Carry? Also ich glaube, wir können eigentlich alles zocken, weil wir versuchen jetzt nichts overpoweredes zu machen und deswegen auch gerne mal einfach in den Chat schreiben. Ja, stimmt. Bevor ihr Bock habt. Schreibt mal rein, was ihr sehen wollt. Sonst spiele wir das dann mal weiter, weil im Moment nicht so so. Stalked, oh mein Gott, noch einer. Für die Combo brauchen wir die tatsächlich auch, weil alles sonst weak ist. So, Rarity. Alter, noch eine Snake. Wie lucky. Also wir stacken dann jetzt gleich einen Butler hoch. mit Prinzessin, oh nein, wir machen jetzt hier ganz viele Prinzessin hin. Das ist cool. Wir schwimmen, oh mein Gott. Ohohohoho. Kamen da gerade zwei Prinzessin hintereinander. Ja, aber das Geld fehlt halt leider. Ohohoho. Oh, ich habe, ich achte immer nicht drauf und dann bin ich traurig direkt. Mann, Mann, Mann. So, die Runden gehen im Moment noch. Ich brunne aber auch von nach so einer Blume. Unser Einkommen ist gerade nicht so gut. Wir können eigentlich auch ein Ei spielen. Oh, da war eine Blume. Oh, jetzt geht's wieder. Oh, ich kann auch rollen. Ich vergesse jetzt rollen. Jetzt vergesse ich alles. Okay. Concentration. Oh, ich erzähle, was ich gemacht habe. Oh. Nur noch End-Turm drücken. End-Turm drücken. Ah. Ah. Wie wird man dann kommen, Values? Dass man quasi spielt das Stärkste... Okay, wir spielen das Ei. Nee, so Butler vor den Royal Tower und dann die Prinzess Tower daneben. Ah. Dass das dann automatisch stackt. So was ist cool. Values ist sehr geil. Okay, das spielen wir. Du spielst dann die Runde sogar. Wir spielst die Runde ein Full-Stack-Manöver. Das heißt, wir müssen die Prinzess dann einmal removen. Dann nehmen wir ein Lanzes oder sowas. Und bis dahin das Ei hochstacken. Alter, Mann. Oh, jetzt wird der Boss sogar knapp. Aber clean. Das heißt, wir spielen bis zum zweiten Boss. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh no. Oh mein Gott. Nemo, was geht? Was geht? Hi. Oh, let's go. Mhm. Was hält dich davon ab, bis auf ich? Bis auf mich? Wollen wir den direkt hier hinhauen? Jetzt nicht, nicht. Na ja, wir machen den hier hin. Wollen wir das sagen? Ich glaube, kein Kommentar ist auch ein Kommentar. Malterus. Wer ist Malterus? Ja, wer ist Malterus? Wer war am Montag? Nein, alles gut. Ja, jetzt geht's los. Hab mal. Malterus, der. Still the same. Nein, passt schon. Ich muss euch was erzählen, ja? Alter, ja? Oh, du, ich mach dich mal ein bisschen leiser, lauter, warte. Ich mach ihn wieder leiser. Ich hab meine Aufnahme von deinem Studium gemacht, ne? Ich hab endlich mit einer Aufnahme von deinem Studium gemacht. Mhm. Okay. Sehr gut. Perfekt. Was macht Matze? Hey, 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 hey. Hey, Lukas, holst du mich? Holst du mich am Bahnhof ab? Am Freitag? Oder macht das Martin? Ähm. Martin und Hagen. Und dann komm ich ab bei mir mit. Okay, er wird jetzt so, Valios, weil ich, ähm, ich spiel jetzt bis zum zweiten Boss und ab da setz ich nichts mehr. Und dann prob ich den dritten Boss oder so zu schaffen. Weil dann kommen die neuen Mobs noch, das ist dann recht cool auch. Du benutzt immer noch Cheats. Was? Nein. Wie immer noch? Ich hab noch nie in meinem Leben gecheatet. Ja, lügt euch jetzt nicht. Außer das letzte Mal. Hä? Du hast ja immer in Minecraft gecheatet. So, ich weiß es. Hä? Oh, das ist nice. Hä? Sagst du Minecraft-Cheese sind krass? Ey, ich hol mir meine Lasagne. Ey, wer mag hier alles in dem Coil? Kein Fleisch. Könntest du auch, könntest du auch jetzt X drücken, dann hast du direkt den zweiten Boss? Äh. Ich sag dir, zweite Boss wird mir jetzt schwierig. Ich, ich glaub den zweiten schaffen wir noch nicht. Ja, ja, ja. Kann jeder ausmachen? Ja, ja, jeder kann in den Chat hier rein, in den Voice-Chat. Ja, ja. Ey, komm mal ein paar Leute. Ich glaub ich drück dann jetzt doch nicht X. Machen dann eine Frage Go mit Lukas. Ist ehrlich lustig. Digga, ich fang dann an. Äh, Lukas, darf ich dich was fragen? Wieso bist du immer noch arbeitslos? Das ist krank, Digga. Digga, hallo, hallo. Was denkst du, was wir hier tun? Hallo. Ich hab jetzt schon meine Uni-Bewerbung. Denkst du nicht, es ist wichtiger, für die Leute Epic Autoshows zu spielen, an einem Donnerstag Nacht. Okay, ich sag ehrlich, ich sag, ist Kappa im Chat? Ist Kappa im Chat? Nee, Kappa ist da. Nein, hat er nicht. Sein Sohn ist krank. Ja. Du bist so krank, Mann. Digga, der Typ hat wirklich, der Typ hat wirklich alles gecarried in dem Stream. Digga, weißt du, ja, überlegst du noch dieses Pferdespiel zu spielen? Wie Kappa? Das ist krank. Für seinen Sohn. Also, seid mal ehrlich, seid mal ehrlich, Leute. Stellt euch vor, er lügt wirklich nicht, ne? Stellt euch vor, er ist wirklich 65, strimmelt da vorm Bildschirm und will, dass du scheiß, wie auch immer der Scheiß heißt. Einfach mal vorstellen, dass er so geisteskrank ist. Ich würde den Typ so feiern. Oh nein, nicht der Stilgold. Wenn es mein scheiß Vater wäre, würde ich mich zwar irgendwie WTF fragen, aber... Wenn das der Vater wäre, dann hättest du keine Arme, ich glaub. Das ist schwieriger. Und du würdest Zyren heißen. Aber die hätten ich... Kein Geldminus, okay, doch, bei denen schon. Aber bei den Drachen nicht. Aber bei den Drachen nicht. Oh. Der Chat, Manuel. Wir müssen überliegen grad. Kennen wir den, der da redet? Oh mein Gott. Oh mein Gott, wie macht das denn? Ich hab ein bisschen verkackt jetzt schon. Warte, wie will ich grad eigentlich den Boss schaffen? Wie will ich grad irgendwas schaffen? Weil ich hab grad keine Remover mehr. Scheiße. Nein. Ich hab so geintet. Hä, ich kann nur noch Snacks machen. Ich kann... Nein. Nein. Ich bin so dumm. Ich kann dich so setzen. Ich Idiot. Scheiße. Entschuldige mich jetzt schon mal an alle Zuschauer. Die Runde wird nicht so lange gehen. Ja. Obwohl wir mit dem Drachen hochziehen können. Mit dem ganzen Schaden. Zum Glück gibt es die One-Shot-About. Du musst dich wieder jetzt Tor machen. Instant. Mit Manuel. Oh Gott. Anni. Wer kommt hier? Ich bin dumm. Weil wir die Blutzen haben. Ich bin... Also ich bin manchmal echt einer der schlauesten Menschen der Welt. Ich bin echt... Ich wollte gerade sagen. Also das war ja einfach nur Skill. Also das war ja dramatische Bogenspannen. Wo alle denken. Nein. Es geht nicht mehr. Und dann kommt die Hoffnung. Und Bäm. Lösung. Wie viel hat das denn eigentlich gekostet? Bäm. 140 Cent. 49 Euro. Oh mein Gott, Mike. Was passiert hier? Was passiert hier? Was war das? Oh mein Gott. Mate. Ja. Nein. Nein. Er rechnet noch. Ich habe noch nicht gefragt, wie meine Aufnahme war. Was? Okay, Wenn. Wie war deine Aufnahme? Oh mein Gott. Ich habe dich so lieb. Hä? Was denn? Ja, nee. Wachen wir einfach... Nee, nee. Das ist interessant. Die war voll schlecht. Das erste Mal war die voll scheiße. Dann habe ich sie nochmal aufgenommen. Und dann habe ich so krass gespielt, Mann. Alter, nice. Kein Scheiß. Dinger, werde ich da nicht bei den besten Hochschulen angenommen, dann weine ich. Das kann ich mir gar nicht erklären, ehrlich gesagt. Was hast du gespielt? Bratsche. Ich muss auch noch ein Prüfung bald machen. Nee, für ein Stück. Aber gut, Bratsche. Kennst du nicht, Bro. Kennst du wirklich nicht. Ich habe eine Sonate gespielt und ein Konzert. Ich habe so schlecht... Ich habe... Das Ding ist, ich habe Geige voll lang gespielt und vor vier... Also Bratsche habe ich so mit acht angefangen und Geige halt hauptsächlich habe ich Geige gespielt und Geige so mit sechs und Bratsche habe ich mich dann irgendwann mal entschieden, das wirklich... Also so vor vier Wochen habe ich mich dazu entschieden, das wirklich fürs Studium zu machen, ne? Als zweites Instrument dann, oder? Nein, als Hauptinstrument. Ich habe Geige aufgehört. Ui. Und Digga, ich bin so krass gut. Lukas, im Titel steht Endless Mop statt Endless Mord. Also wirklich, ich mache gar nichts in den Titeln. Alter. Psst. Diktok. Ey, den Titel habe ich nicht mal gelesen. Aber stopp, es ist keinem aufgefallen, es ist keinem aufgefallen. Doch, doch. Ripper Chief. Ich frage mich halt wirklich. Nee, wo du alles hieß. Findest du, findest du, dass Martin gut geil gespielt? Äh, ja. Mach deinen im Hintergrund. Ich nehme mal an Ben. Auch Streaming. Gibt es dann Only Drunk Streams? Alter. Digga, mach das mal. Ich wollte mal eine Zeit lang übel Streamer werden. Und kein Scheiß, ich glaube, ich wäre auch anders krass. Ey, heute? Oh mein Gott, Lukas. Das kam von dem... Alter, wie es aussah. Oh mein Gott, an alle Leute im letzten Chat. Habt ihr schon Apo Reds neues Video gesehen? Nein. Bitte nicht. Ich habe ihm einen Kommentar geschrieben. Pass auf, pass auf. Okay, warte, warte, pass auf. Es geht darum, dass er meint, dass alle Leute Ghosts sind und irgendwie das, dass Leute das nicht beweisen können, dass er faket. Passt mal auf, was ich den für einen Kommentar geschrieben habe. Passt jetzt mal alle aufpassen, ihr kleinen Gruß. Also guck. Apo Red sagt die ganze Zeit... Oh nein, jetzt wird der Wave. Apo Red sagt die ganze Zeit, er macht... Guck mal, ihr wisst, dass Apo Red jede Woche irgendwie so viel Geld hat und dann in der nächsten Woche hat er irgendwie so minus 1,6 Schulden. Millionen Schulden. Und ich habe als Kommentar geschrieben, weil er immer auch... In dem Video hat er voll oft gesagt, dass er wie so ein Adam immer so das Geld hinlegt. Wie so ein Adam. Immer er macht irgendwie was wie so ein Adam. Und dann schreibe ich, bei aller Liebe Red. So groß geschrieben Red. Was hat denn der nette Adam damit? Bitte ehrlich, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Mich interessiert auch, wie du gleichzeitig so arm und reich bist. Das war einfach mal ein guter Kommentar. Ja? Ich habe wirklich, das hat mich interessiert, der Typ... Strong. Ich verstehe nicht, ich verstehe nicht. Sagen wir mal, du hättest ein Kind, ja? Das wäre Apo Red. Was ist das eigentlich? Ripper Chief Boss. Yay. Liebe Polo, oder? Nee, Digga. Aber, stell ich mal vor dir, ihr habt Apo Red als Kind, ne? Würdet ihr ihn verstoßen, weil einfach sein... Oder würdet ihr sagen, Sohn, lass es einfach mal. Also, respectfully. Weißt du? Oh, Ripper Chiefs, das hast du gar nicht gesehen. Du warst vorhin auch da. Vorhin hast du uns auch nicht so rasiert. Was meinst du? Nee, Ingame jetzt. Nee, aber ich mein's wirklich, Lukas. Mann, was macht denn Apo Red? Also, wie kann man denn menschlich so lost... Also, wie kann man denn menschlich so ein Abschaum sein? Wirklich, ich kann's nicht verstehen. Wie kannst du dich denn so geil dafür fühlen, dass du so ein Spaß bist? Es macht keinen Sinn. Nee, das bist einfach du crazy. Was laberst du? Ich bin doch nicht hier... Der Red... Ich bin doch nicht so krass wie Red. Ich bin nicht so krass. Nee, eher Apo Blue. Digga, Mann, du bist so... Ich denkst, das ist crazy hier. Digga, irgendwie... Der Videotitel war auch irgendwie alles Greenscreen, Fragezeichen. Und ich hab dann mit einer Freundin, hab ich mir dann extra angeguckt, wie es so aussieht. Das hat man einfach verloren. Ach nee. Und es war einfach... Es sah für mich auch wie so ein Greenscreen aus, ehrlich gesagt. Da ist zwar ein Schiff vorbeigefahren... Digga, Lukas, ich freu mich so krass, wenn ich dich live seh. Also, ähm, so... Digga, das wird so lustig, hab ich das Gefühl. Was? Digga, wenn wir uns sehen beim Geburtstag, das wird so bodenlos. Das wird so witzig. Ey, Leute, wir müssen es probieren. Wir müssen so... Also wirklich... Wir müssen so um 21 Uhr oben bei Matze eben zum Beispiel einen Stream zünden. Ja. 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 Das Ding ist... Also, Digga, das Ding ist, was ich wirklich sagen muss, ich... Ich... Allein... Ich bin ja auch Martin und so. Ich nicht. Aber einfach von der Laune, wie ihr alle... Nein. Das ist so geil. Warum? Und wenn ich diese Gruppe mit vom Geburtstag gelesen habe, ich war einfach glücklich. Es waren alle Leute so gut gelaunt, die haben so geile Punchlein, Mann. Ich wurde getrunken, das zu schreiben, zu schicken. Ich fand das so geil. Ja. Nur, wie du verpasst warst. Ne, wo du kickst. Kickst. Alter, kickst du's nicht. Ja, man sieht sich bestimmt irgendwann noch mal. Wahrscheinlich sieht man sich noch, ne? Ja, dich will ich ja nicht sehen. For real jetzt? Ja. Okay. Damit kann ich leben. Alter. Das ist eben so beeindruckend. Also, ich glaub... Ich schlick aber auch. Ich schlick... Ich schlick... Was schenkt ihm der Matze? Nichts. Ich schenke dem so einen Eierschlag. Was? Das ist ein Eierschlag. Ja, so ein Schlag in den Eier. Achso. Ich dachte, was zu essen jetzt? Ein Eierschlag. Das klingt auch noch nicht so... Gerüht im Ei oder sowas. Hilft ihr eigentlich? Gute Frage. Ich glaub, danach muss ich abwingsen. Hilfst du? Abhilfen. Äh, aufräumen. Hilfst du? Hilfst du? Ja. Also, ich hab hier Kuchen. Also, ich freu mich grad über Kuchen. Ne, Malten, was kippst du? Nein, danke. Ich esse Kuchen. Ne, Mut, jetzt sowieso. Das war ja klar. Nein. Sag Woller. Nein. Woller ist nicht Woller. Ich weiß es nicht. Wie hieß du mal das Mädel? Wie hieß das Mädel? Die mal eine Zeit lang mit uns gezockt hat. Wirklich, also, wie hieß die? Beste. Ein Mädel? Nein, 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 nein. Ich schenke mal zu der neiste Zeit. Talia hieß sie, oder? Hieß sie Talia? Ja. Das ist so ähnlich. Voll nett. Die hat mich geparriert in Französisch. Ich schenke ihm mal zu einer neiste Zeit. Schreibt Salem. Oh, Salem. Sehr clean, sehr clean. Was schenkst du ihm? Eine nice Zeit. Eine nice Zeit, aber du bist einfach nicht da. Nicht ich. Salem. Ich schenke ihm eine nice Zeit. Ich schenke ihm einen schönen Geburtstag. Ich komme extra nicht. Was für eine geile Scheiße. Das ist krank. Salem. Nicht vorlesen. Nicht vorlesen. Nicht vorlesen. Salem. Was schreibt denn Salem? Was schreibt denn Salem? Das wäre ein wunderwahnses. Wahnsinn. Stopp. Ich will was ausdenken jetzt. Ich will story to heaven. Den Butler. Oh, ich will es dann den wegmachen noch. Er bekommt schon Kopfschmerzen. Prost. Prost dir auch. Prost. Wieso kenne ich eigentlich in deinem Stream wie so ein Arschloch, Digga? Hey, Mann. Ich kenne mich wie so ein hoher Wichser, Mann. Warum rede ich so hoch? Hey, Mann. Ich kenne mich wie so ein Kleinkind, Digga. Alter, wenn du wüsstest, Junge. Ich kenne mich schon ein bisschen respektlos. Discord macht uns einfach. Dafür kann ich Discord anzeigen. Manuel hat einfach noch eine halbstündige Kopfweh. Und wir waren so lange im Stream. Ich mache einfach. Ich habe den jetzt auf 5% oder sowas. Mich? Nein, nein, nein. Den anderen. Oh, nee. Nicht wieder der Geldrauber. Den mag ich jetzt nicht. Ich habe gar kein Gold. Ah, ich brauche gar kein Gold. Doch, mach ich. Ich muss euch wirklich sagen. Lukas ist eine tolle Person. Magst du denn? Nee. Ich will da mal einen Fab rein. Und eine 5-Euro-Spende. Ich glaube, das geht auch nicht. Ich bin ein kleiner Junge. Ich habe heute gerade vor 10 Minuten noch ein Frank-Groß-Video gesucht. Wenn wir gerade so auf Fresh-Content waren, wären wir ab und red. Frank-Groß haben wir noch gesucht. Im Stream. Ihr entscheidet jetzt. Okay. Im Stream könnt ihr jetzt immer sagen plus, minus. Und dann immer. Und plus, minus. Das mache ich dann. Also eine Zahl. Und die Zahl mache ich Ben-Gay im Discord leiser. Die Zahl mache ich dann Ben-Gay im Discord leiser. G-5. So. Oh. Schlafgut Robben. Vielen Dank für's Kohn wieder. Vielen Dank für diese tollen Level. Oh. Warte, wie schließt ihr ganz schön viele Nachrichten gerade? Wer ist denn denn diese kleinen Wichser da? Äh. Ja. Ja. So. Gehen wir schon weiter. Ähm. Hüteres drauf. Ey. Da geht doch Liebe raus. So. Bam. Ich bin auf Discord. Bam. Bam. Mit wem hast du gerade geredet? Mit der Stimme in deinem Kopf. So. Alles gerade richtig entspannt irgendwie. Ich weiß auch nicht warum. Ja. Ich habe irgendwie eine gute Zeit. Doch, das stimmt. Muss man sagen. So, jetzt noch ein Butler. Ja, das hat er gefixt. Warte schon. Ich bin auch ehrlich. Ja, dann heul doch. Oh. Ist hier plus 150 im Chat. Es tut mir jetzt leid an alle, die da im Stream sind. Sie ist ein Alpha. Ey, Lukas. Ja. Leute, kannst du nicht in Facebook jemand was schreiben? Hast du Geschwister? Hast du Geschwister? Ja. Geschwister. Äh, ich meine Schwester oder Bruder? Äh, beides. Äh, wie alt ist Schwester? Äh, ich. Junge, was ist los mit dir? 23. Ja, okay, gut. Gut. In meinem Bereich, ne? Perfekt, ja. Vielleicht will noch mal jemand eine Zahn in den Chat schreiben. Aber hier komme ich noch als Kleinkind durch, ne? Vielleicht will ich jemanden eine Zahl, danke. So. Die ist realistisch. So. Ich habe die Hände nicht mehr. Oh, Salo muss das wein sein. Ich glaube, der Chat hört nichts mehr. Viel, viel, viel Erfolg, Salo. Viel Erfolg, Salo. Meine zu abonnieren war schon immer schwer. Nichts stumm. Nur minus 50.000 Volume. Ja, naja. Warum schreibt die 1712 in den Chat? Oh oh. Boss Level, Leute. Jetzt müssen die Hydras drauf. Nochmal 9 damage mehr an alle. Oh, wir müssen hätten den hier machen müssen, dass er noch einen Hit aushält. Oh, schafft wir den so? Oh no. Oh oh. Wow oh. Wow oh. Wow oh. Jetzt, äh. Ich glaube, wir haben das nicht, oder? Oh doch, der macht gar nicht nur mal Schaden. Komm schon. Oh doch. Ah? Ne. Nein. Nein. Die eine Hydra. Ich spiele die ganze Zeit, ich vernieere. Ich spiele die einfach mal vor mir in den Modus. Also noch einen Run mache ich jetzt. So. Oh. Wir machen das hier, Stoic Titan. Und dann spielen wir die Ding-Taktik. Nicht persönlich. Bam bam. Nein. Okay. Gigi. Kindergarten. 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 Ich bin gut, wie jemand jetzt euch einfach hört. Kindergarten. Hab ich nicht gehört. Ja. Keine Ahnung, weiß ich, ob ich beide nett sind. Ja. Nee. Bin weggezogen. Sogar sehr gut im Kontakt. Lukas, oder? Ohnig, Bär und Pflanze. Wäre vielleicht ein Run. Warte, äh, ich höre gerade nicht zu, also ich höre gerade nicht zu, aber Nemo, dich sind schon, ich würde sagen, wir sind schon, also viel besser in Kontakt geht gar nicht. Sehr dick seid ihr. Ja. Sehr dick. Ist immer gefährlich. Mit dem spricht sie. Mit dem spricht sie. Mit dem spricht sie. Ähm. Ich weiß gar nicht. Ich weiß nicht. Ich glaube, Nemo spielt gerade einfach Selbstgespräche. Ja. Das ist es. Leute, wollen wir mal was Lustiges machen? Wir spielen. Oh nein. Idiot. Ich war in den Glasfügel und dann in den Butterthor. Ich war in den Glasfügel und dann in den Butterthor. Aber es geht ja gar nicht. Ich Idiot. Alter, ich hatte so viel Geld mehr. Manchmal frage ich mich, kann ich bitte, was ist das denn? Okay, okay. Digga, also Values will doch Loot sehen. Oh, das machen wir gerne. Können wir gerne mal machen. Er macht mir dann immer bis Runde 20. Lass uns. Oh, okay. Lassen wir das machen, Values. Wir machen das oder und. Also, wir machen das und. Wir können auch machen, dass wir, ähm. Eine Runde oder ein, zwei Runden machen, wer weiterkommt ohne Bärenbild oder sowas. Oh, Nemo. Kommentar? Dig mit einem Kommentar? Dein Kommentar? Na gut. Hallo, eine Runde Keks wechseln. Digga, das kann nicht sein. Schon ich jetzt. Was hast du eigentlich gemacht? Nemo. Nemo. Und. Bam. So. Das kann nicht sein. Ich hab kurz nicht aufgepasst. Da kommt der. Und da raus. So, ich spiel, ich spiel bis Glastor. Oh, no. Oh. Hat grad Ben. Hat grad Ben selbst kommentiert? Ja, mein Manuel. Gute Chat. Er hat grad selbst kommentiert. Crazy. Ähm. Ich bin, ich bin, ich kann nicht drüben gucken. Sehr gut. Digga, Ben wird einfach ausgekrittet. Warte, ich muss kurz hinterherkommen, warte. So. Plus 150, minus 155. Plus 200 und. Okay, das war's wieder. Bam. Weiter geht's. Das ist Manuel, seine Aufgabe im Chat. Das ist sehr, sehr wichtig. Manuel. Manuel, du musst uns. Hä? Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Benjamin. Kleiner Edefant. Benjamin. Geht von Land zu Land. Du, 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 wer? Ich kann mir richtig vorstellen, wie du da aussiehst. Egal. Einfach grad Chatkampf. Kriegt ja Chats. Ist das schön. Elis löscht einfach alle Nachrichten. Echt? Echt? Ist das schön. Ähm. Du Eye Kicks. Der Eye Kicks. Na, ich kann mal spielen. Oh no. Oh yeah. Haben wir jetzt gehabt trotzdem nicht. Sieht so das Video Engagement aus. Nein. Nein, um eins. Ich weiß nicht. Oh, der Run. Mann, schade. Das reicht um eins. Meine Güte. Was macht denn noch zauberig hier? Die Chatnachrichten. Warum nach dem ersten Tag? Einfach Krieg im Chat. Oh, der Spitzhäcke. Oh, der Spitzhäcke. Ich find's so witzig, dass... Es sieht so aus, als würde Manuel mit sich selbst schreiben. Sag mir, das ist ins Gesicht. Ich komm rum. Nur treten. Nein. Zecker 86. Okay, die Runde mache ich's, Mann. Oh mein Gott, du könntest auch auf die Mücke machen. Nein. Ich will jetzt nicht mit dem Glassdoor was krass machen. Wie schwer. Du hörst dich auch schwer an, also auf jeden Fall. Du hörst dich an, als wärst du so 60 Kilo ungefähr. Ich glaub, ich bin für Spam-Ban. Nein. Du könntest dir dir so ein Timeout geben, oder? Kann man ein Timeouten? Ja, ich denk schon. Ja. Für sowas hat man ein Chatbot, der einfach irgendwann timeoutet. Ja, Ben, mach mal einen Ruhigen. Mach mal einen Ruhigen, könntest du auch für ein bisschen reinzuteuern. Der Kipfel hat geschrien. Aber du könntest ihn gern Timeouten. Digga, ruhig ein Gastrohr. Setz dich halt für mich. Okay. Erstmal löschen. Nein. Äh, Ben, du könntest ihn da runterkommen, Digga. Du Luchs. Ja, ihr müsst wissen, er ist eigentlich nicht immer so schlimm. Er ist nur, er ist nur, du musst dich vorstellen, er ist halt noch, er ist noch ein bisschen jünger. Hab dich jetzt für eine Minute gebannt. Auch mit den Hormonen, Leute. Kuckiert. So, bam. Oh, Butler wäre nice. Oh, nice. Butler, bitte. Bam. Oh, schau mal. Einfach, ich bin einfach Epic Autotowers. Das entspannteste Spiel, was es gibt. Und währenddessen ist einfach Krieg ausgebrochen. Ja. Hab gerne in den Discord-Liebe zu. Ja. Eine Minute in die Ecke. Alter. Stopp. Darüber würde ich gern reden. Wurde dir früher von euren Eltern ein paar Minuten in die Ecke geschickt? Oder gab's für euch nicht? Holy shit, dann geh doch einfach. Keiner züngt dich, hier zu bleiben. Digga. Du sitzt aggressiv. Alter, du hast einen geilen Namen, aber holy shit. Holy shit. Geh in den Raum, ne? Einfach deine Zuschauer, Lukas. Digga. Ich will noch ein Ei. Ja. Was? 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 Ich überhört auch nur was von dir. Du bist richtig leise, man hört dich gar nicht. Du musst ein bisschen lauter reden, glaube ich. Oh, jetzt ist das nicht rum. Keiner züngt dich hier zu bleiben, Ben. Benjamin. Oh, das ist fast eher Schläge. Hast du normale Schläge oder so mit Gürtel auf den Hintern oder sowas? Ja. Oh, nein. Das ist genau nicht ab. Noch eine Snake, oder? Nein. Hallo. Nein. Ich will nicht, dass du... Ich lach nur. Ich glaube, ich schau wieder voran. Hm. Ehrlich? Nein. Nein. Oh, ein HP. Ja, man. Ist ja nicht schlimm. Ja, man ist gerade so durchgekommen. Das war skaliert. Ich habe gesagt, ist ja nicht schlimm. Knappes Ding hier. Also, Nemo redet gerade doch mit Ben. Nemo redet doch mit Ben, Leute. Juhu. Guten Morgen an Commander Labelle und Celanan. Celanan. Das erinnert mich an meinen Videotitel Nanan. Oder Nanan. Oder wie auch immer ich das genannt habe. Nananan. Nanananan. Nanananan. Machen wir den hoch oder den? Kappa ist da. Super ist wieder da. Kappa ist da. Ja. Kappa. Moin, Leute. Nicht gedacht, nochmal vorbeizuschauen, aber mein Sohn meinte gerade, dass sie online wären. Let's go, Kappa, Digga. Endlich. Lukas, du sollst Ben entmuten. Okay. Ben Geige. Wenn ich dich entmute, dann bist du bitte ein ganz... Dann bist du bitte ruhig, okay? Ganz angenehm, okay? Celina hat mich hergeführt und gesagt, du bist ein Experte in dem Spiel. Er ist so cracked in dem Game, dass er schon an Runde 30 ist, obwohl es nur bis 20 geht. Bin so cracked in dem Game. Du kannst vielleicht die Stream-Video zurückgehen, dann siehst du eher, wie cracked ich bin. Weil jetzt... Ich will gerade einen tollen Run, aber ja. Ihr könnt auch... Kappa. So. Ich bin das hier noch. Du bist jetzt vielleicht so eine Glasschau noch mal upgraden. Oh, es geht so knapp, wäre in der Glas auch so schlecht. Und bei normalen Bills, diese Dorn, Leute, richtig mies. Guck dich an, wie die da durchgehen. Oh, oh. Ey, ob wir gerade noch so stark. Alter. Hält er gerade das richtig Leben am Limit. Okay. Was spielen wir als Civitas noch? Oh, nein. Nicht der Goldstehler. Nicht er jetzt. Oh, Manu. Ja, ja. So, was haben wir jetzt? Schönes. Ich will noch den Butler weiter. Oh, diese Dorn-Typen sind so dumm. Warum sind die so unfair? Wir müssen doch irgendwas spielen. Ja. Ich meine, das ist jetzt hier trotzdem. Oh, Mann. Guckt ja das Leute an. Wieso bist du denn hier? Ja. Bam. Bam. Minus acht Gold. Alter, ein Gold, Leute. Heute ist Payday. Jetzt richtig, aber ich kann mir gar nichts machen. Einfach nichts. Einfach nur, wo nichts passiert. Ja. Wow. Ähm. Weiß ich gerade nicht. Ist irgendwie so ein Bild, das ich gefunden habe. Oh, no. No. Oh, mein Gott. Nein. Soziale Kompetenz hat Angst vor ihm. Wie können wir jetzt am besten die Runde überhaupt gewinnen? Gibt es einen Ausweg, wie wir das noch irgendwie drehen können? Ben Geiger und Newton. Oh, Mann. Oh, nein! Das wäre das nicht gewesen. Okay, weiß doch nicht. Dice roll. Ich glaube, das ist die Falle. Mach es nicht. Ben, ein Newton und der wird heißer sein, hat er gesagt. Okay. Er hat das nicht an, also was er es meint? Ja. Ja. Was war das? Was war das? Wie sehe ich eigentlich aus? Warum sagt mir niemand, dass man den Herd einen so kacke sah? Sieht aus, die Dicke gut war. Okay, jetzt nochmal überlegen. Oh, Mann. Ne, 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 ne. Ne, ne, ne. Ne, ne, ne. Ne, ne, ne. O, so ein Intro. Selberes Snake. Okay, ja. Und das Land. Nein! Nein! Snake entwendet, nein. Kappa erinnert nochmal an die Umfrage, die wir hatten, über dieses Pferdespiel und dass da eigentlich rauskam, dass die Mehrheit es spielen wollte. Oh! Ist ja ein schwieriges Thema. Ich habe ja auf jeden Fall Nein gesagt. Aber ich glaube, Yunus hat es doch angeguckt und ich glaube, es gab doch kein... Man könnte es nicht gescheit spielen, oder? Du hättest, ja, theoretisch könntest du das auf einen USB-Stick ziehen oder so. Achso. Aber, ja, wahrscheinlich Windows 7 oder XP braucht man dafür. Guck mal, wer hat das Spiel? Du meinst wohl Barbie Pferdeabend im Reitercamp? Ja, das ist doch diese ISO-Datei gewesen, oder? Also, wir werden so reingelackt. Drei One-Shotter, wir werden so reingelackt. Also, wir hätten das verloren, wenn irgendwas anders gekommen wäre als ein One-Shotter, Junge. Oh, ist der Boss? Okay, okay. Ich glaube, das können wir machen. Ich glaube, das machen wir. Ich habe uns ein bisschen aus der kniffligen Ra-Ding rausgespielt. Wir könnten... Ähm... Ach, bitte noch eine Snake, das wäre schon... Oh, wichtig! Können wir das gewinnen? Oh, da hier ist Sicherheit pro Hit, das nicht das... Okay, okay, okay. Doch, wir haben es gewonnen durch. Oder? Oh, let's go! Let's go! Glass Tower of Auto win einfach. Okay, jetzt wollen wir noch... Wollen wir das überhaupt? Ähm, doch, wir machen das hier noch. Äh, Kappa schreibt gerade, hatte gestern als Geburtstag und bin nun 66. Würde dich das gerne noch vor meine Rente spielen sehen, Baba. Aber... Geiler Kerl. Alter, ey, Kappa muss man doch sagen, alter. Kappa sollte streamen einfach. Stimmt, Kappa. Die ganze Butter ist Level Max. Level Max. Gibt's da YouTube-Videos? Gibt's da YouTube-Videos von... Ist die Frage. Gibt's einfach wirklich vor elf Monaten? Nein. Ähm. Ähm. Aber spiel nicht. So eine Runde beenden, oder? Ich glaube, ich kann nicht viel machen. Aber genau, auf dem... Chess sollten wir langsam spielen, eigentlich. Ich hab bestimmt viel machen können. Egal, geh wir rein. Oh nein, es gibt diese Teile. Oh, warte mal. Die zählen permanent ab. Oh, die sind jetzt so nervig. Oh, guck dich die Stats an. Die waren grad so wunderschön. Ah. Hä? Warum gehen die XP hier hoch? Alter, warte, die XP gehen trotzdem hoch, dass er dann direkt upgradet? Alter. Das wusste ich nicht. Nein. Ähm. Was wollen wir? Hat er nicht grad Nein gesagt? Ich bin so froh, dass man timeouten kann. Das ist... Wow. Leute. Das ist wichtig, dass er schon wieder ist. Nein, wir verloren. Das ist schon wieder das. Wie geht der Glaser raus so scheiße? Oh Gott. Nein. Nein, da kommt doch. Uff. Nein. 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 Die Snacktower jetzt Meter. Oh ne, jetzt kommt auch noch der. Der Snacktower. Ja. Ich glaub die Runde muss der Full Snacktowern machen. Äh. Das machen wir. Der Glaser ist halt so weak, man. Oh man. Digga, der Butter ist halt auf Max. Wie kann der so sch... So wenig... Oh. Boah. Dieser abziehende Typ ist so nervig. Der macht unser Glas auch so weak. Oh, ich glaub das war's. Was können wir jetzt noch? Ach, die Runde ist jetzt richtig nervig. Warte. Okay, wir wollen ein Experiment vielleicht. Können wir es... Oh, plus 50 hätte ich mal geschrieben. Alter. Das war sogar Manuel, okay. Das könnten wir sogar respekten. Ja. Also wenn er sagt plus 50. Okay, Ben, du bist jetzt wieder da. Hast du auch was du sagst? So. Was spielen wir? Kass? Hallo. Zwei Worte? Ja. Geburtstag? Mhm. Drei Worte, drei Worte. Geburtstag? Ja. Du? Ja. Rot. So. Aber gut. Schön ruhig gesagt. Salf gesagt. Fand ich gut. Ich find auch geil, dass jeder ein Anspruch recht hat, wie viel man mich lauter stellt und ich selber nicht. Ja. Ja, das macht doch Vollsinn. Sehr ruhig. Also ich find das eine sehr gute Kommunikation mit dem Chat und das mir noch mit einbezieht. Ich find das gut. Ich krieg's ja nicht Prinzessin, zum Beispiel meine Frau ist nehmann. Kappa. Kappa ist zu gut. Kappa ist nicht voll. Kappa ist einfach. Kappa ist einfach. Nein, 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 nein. Ich kenne mich wieder. Ja. Wie überleben wir überhaupt noch? Aber er labert halt echt keinen Schritt, ne? Ich wollte eigentlich die ganze Zeit, dass wir schon verlieren, aber ich weiß jetzt nicht, was die ganze Zeit machen soll. Lukas? Ja. Hallo. Wollen wir 1v1 in Schach spielen? Was ist denn? Hä? Was denn? Genau. Digga, was seid ihr alle so toxic? Junge, ich mein... Ja, okay, komm, ich kann's verstehen. Ich kann's verstehen. Ich weiß noch nicht, wo ich verstehen. Ja, man. Rippertief. 5€ Donation ist gleich 5 Minuten Ban-Mute. Ja, okay, Digga, da will ich aber auch mitmachen, ne? 2,5€ krieg ich... 20€, wenn du das nicht machst. Ey, oder... 100€ nicht lieb den Server. Aber mit 100€ bin ich zufrieden. Ich kann auch den Server lieben für 100€. Hallo. Oh nein, Matz ist da. Er will... Er will... Er liebt dein Velo-Gameplay für Royal Tower, Digga. Für Epic Towers. Das geht direkt weiter. Er voll bütet mich. Er voll bütet mich. Digga, das fucking Geld, was ich ihm gezeigt hab, weshalb er jetzt nicht mehr mit mir... Digga, guck, was die Leute in den Chat schreiben. Sie schreiben, Ben redet wieder zu viel. 5€ Dono, wenn... 5€ Ben mute. Also 5€ Dono, 5 Minuten Ben mute. 20€, wenn du das nicht machst. Brutwort, was du musst, Ben, 1€... Ja, fucking Lukas soll mal den Scheiß-Stream ausmachen und mal endlich wieder zu mir Valorant-Grinden kommen. Mann, oh Mann. Digga, jetzt muss ich hier zwei Leute muten. Was ist das denn? So, jetzt wird es wieder entspannt. Wir spielten zum Beispiel noch eine Runde. So, einfach beide muten, passt Lukas. Oh. Oh. Lass uns. Ähm. Boah, war Asnektor halt so schlecht zum Scalen später im 8. Zeitentor. Und er wurde genauso gemutet. Ähm. Oh, Doppel-Ei. Die fängt jetzt auf Doppel-Ei. Ja. Wie? Das ist... Ja, das passiert ja. Das ist so ruhig, ne? Also bei mir ist es so ruhig. Du bist eigentlich ständig ins Bettchen. Boah. Boah. Nein. Boah. Boah. Wie? Wie? Digga's Eischwerdnis drauf spielen. Du wirst doch zwei Routen schaffen. Die andere Runde kommt schon. Okay, den können wir... ...hinhauen. Oh, ich glaube, das reicht nicht. Rate mal, wer gemutet ist. So, was spiele ich jetzt? Ähm... Was spiele ich denn? Nee. Oh Gott. Oh, das ist ja wunderschön jetzt. Boah, wir haben so viel Gold jetzt. Weck mal anfangen an. Jonas, redet mir bitte. So. Bamm. Das ist vielleicht der abwechslungsreiche Stream, den es gibt. So, als sollte Ben nicht mehr mit dem Gemüse erzählen, würde Bescheid sagen. Ich würde da meinen Sohn kurz rausschicken. Ich kann nicht mehr. Langsam tun die Wangen wie vom Lachen. Digga, was geht hier ab? Epic Outed House einfach. Epic Outed House. Plus 50. Er hat plus 50 gesagt. Manuel Polkert hat plus 50 gesagt. Also, Leute, der Chat entscheidet. So. Digga, ist das geisteskrank? Kleiner Wichser. Hier stand ich mal minus 50. Du bist direkt mit dem Muten. Du wollender Wichswurst, Digga. Ist das geisteskrank? Digga, das ist so geisteskrank, ne? Ich geb dir so eine aufs Maul. Minus 50, minus 50. Du kannst trainiert haben, um deine... Hab ich nicht, okay, schade. Der wird angenehm. Oh. Du hast 50. Ich kann auch wirklich... Ich kann auch wirklich normal sein. Ich bin einfach am reden. Ich kann auch normal sein, ne? Ich beleide hier Menschen auch zu Tode. Weil mir langweilig ist, aber... Keine Ahnung. Okay, meine ehrliche Antwort in den Chat. Soll ich mal wirklich ganz normal sein? Also wirklich... Okay, ich bin so normal, aber... Soll ich mich mal wirklich verhalten können? Meine ehrliche Antwort. Ich muss auch mal einen Content machen. Ich denke an euch. Lukas, hast du mich noch nicht gemütet? Ja, gemütet? Nee. Du musst noch da. Guck mal, Manuel meint... Nein. Manuel will halt den Beef. Manuel will den Beef. Wer ist Manuels Meinung? Junge, als ob ihr mich... Also, als ob ihr mich nicht lustig findet. Ich mein... Ich mein... Jeder... Guck mal, guck mal. Ich sag euch, wie es ist. Ich sag euch, wie es ist, ne? Ich sag euch, wie es ist. Ich bin... Pass auf, ne? Ich sag euch, wie es ist, meine lieben Freunde. So. Ich bin eine Person, die gibt's nicht zweimal. Die gibt's nicht zweimal, ja? Kriegswichsen 1 gegen 1, können wir gerne machen. Die gibt's nicht zweimal. Ripper Chief meinte gerade, dass wohl Maxim ein Game gespielt hat. Also Frost Rain, was ähnlich sein soll bei Epic Out of Towers. Ich hab da nur kurz reingeschaut. Auf beim Streamen bei ihm. Ähm... Ja, jein. Ist auf jeden Fall kompliziert. Ich find's nicht so cool wie Epic Out of Towers. Ich hab wieder 1 HP. 1 HP. Aber weiter geht's. Ja, Frost Rain... Keine Ahnung, ich komm mal rein, komm mal, ich weiß nicht. Hallo. Bist du jetzt so schön im Grand drin? Hallo. Ja, aber irgendwie nicht so ansprechend. Hä? Hä? Oh, warte, jetzt muss ich den machen. Hey, glaub... Okay, warte. Glaubt ihr, ich hab Freunde im Leben? Ja, das ist doch Martin. Ja, ihr glaubt... Oder heißt er Matthias, oder? Ja? Ja, ich bin voll geliebt. Hä? Ich glaub nur, dass du für die Zuschauer einfach zu laut bist. Ja, ich hab mal jetzt, sag nicht wieder dein Pferdeding. Das ist... Dein hat's okay. Äh, an Commander Labelle. Oder wie auch immer. Schönen Abend noch. Ah ja, tschüss. Tschüss, schönen Abend noch. Man muss, man muss die Zuschauer ja, ähm, gut behandeln. Man muss frier raus, oh du armer Mann. Ja, richtig. Hey, aber, guck mal, guck mal. Okay, Lukas. Ja? Dann müssen wir zusammen zocken, ja? Bin ich so schlimm? Nein, nein, nein. Ich sag dir, du bist gerade nur einfach zu laut. Also, guck mal, wir alle reden so normal. Guck, als wir alle reden und du, du schreist. Ich denk auch nicht, ihr seid ja auch keine Verilter-Kompeten. Ihr seid ja so epic. Also, ihr seid wirklich so welche, die, ihr seid so... Ihr legt euch in die Badewanne jetzt. Guckt euch den Snack-Tower an, wie er gerade destroyed wird. Und dann der Egg-Tower und dann der Guardian-Tower, weißt du? Bei euch geht auch eine andere Welt ab. Ich finde es auch geil, wenn ihr 4 XP bekommt, ne? Das galt euch voll an. Weißt du, was ich meine? Ich kann nicht. Der Glass-Tower, das galt euch voll an. Benutzt mal den Thief-Tower. Was bringt der Thief-Tower? Der Thief-Tower. Was bringt er? Geld bringt er. Und ein bisschen Schaden für den Chest-Tower, wenn man mit dem Spiel stimmt. Aber der Drache gibt mehr Geld. Ich hab eigentlich keine Ahnung von dem Game, aber keine Ahnung, das macht einfach Bock. Naja, man meint so. Und Leute, ich hab einen Plan. Ich mach die Prinz so, dass wir automatisch pro Runde einen Drachen bekommen, ohne da leveln zu müssen. Was hatten die Prinzis da? Mega gutes Design-Tower. Ja. Schön. Oh. Nein, die hätten öfters. Oh, wie können wir auf die Welt geschlagen haben. Die ziehen richtig Geld ab. Oh, Mann. Egal, wie im Drachen. Ramp or win. Ich muss schon ehrlich sagen, also, dicker, ich glaub, ich bin so ein schlechter Sohn teilweise. So respektlos teilweise. Also, wirklich, Mann. Also, ihr müsst trafen. Ich hab halt russische Eltern. Und die Dinger, mein Vater zum Beispiel, der ist so am hängen. Der ist so alt. Der ist schon 67. Der ist wirklich so ein Hänger manchmal. Oh, keine Brüse. Also, wirklich, ich muss den manchmal anschreien, damit er was trafst. Aber manchmal bin ich schon sehr undankbar. Da hat man, ich bin wirklich kein Guter so manchmal. Bin ich ehrlich. Oh, ob ihr zieht so? Nein, warte. Ich mach einen Realtab aus der Seite. Warte kurz. Okay, nass du uns doch. Oh, ich hab so Angst. Ich bin, ich bin, ich bin, glaube ich, ich bin der Freund. So an sich. Ähm. Aber. Oh, no. Also, ich mein, ich mein, so Kumpelfreund. Aber, jetzt meinen Eltern, weiß ich nicht. Obwohl, zu meiner Mom bin ich immer ganz nett. Eigentlich. Ja, obwohl, nicht so. Lukas, bist du ein guter Sohn? Hm. Arzt nicht und arbeitslos? Ja. Obwohl? Du bist ja nicht arbeitslos. Also, so würde ich sagen, bin ich nett. Ich muss sagen, dass ich schon immer gut gelaunt bin. Also, wirklich guter Sohn oder nicht so? Doch. Oh. Oh, doch. Es gab natürlich Zeiten, wo ich, wo ich, als ich auch so 13 war, war ein bisschen schwieriger, sag ich mal. Aber ich würde sagen, ich würde sich eingependelt. Ja, ich sag ehrlich, ich glaube, ich würde lieber einen Sohn haben als eine Tochter. Auch teilweise, weil ich einfach nicht so mit den Mädeln, so, ein bisschen, also, ich mein, ist es nicht auch bei Mädels so oft so der Fall, dass man, dass man lieber eine Tochter hätte? Wenn man kann so besser connecten. Ja, stimmt. Ich weiß nicht. Ist noch nicht so weit. Ich meine, da kann ich so mit den Sachen machen. Ich mein, und mit einer Tochter könnte ich so, naja, weiß nicht so. Da muss ich meine Frau zu kümmern. Das war kackig doch. Ich bin da noch unangenehm, oder feindlich, oder so. Aha, Leute. Oh, jetzt kommt, okay. Das ist eine Freeway, weil das ist der One-Shot-Build. Papa, was ist denn deine Meinung dazu, du Vater? Du bist ja schon ein Ruhe gestein. Das würde mich mal interessieren. Mach mal einen Chatty mit. Papa, bitte mal Ruhe. Papa hat doch keine Interesse an deine Scheißmeidung. Du kannst einfach nur in den Minensfalle reinsteigen, wie du. Aber du darfst jetzt, gerne nicht. Ich glaube, es ist angenehm. Ah, ich war schon fast am tippen. Okay. Was spiele ich jetzt? Ich habe einen Drachen. Was können wir jetzt noch machen, was krass ist? Ich habe ein Ei. Bam, bam, bam. Bam. Oh Mann, die funktionieren alle nicht so, wie ich es wollte eigentlich. Mh, 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 mh. Nee. Nee, ich muss sagen, du bist gar nicht so schlecht, der veteran. Na, es leckt halt immer bei mir. Sagst du nicht, du? Du? Ja. Ja. Schon. Junge. Ich kann mich jetzt nicht mehr so dran erinnern, aber ich denke, du hast gut. Nein. Zeit. Nein, aber bald fängt die Ausbildung an. Ah, machst du Ausbildung? Mhm. Also, du willst es gar nicht sehen, Nee, nicht mehr. Was machst du Ausbildung? Industriekauffrau. Ja. 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 Was heißt denn davon, dass ich Musiker werden will? Was? Du like oder cool? Oh, bitte, 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 Leute, bitte. Ja. Was willst du lernen? Nicht noch eine Wave. Da kommt eine dritte Wave. Ach, du gemein, bitte. Ja, ist doch cool. Oh, man. Alle witzig aus, wenn wir sind so, oh, Prinzess ist so. Ist das gut? Oh, kack. Was, was machst du da? Hä, ich will doch Musik schütteln, das habe ich doch heute erzählt. Dann habe ich nichts gehört. Du warst lange, ist ziemlich gemutet. Ich weiß es nicht. Alter, jetzt geht es los, Leute. Jetzt geht es los. Hört ihr mich wieder? Hört ihr mich wieder? Ich denke schon. Also, wir hören dich ja, aber nicht im Game. Nicht ingame. Das ist so ein Wurschick. Aber ich bin krass, Bro, ich bin krass. Was verschiehst du daran, ich bin krass. Ja, Bro. Oh, nun da war ich nicht erst. Lukas? Ja? Sei mal ehrlich, was hältst du mal ehrlich? Was hältst du mal ehrlich? Was hältst du mal am ApoRed-Kommentar? Warte kurz. Was hab ich dir doch erzählt. Was hältst du mal am ApoRed-Kommentar-Kommentar-Kommentar-Kommentar-Kommentar-Kommentar-Kommentar? Ach, das war voll lucky. Also, der Clover Tower war richtig strong jetzt so early. Ist zwar ehrlich strong. Ich würde eigentlich nur Clover Tower spielen. Wenn ich das Spiel spiele, guckst du meins wie im Kapper? Ich meine, die Frage war du aber ernst. Ich, ich google das. Ich guck jetzt, wo das ist. Also, ich hab noch nichts willkommen, Valios. Barbie? Ey, wollen wir nicht wollen wir nicht irgendwas cooles zusammen machen, Leute, im Stream? Also, wie flack haben die gerade oh shit? Ey, Lukas? Ja? Wollen wir nicht mal irgendwie zusammen scribbeln in der Runde spielen so für die Abwechslung? Ähm. Ich mein, ich fände das voll lustig. Also, ich glaube, ich gehe auch bald auf. Was? Noch ein, zwei Runden. Ja, ja. Spaß, oder was, du kack Schwanz? Ich bin ein bisschen müde. Es ist Mitternacht, man muss morgens früh raus. Digga, ich hab heute Bro, nein. Oh, noch einer. Oh, beides. Clover Tower. Juppie. Geht noch spiele fünf. Okay. Also, ich glaube, es gibt keinen besseren Anfang für Clover Tower unter der Restor. Es gibt keinen besseren. Wir haben zwei und fünf in der siebten Runde oder sowas. Das ist crazy, crazy gut. Digga, Kappa, wie alt ist denn so ein Kappa schreibt schnell. Denk deine Zahl aus. Bei mir ist das bei mir ist da gar nichts weil du hast. Komisch. Hast du es sicher mir geschickt? Bei mir ist da irgendwie nichts geschickt. Komisch. Digga, Manuel. Der Typ spams doch nur Lach-Emojis, ne? Halt. Alter, guck dir an, wie sie die wirklich den Boss machen. Alter, Junge. So hohes derzeit schon. Ey, Lukas, warte mal wirklich streamen, wenn du arbeitslos bist. Ja, let's go. Warum nicht? Ah, jetzt, jetzt. Ich meine, du machst das sowieso nichts den ganzen Tag. Dann machst du was. Ne, das ist gut, warte. Ähm, doch, ich mach relativ viel. Ich schlaf tatsächlich. Und dann steh ich auf. Und dann, was noch und dann was noch? Oh, es geht richtig ab bei mir. Dann ess ich was, kennst du das? Wenn man so dieses komische Gefühl im Bauch hat, dann muss man irgendwas so in seinen Mund machen. und dann kommt nicht vom Essen. Warte. Oh, warte. Oh, mach grad was falsch, oder? War nicht. Ey, kennt ihr, also, oh mein Gott, was soll ich? Ah, warte. Hä? Lukas, wie kannst du Leute zum Mod machen? Warte kurz. Mach mich mal zum Mod. Was ist das? Ähm. Wenn ich ein Mod bin, dann werde ich auch seriös sein. Warte, so, ich spiele mal weiter. Ähm, wir haben jetzt die Chorze, die Chance, die Chorze. Ich will spielen ein Ei, weil wir haben sowieso einen hohen, hohen, äh, hohen Carry. Bam, 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 easy. Was ist das? Was ist das? Den hat man direkt keinen Bock mehr. Was ist das denn? Ähm, aber das ist noch besser, wie ich sage. Ich könnte jetzt nicht mehr irgendwas kaufen. So. Ähm, 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 what? Dinger, wie clean, im Gild direkt. So, jetzt mache ich das wieder weg. Warte, mache ich bam, und, bam. das Problem ist halt, wenn wir mit dir reden, du aber nicht im Chat bist, dann hört man nur uns, wie wir mit uns selber reden, das ist komisch. das ist so krank, das ist so krank, das du, wie Eier hast du was zu sagen. Das ist so krank. Du bist so ein asozialer Mensch. Kannst du das sagen? Oh, nee, jetzt kommt wieder der Geldabzieher. Letzt mich richtig krass. Boah, jetzt ist Robin schon weg und jetzt sieht er mich gar nicht leiden hier. Digga, was habe ich euch getan? Was habe ich euch nicht getan? Habe ich euch irgendwie verraten? Warte. Habe ich euch irgendwie verletzt? Ich muss sagen, ich muss sagen, auf eins kann man dich easy hören. Oder auf drei. Nee, du bist auf drei, du bist auf drei, ist genauso laut wie Jonas auf normal. Woher hörst du mich? Ich habe ja auf drei, du bist genauso laut wie die anderen auf normal. Ja, dann sollen die halt leiser machen, die Wichser. Habe ich gar nicht, man. Aber was ist an euer, man, wie du heute so fachstig, man. Ich finde das auch uncool. Du kannst jetzt einfach, du kannst jetzt öfter eine freundliche, er sagt raus, und dann ist alles gut. Okay, liebe Leute, äh, okay, ich weiß es nicht. Da heißt es mal wie in so einem 50er-Stream. Ich hole seit zehn Runden nicht ein, was ist das denn? Okay, wie war euer Tag gefreut mit mir, wie du das hast? Ich habe mir gar keine Ahnung bekommen. Ich habe mich nicht mehr als andere. Was ist das denn? Lukas? Ja. Ja. Ich muss mal wieder checken, ob ich mich bin oder nicht. So, nee, nee, nee. Aber sicher, sicher, sicher ein Spiel. warte seit haust du einen zweiten bildschirm um den chat zu lesen wenn nicht könnte man ben durch seinen mut geld gönnen warum versucht wenn bei dir zu halten dann kann der doch alleine stieg also ich muss euch vorstellen wenn es eigentlich so relativ normal und spiel so gut ist das immer das hat nur ein bisschen aufgedreht leute das müsst ihr verzeihen ich denke gerade ich bin schlechter mensch ja die denken ist jetzt ehrlich immer wenn ich streame junge bist du nur am fronten und die kennen dich ja nicht weißt du ich war einmal gestern dabei oder vorgestern ja du hast beide waren nur am fronten die haben leute okay dann jetzt nee nee okay wir sind wir sind ein stream wir sind ein stream und wir vermitteln werte ich mache das wieder auf eine normale lautstärke und du entschuldigt dich beim chat und da wirst du normal okay ich geh jetzt wieder tschüss tschüss nemo okay tschau okay ben deine zeit zu scheinen den mikrofon hat sich abgedenkst du musst du musst jetzt eine schöne schöne entschuldigung machen also also nicht so eine sache sondern so normale soll ich was ehrlich sagen okay okay und den restlichen 21 zuschauen es tut mir sehr leid der restlichen 20 zuschauen ja red weiter wenn du was so gut dabei komm schon hier auch mal real talk ja okay leute ähm was soll ich sagen wisst ihr es tut mir leid ich dachte ich wäre halt mal lustiger weißt du keine ahnung man was soll ich sagen ich bin selbst von mir enttäuscht eigentlich nicht ja ich bin halt ein bisschen aufgetrieben was soll ich sagen ich habe halt spaß ich versuche halt shit zu labern irgendwie wenn ich mir so randoms rede dann wird es mir dann kommt immer so diese lust auf auf shit talk weil ich meine junge im endeffekt wollen wir alle spaß haben ne ich glaube für euch ja 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 doch doch das reicht ja so ist nicht so ist nicht für mich ist halt spaß euch zu triggern ähm ich habe euch alle lieb so ist nicht ich finde es sehr gut dass ihr es ähm oh mein gott du kannst mal aus deiner arbeitslosen zeit helft ich meine sonst ja ich meine halt ehrlich digga was ist sonst noch alter ähm altruist ich habe gerade die idee wir machen hier hinten so ein tnt sprengkerne das problem ist alles was man die ab jetzt spielt was nicht einfach sich hochsteckt ist einfach schlecht in der ebene digga das ist ein bisschen nervig jetzt aber weißt du ich glaube halt dass das pferd also dass der horse tower nicht stark genug sein wird um die waves zu überstehen und dann nur tnt ähm ja oder halt dann wirklich noch eine sache lukas ja ihr müsst halt aber auch mal verstehen chat ja ich habe also um die uhrzeit wirklich alle leute sind schlafen weil es halt schule oder arbeit oder so und lukas ist der einzige afkaler der scheiß autotaus seit sieben stunden gestern gestreamt hat auch vergessen digga da muss ich rein und den einfach abfucken ja also wirklich es tut mir leid ihr müsst das halt verstehen das ist nicht nur Langeweile das ist digga ihr müsst den Typen mal kennen digga lukas ist so jemand lukas ist so jemand der erzählt nicht also der 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 meint so richtige shit calls so richtig ernst der meint so es wäre smart wenn man sich in die Hose kackt das ist so ein lukas call ihr müsst das verstehen Leute ihr müsst das verstehen und dem Typen mit dem Typen irgendein Bullshit zu reden das ist einfach lustig und das ist halt einfach ich weiß nicht ob es euch unterhält aber ich finde es selber assi lustig mit ihm also ich meine ich finde es auch lustig dieses gemütet sein wird so ich wünsche mir jetzt nicht aber das ist halt natürlich lustig wir sind ja auch nur Freunde ja 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 richtig und ich weiß ich weiß ich bin halt eine geile Sau und ich hate viel ja stark Ben stark wenn es euch nicht passt also guck mal ich meine Lukas lässt mich wohl eher im Discord als euch im Stream wenn es euch nicht passt dann könnt ihr gehen so Lukas jetzt sagt nichts Falsches der letzte Kommentar hätte nichts sein müssen der Rest war richtig gut stimmt mich auch zu also der Vorband übel clean ja ich meine ich bin halt ein bisschen am labern was soll ich machen man clean 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 das guckt ihr euch ja nicht guck mal ich meine guck mal Digga ich meine Digga sonst müsst ihr Side-Out-Stream gucken ohne also ach du Scheiße wisst ihr was ich meine ja also ich find's chillig es ist so alte Leute ist es hier so entspannt es ist so schön ja Leute ich versuch nur zu erzählen guck mal guck mal ich meine von euch Twitch Chat Twitch Chat ihr müsst auch mal einfach mal YouTube ich bin auch netter zu euch wenn ihr auch netter zu mir seid true vielleicht bin ich ein Arsch am Anfang gewesen aber dann müsst ihr auch mal netter sein guck mal ich meine guck mal ich hab was erzählt von meinem Tag und ich hab was erzählt ey ich hab jetzt Aufnahmen gemacht und dann kommt keine Frage zu was wie hey für was oh mein Gott krass und wie war's es kommt nur Digga halt die Fresse wisst ihr ja ja ok 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 dann find ich's auch nicht cool ja 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 so keine Ahnung man da musst du mir verzeihen ich bin immer im Game drin ich bin immer im ich bin sehr fokussiert in allen Spielen weil du musst dir vorstellen ich spiel hier mit Dicetowern ne wenn du da rerollst dann kommen die plus Digga Dicetower die überlebe ich eigentlich noch ist das Tic Tac Toe oder was die überlebe ich doch das Pferd wahrscheinlich ja wahrscheinlich ja Tic Tac Toe aber langsam müsste man hier trotzdem Schluss sein aber wisst ihr was ich meine ich glaub was ich spielen soll dass ich das vielleicht turnen kann wir können auch so ein nicer Chat sein wir können auch so ein nicer Chat sein ich kann auch einfach ganz nett sagen hallo liebe Leute ähm wie war euer Tag aber das wäre ja auch langweilig ne kann ich auch mit meiner Oma reden du musst ne ne du musst dir aber vorstellen guck mal die hätten jetzt wahrscheinlich alle einen langen Tag die wollten einfach nur so einen spannenden Stream gucken ja und du bist einfach ein bisschen laut weißt du das ist eigentlich egal was du sagst auch wenn du nicht bleibst du bist einfach ein bisschen laut einfach Digga nur nur 18 man muss Digga ein langer Tag mit langer Weile ich bin interessant so eigentlich suchst du von dir das nicht ich find dich ehrlich lustig ja ja hab ich doch gesagt Digga Digga Epic ist so ich hab dafür gar nicht die Gehirnkapazität doch 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 ehrlich du warst perfekt drin Digga das Spiel sieht auch einfach ultra ne langweilig aus ehrlich gesagt wir machen demnächst ein Spiel ähm du kommst zu mir und dann spielst du für den Chatgeige oder Bratsche Digga ich bin so gut ihr wisst es ich weiß ich weiß ich weiß du bist richtig insane deswegen Digga ihr wisst es nicht mein Eigentum stinkt aber dann stink ich halt es ist mega ich würd so gerne ausprobieren ich schmocker alter ja probier es mal aus kann sein dass er gegessen wird und dann respawnt was bringt der Slime by the way nein als ob schade äh der isst den Tower rechts davon und übernimmt die Stats Schaden und auch Leben oh mein Gott Slime du bist so ne geile Sau Entschuldigung Hagen Digga was hast du aus dem Voicestrike Alter Hagen ist da und Nils ist auch da oh no ich glaub wir haben wir haben ein kleines Problem who the fuck is Nils no front ok ok Nils wer bist du Digga Hagen Hagen holst du mich ab mit Luca äh holst du mich ab mit Martin oh das ist clean das machen wir ok warte ey Manuel komm warte zuerst mal Hagen ich bin gut in dem Game du bist hier so laut du bist hier so laut äh Hagen Hagen schreibt ich darf doch was auf der Gitarre vorspielen ähm Ben hol du die mal Epic Autotour und dann gucken wir die wie du spielst ok wie kostet das ne null nix es kostet das Steam oder wie ja ok ich hol mir das jetzt gut holst du das äh es ist ein geiles Game ja es ist ehrlich geiles 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 Game nein nein ich cap nicht ich kann gar nicht cappen geht gar nicht Digga er hat auch mal dieses Spiel gespielt mit diesem mit diesem unendlich langen hast du die Demo oder wie ja ja also das ist meine Demo ja es ist die Demo die Demo ist doch voll scheiße Digga nein nein das ist clean ich würde sagen Ben spiel das Spiel mal an zock ein paar Runden schau wie es geht wie weit du kommst und vielleicht halt kriegst du da wirklich Spaß also es macht echt Bock ja ist ehrlich ich sag dir aber du meinst okay so bisschen okay Türme setzen und dann bam bist du in der Sucht drin fertig nee nee fertig egal okay warte ich guck jetzt auch einmal meine Spielstunden an Digga ich will voll Apex spiel teilweise warte Digga die Musik ist auch so scheiße nee warte ja die Musik wegmachen guck dir die Sounds und dann Musik in den Hintergrund einfach laufen lassen ich hab 123 Spielstunden seit seit dem 17. Februar Digga das ist warte wie viel ist das das sind ungefähr 4 Wochen 1 Monat 123 Stunden ihr müsst das sich mal vorstellen holy shit okay ich hab mir 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 173 Stunden ja nee 123 ey ich geh kurz aufs Klo ihr habt eine kurze bandfreie Zone es tut mir leid Leute ey okay warte mal mal ein kurzer Realtop ne mal ein kurzer Realtop ja wenn ihr das also wenn ihr das jetzt meine ich das wirklich ernst wenn ihr mich wenn ihr mich wirklich asozial abfuckt findet dann hör ich auf so ist nicht aber wenn es so ein bisschen aus Joke also wenn es weißes krank abfuckt ist dann hör ich natürlich auf so ist nicht Alter ich überliebe immer noch ich überliebe ehrlich zu lang ich denke ich denke die ganze Zeit wenn ihr jetzt macht nur Spaß dann spann mal deine Eier alles fein holy shit natürlich ist das Game nicht scheiße also äh Kappa wechsel mal bitte Twitch äh ja guck mal Junge ich sag euch wie es ist Junge abgesehen davon Valios stell dir mal vor du magst keine Shooter und dann sag ich dir ein Shooter Game und du sagst du magst es nicht ohne es gespielt zu haben was ist denn das für ein Scheiß Call weißt du was ich meinen hä nee 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 aber aber Ben du kennst mich oder ich spiel nur Multiplayer Player vs Player Spiele du hast auch dieses Scheiß diesen Scheiß Zug Simulator da wo du die Schienen bauen musst Unrailed Unrailed ja das fand ich auch voll geil ja das ist nice Lukas Lukas Würdest du Hearthstone spielen obwohl du das Spiel noch nie gespielt hast würdest du es antesten ne ja ne ja siehst du ja nimm dir das das ist was anderes Scheiß Call nimm dir das ist auch was anderes Spaß Leute ich hab mich alle lieben neaaain ich glaub das war's jetzt Leute wenn es gedauert hat bis das ne der ist zu stark schade schade ähm oh da ist so ein nümlichen Call neben Hallo mit dem Twitch Call ich glaub wirklich auf YouTube oder auf YouTube sind so meine ist eher so meine Community auf Twitch das ist so ein bisschen nervig auch ich find YouTube generell auch besser ich weiß nicht ich bin der ich hab schon immer YouTube mehr gemocht weil ich find Videos immer eigentlich nice so an sich so ähm was waren wir boah ich glaub ich schon ein bisschen ein bisschen ob wir können ähm oh mein Gott wir gucken jetzt uns zusammen äh das Barbie Spiel an äh Strubbelkop ist auch grad äh noch im Discord hat gesagt er will Valorant spielen aber du hast den noch glaub ich noch auf Mute oh hallo 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 ja ich glaub wir gucken uns dieses Barbie Spiel an das heißt Valorant oh ja oh ja warte die Sonnenbrille schützt meine Identität warte wie ist das nochmal Kappa jetzt jetzt Kappa wo ist Carrying oh mein Gott wo ist das jetzt Hilfe Kappa hier ich glaube so eine Barbie Pferdamper im Reitercamp so das ist jetzt fett reingezogen ok warte wir gucken uns gleich an so ich glaube Fensteraufnahme ähm was hier oh warte ja so so warte hört man noch was ne dich hört man ja mich hört man aber ich brauche ich brauche so kurz dass man das Ding hört teuer im Reitercamp wir schauen ja oder ja man sagt ja alter jetzt bin ich jetzt bin ich gespannt ich zitter hey hallo ich zitter so nicht auf dem Boden ich mach mal eine Aufnahme auf YouTube jungs jungs jetzt geht's los mit verbi also teuer hallo herzlich willkommen zu Barbie Pferdeabenteuer bei 11 Monaten wir schauen uns tatsächlich diesen Klassiker oder Barbies Pferdeabenteuer 2 hey hey man eine kleine Frage an den Chat wo ist meine facecam warte bevor du das startest jetzt oh warte das war nicht das richtige ey ok warte Lukas darf ich noch schnell was fragen ja ganz schön bitte ähm was ist dein was sind dein Lieblingschips was was sind dein Lieblingschips chips achso chips äh alle Leute in den Chat ja Kessel Kessel Chips Sweet Chili ne du ja man ja deine Lieblingschips auf auf bald ok 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 Leute ab jetzt spielen wir ab jetzt spielen wir also wir wollen jetzt so für 1-2 minuten gucken wir das hier auf jeden Fall für Kappa weil Kappa ist jetzt schon so lange da gewesen wir müssen jetzt einfach kurz für jeden mal was was reinhauen mal zusammen mal zusammen an wir nehmen natürlich das hofeisen und oh ja ist das k warum ist die Quali so schlecht krass das Spiel ist sogar animiert alter ich bin selbst auch schon lange wieder müde nein ja Digga Lüge was wird dir Sturmbeer also sagen wir einfach er hat einigen Schaden Digga Leute warum redet ich denn noch weiter was ist das denn aber das Leben geht ja weiter oh nein Mrs. Robert es war ganz großartig das weiß ich hä ist das gar nicht so schlecht Kappa hast du ihr hast einen guten Geschmack oder wie ok ok das ist jetzt zu Hause Leute aber ich muss kurz mein Kontroll jetzt so wir spielen gleich das Spiel weiter ich muss kurz der Kontroll noch mal neu anschließen ich gebe Pass dir einen schönen Abend oh geht jemand tschüss ja Strubbelkopf ist wieder weg ok wir wollen jetzt so jetzt gönnen wir uns schön gönnen wir uns schönes Gameplay jetzt gucken wie ich das hier mach warte ich muss warte so weiter geht's sonst Barbie kann ich auch mit Delay angucken das passt das musst du nicht die Indiscot haben so komm was led ins Laden wir sind in Equestria kannst du wohl nicht überleise sein ok wir sind in Equestria ok Barbie bewegen drücke um Barbie zu bewegen nach vorne drücken drücke um Barbie ok da gibt es nur vorne vorne so schön wissen warte ähm hallo drücke willkommen auf Equestria Barbie du wirst Sommer Camp hier ganz sicher mögen leider hatten leider hatten hallo leider hatten wie langsam lief man ich glaube du musst weiter klicken ah ich muss weiter klicken ah wir neulich einen heftigen sturm daher geht das hier ja 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 jetzt im oben auch rechts auf die map jetzt gehen wir mal bis nach links ok bis nach vorne ein bisschen drehen so was ist das da hinten so ich glaube ich wollte es mit zurücklaufen und ähm wir müssen ein bisschen rennen wir müssen ein bisschen rennen oh hallo drücke ok mit dem wo wir reden hey du musst das neue Mädchen sein schön dich kennenzulernen ich bin Kyle und ich arbeite hier im ah ich muss wieder weiter drücken naja dann zeige ich oh es wird schon weitergehen bist du bereit zuerst werden wie hübsche Reitsachen auszufinden geh mal zum Schlafsaal und ja das Spiel ist voll spannend wie dein Reitkampf aus mega und und es ist so kurzlebig es ist mega das Spiel und gerade ich wollte hier kein etwas zu tun oder sowas hier zum Fortbahn im Reitcamp ja Wahnsinn da kommen gerade übel Emotionen waren wir hoch so jetzt renne ich wieder ein bisschen oh das Spiel ist was ist das was ist das nein nein ah 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 da hat leider leider die Hardware nicht gereicht für das Spiel die Grafikkarte ist durch meine Grafikkarte ist abgebrannt ich habe das Spiel dann doch meine Grafikkarte zu überschrapaziert Leute ähm das nächste Mal müsst ihr dann gucken wie es weitergeht ich habe meine Grafikkarte in den Reitcamp let's continue schaltet wieder ein wenn ihr Bock habt auf Barbie falls ihr mehr von diesem wunderschönen Barbie sehen wollt dann ähm dann schreibt es in den Kommentaren dann mache ich YouTube einfach wie Sport wir müssen rennen so was was gibt's hier noch ich muss die ganze Zeit äh äh Alter wir müssen mal Wii spielen ich hab so das da Wii da hat die 4 Minuten als Gameplay hoch ich mach's einfach so ein random Video Barbie im Reithof Geil wie cool ist es wäre wenn wir wenn wir einen Microserver machen und alle drauf kommen können und wir dann was spielen oder wir spielen einfach bis in Epic Auto Towers so ah das wollte ich jetzt spielen ich wollte jetzt mal ND das probieren dass wir mit Stairway to Heaven den Butler so hoch bekommen wie es geht und bam geht's weiter Leute ich muss mir kurz was zu trinken holen einfach irgendwann hast du gesagt das ist natürlich gar kein Ding ich 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 würde mich jetzt auch sehen wie es so hinten durch die Tür geht und will was zu trinken holen Hallo oh einmal können alle mal sagen auch du Alter mögt ihr Kranewasser oder trinkt ihr Mineralwasser lieber diese Ruhe legit ich musste erstmal googeln was du unter Krane Wasser meinst aber ja Leitungswasser ich trink Leitungswasser ich bin Sprudel ist bei mir nur bei Limo oder so Cola etc sonst Leitungswasser die ganze Zeit ja Leute es gibt nichts besseres als Kranewasser es ist ohne Mineral aber kann so viel davor trinken und es schmeckt so gut in Deutschland es ist so lecker Leitungswasser guck alle stilles Wasser Leitungswasser guck alter nemo schreibt das war so witzig ja nein du du hattest gefragt so hey Kranewasser oder Sprudelwasser und ich war mir so sicher dass du Leitungswasser meinst ja das ist so lustig alter aber warum hey ist es weil ich hier weil ich in der Pfalz wohne ist es so ein ich wusste gar nicht dass es so ich dachte das kann jeder eigentlich kann sein es kann sein dass es so ein Begriff ist ja also ich komme noch weit aus dem Süden also eher Bayern in die Richtung da habe ich es noch nicht gehört kurzer Funfact ich bin in Bayern geboren das ist lustig aber ich lebe jetzt hier in der Pfalz habe ich wieder geboren in neuen Dettelsau das kenne ich das ist nebenan mein Spaß alter Butler Prinzess Prinzess was oh mein Digga Runde 6 ich fasse es gerade nicht also das ist insane ja okay bitte der Winter helfen nur noch Lattungswasser leider zu viele Schadstoffe lieber Filter ja kommt drauf an wo du wohnst also ich glaube also bei mir muss man auf jeden Fall immer nicht filtern das sieht man jedoch daran wenn man beim Kaffee zum Beispiel im Wasserkocher Kaffee äh Wasser kocht und dann sieht man ob der nach der Zeit grün wird oder so Kalkes bekommt daran sieht man glaube ich ob man das filtern sollte oder nicht glaube ich also bei uns kommt nie irgendwas mit Kalk nie irgendwas gar nichts ja und ich finde du schmeckst es schon also wenn wenn du irgendwas im Wasser antriegst denkst du so ey das schmeckt irgendwie nach Eisen oder halt nach Blut oder sowas denkst du alter okay ne trinke ich nicht mehr so was geht's hier noch so aber Nemo du hast dann recht anscheinend sagen es die dieser Leute dann wirklich nicht gerade was da ich sprudel mir das Likesfass mit Sodastream und dann machst du extra das sprudeln ich weiß nicht oh ne Blume ich bin nicht dumm Sodastream ich weiß nicht ich finde es einfach am besten weil es so ähm weil man gerade halt keinem äh diese dummen Blubberblasen hat dass man das gleich trinken kann nach Blut what the fuck äh äh ja Ben oh äh ich jetzt nicht also ich mag Sprudelwasser nicht so deswegen wenn dann kaufe ich mir gleich Coke ja 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 und wegen Blut also ja es schmeckt halt nach Eisen also wenn wenn du irgendwie wenn du schlechte Rohre hast oder so oder wenn das ja also es schmeckt nach Eisen äh oh warte kurz ich habe ein Problem oh no wow oh nice habe ich noch was ja oh nice äh warte ich musste ein bisschen die Chat nachher besser vorlesen aber Filtermaschine ich spudel das mit Ding ja Ben ich höre ich ja Saskia Mineralwasser ja das stinkt Nemo immer nur das immer diese grünen Flaschen äh Kranemasser ist aus der Pfalz ja ja glaube ich auch dann ja meine Frau dachte mal ich gefremd gehe mit Saskia im Bett lag ich glaube war wieder gut ich komme aus dem Norden ich musste deswegen auch googeln guck ihr müsst auch googeln soll das mit dem Eisen spitzes Glas rückt nach Blut warum auch immer Jonas ist geil Sprudelwasser Saskia ist das Beste die Medikamente wie Pille für Frau werden von allen Klärwerken nicht gefiltert heißt nicht so gut leitungsweise ohne Filter ist auch schwerer ihr nehmt einfach Coke Malte nimmt einfach Coke in das Keller geht es dir gut Coke ist overrated Read Ben True so bis dann bis denn Leute macht den lauter Manuel ciao mein bester ciao Manuel cool dass du wieder hier warst ähm schlaf gut auf jeden Fall beziehungsweise das nächste Mal ähm wenn es wieder heißt ähm Epic auch gut mit den Legenden und schlaf gut ciao so gerade unendlich Wasserhack gefunden spitzes Glas essen und dann hat man ewig von diesem nach Eisen schmeckende Wasser Jonas oh man oh oh ich muss gerade kurz überlegen ich glaube ich bin noch einen von denen und dann hoffen wir jetzt wieder Konzentration auf den Run weil der ist echt gut oh ich habe ein bisschen Angst oh oh ich habe mir verloren ich habe schon zu oft das gehabt und ich vergesse immer die Snakes fürs Spiel weil sonst ist es trotzdem zu weak mit dem hier oh jetzt bin ich hier traurig und sonst lass mal kurz rechnen wegen Snakes Prockt hoch ähm Glass Tower bufft nochmal der bufft auch nochmal den Royal Tower ja ja lass laufen kann man vielleicht da Roman ist nicht mehr im Chat schade so der Damage geht nochmal drauf oh je ja man ganz genau ey ich muss sagen ich hatte gar keine Sorgen ich wusste natürlich dass es so ausgehen wird natürlich auch jetzt klar oh let's go haben wir genug Gold let's go ok oh krass wie das aussieht ok was macht ihr hoch ich glaube die Princess dann ist die nächste 100 Level hoch mach sie den Butler mehr hoch und die Princess da muss man sich am meisten bam so Chat wieder äh oh mein Gott äh ich sage lieber weil Leitungswasser mit Wasser kochen benutzen dann eher Tee trinken Free Ben Geige Bro hilft denn Bro wie hä also ich dich entmuten achso sag das doch hallo hallo ne Ben ist schon Ben ist zwar hier aber er hat schon länger nicht mehr geredet oh doch hallo hallo so der Run ist es ich fühl den gerade so sehr ich liebe dieses Princess Zeug jetzt kommt wieder der der muss noch irgendwas ok der Butler muss jetzt gleichsam Carrying der Butler muss jetzt richtig draufhauen ähm der beste Tower an sich ich glaube der ist schon gut man hört Ben nicht also Ben zu leise ist ich bin schon auf wenig aber warte ich mach den mal wieder ein bisschen höher bei mir ist er relativ schnell sehr laut muss ich sagen Ben zu laut so jetzt geht der Prinzess hoch und jetzt baut die den gleich hoch die Blume drauf ja Junge bei dem einen Video hallo 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 krass und der Butler wird es auch mal stärker grüne Tropfen wie auf die Attacken grüne Tropfen nee das ist das Gift vom Snake Tower und der redet du wirst dir angeriss von der Seite Lukas was ist das? ich hab dich lieb Lukas nemo ich hab dich auch lieb naaa ja das war jetzt irgendwie voll cringe umgegangen ich bin ein wenig nervös sie hat das irgendwie sie hat das gut gemacht du hast irgendwie einfach so wie Beste wieder aber Nemo ich hab dich mehr lieb tatsächlich Kappa hat gleich der Snack Tower nicht der Snack Tower so spielst du Prinzess weil der macht die gleich gleich mehr oder mach Brust du dir mehr hoch ja schon was Kappa hat dich gefickt Kappa Snack Tower oh mein Gott ja nicht Snack Tower filmt Snack Tower aus Versehen ähm ab jetzt alle die Snack Tower jetzt einmal einmal ein D-Abo ich wollte nur Beste imitieren ja ich hab's ernst gemeint äh lustig das nennt sich Backstab man ich hab einen Freund der isst Leon und der mich Bienen ja das sind Flashbacks für Montag Alter was haben wir schon alles erlebt hier was passiert hier es gefühlt sich wie in so einer Reality Show beste beste ist auch gut ich hab auch eine Schule oh du armer mein Ball hat denn alle die Schule Vino wie alt bist du Vino schluck auf oh wir wollen unbedingt stay with to heaven man da haben wir drauf oh ey das sieht so schön aus sag ehrlich mal holy shit was ist das denn wie toll wie die wunderschöne oh wir hätten wirklich dann mit uns schminkt krass was hast du ein Ding ach stay with heaven meinst du so äh ja nicht ladder nicht ladder tower spiel keinen ladder tower einfach den ladder tower ja oh bitte bitte gleich stay with heaven ja ich glaub die wirst du nicht mehr das lohnt sich nicht Lukas ja wollen wir zusammen mal ein Co-op Story Game spielen ähm oh ich hätt den lest das gleich auf Little Company lass mal zusammen spielen Digga das ist doch kein Co-op Story Modus was lauers denn du denn mich was ist das Digga das ist ein ist das nicht so ein Online Game stumm ja ja aber trotzdem Horror Horror Story Modus oh Junus redet mal was hä warte mal ist das ein Story Modus nein nein das ist keine Story der Wunschotter ich fass es nicht nein ich fass es nicht ich hab den voll vergessen Scheibenkleister stimmt das ist ja der größte Anti gegen unsere Taktik du hast doch gewonnen was laberst du denn nein wir haben verloren gerade Digga ja und stopp stopp ich brauch kurz ein Ding wir wollen noch ein Carry gleich was spielen wir ok wir wollen jetzt noch einen zweiten Carry was spielen wir einen zweiten Carry äh was ein Co-op Game ist was ich mir gezockt hab ist A Way Out das sind einfach zwei Charaktere die also fand ich ganz cool ja das war geil dauert auch nicht so lang hast du auch hast du auch ähm wie heißt It Takes Two gespielt? ok ich jetzt achso nee hab ich nicht gespielt ok warte A Way Out wen habt ihr gespielt wenn ihr es gezockt habt welchen Charakter? äh es gab ja nur die zwei aber ich weiß nicht mehr welchen von beiden ehrlich Leo war der mit der langen fetten mit der Nase und Vincent war der Digga Leo erstens also ich will ja nicht spoilern aber ich hab einen von beiden gespielt alles klar Digga äh nein ich kann dir nicht sagen was sie für Eigenschaften haben ja alter Values lass machen ich hab kein Clash neuer ich hatte es früher ähm lass 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 neun Account machen und neun Trophäenpush machen ähm ja ich hab ich hab ich hab It Takes Two auch gespielt und ich sag ehrlich ich war also ich hab mit einer Freundin gespielt und sie hat halt das Mädel genommen aber ich fand ich fand die Frau einfach cooler Digga Digga ich war also von den Abilities nicht schon wieder von den Abilities war der Typ cooler fand ich von den Abilities fand ich den Typ cooler aber ähm aber Digga mich hat das Movement von dem getriggert der war so fett das hat mich getriggert ich hatte immer das Gefühl dass sie schneller ist als ich das hat mich so genervt und ich find auch dass ähm boah es gab so paar es gab so paar Missionen die waren einfach Trigger ok warte wer wer kennt die Mission mit dem Flugzeug wer kennt die Mission mit dem Flugzeug boah Digga die relativ am Anfang ist und Way Out waren äh ich mein ähm Tech School war ein richtig geiles Game weil man einfach so viel Abwechslung hatte in dem Game das war schon krass wirklich das Game war richtig geil besonders zu zweit das war witziges fuck Spaß macht ja Digga da haben wir so gestruggelt mein Movement war zu schlecht nein kennst du das nein 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 Nemo kennst du das kennst du das mit dem von dem Eichhörnchenbau von dem Eichhörnchenbau meine ich wo du wegfliegen musstest mit so ähm ähm oh wie heißt nochmal diese Flugzeuge die so ein Antrieb nicht so ein Antrieb sondern so ein Lukas wer ist denn diese Flugzeuge was welche halt die so ein Propeller haben vorne Propellerflugzeuge ach neja komm Propellerflugzeuge Leute also man kann sagen ich troll aber der Typ ist wirklich ein Spaß okay ah das ist die Paragie man ich hab vergessen google mal Motorflugzeug ey habt ihr gute Tipps habt ihr gute Tipps im Chat für gute Games an sich lol halt aber das geht ruhig jo ich hab nämlich ein paar Games die ich mir auf jeden Fall holen wollte aber ähm ich weiß auch nicht man ich hab so zum Beispiel das Gefühl dass God of War ein ziemlich krasses Game sein soll ich feier's allgemein und Pelworld wollte ich auch spielen ja Epic Autotowers hab ich ja ne Solo auch Solo geht auch das ist echt das Problem ne immer wenn man einen Tower spielt der stark ist kommt der One-Shot halt zu einer hohen prozentigen Wahrscheinlichkeit auch bei dem Tower dann ne das Problem ist dass du dass wir vorne keinen starken haben der dich aufhält und deine One-Shot tankt das ist glaube ich das Problem dass immer alle bei dem hier dann ankommen am Ende und dann halt übel schwer ist und ich vermute auch dass der Knight oder der Frosch nicht so stark werden dass sie später die Mobs tanken können ja wahrscheinlich nicht aber ich dachte vielleicht machen die alle so ein bisschen Schaden und ich würde es auch eigentlich mal ein bisschen spielen es gibt wenige Sachen in dem Spiel die so relativ schnell die du so einbauen kannst einfach so weißt du das sind immer so man muss so Kombinationen spielen weil sonst jetzt weißt du da könnt ihr jetzt gar nicht so viel machen um hier durchzukommen ja kurz eine ehrliche Meinung zu zu God of War habt ihr mal gespielt äh ne samsauzik hab ich auch mal äh gut schon gehört davon Lukas hast du Palworld gespielt oder sowas äh ne Digga das da auch das das fände ich voll geil also ich weiß nicht ob das geht aber wenn man mit so Freunden das zocken kann fände ich übel wild oh ich glaube die Runde haben wir auch verloren Alter ist das so miesig vergess das mal ok nice One-Shotter jetzt den machen die anderen oder ja oh wenn jetzt ein One-Shotter kommt kein One-Shotter alles gut ah was steht der ja alles halt da muss immer auch echt man kann nie einen Carry spielen der ist schon krass äh vielleicht Ben kurz zu deiner Frage also ich hab auch Bock auf Perlworld oder Entschrouded gehabt weil die beiden Spiele wurden ja ziemlich gehypt hab's dann aber nicht gespielt ähm kommt aber vielleicht noch und dann ist natürlich Koop ziemlich nice weil du kannst ja mit 5, 6 Leuten ja ja das musst du nur am Anfang einstellen ähm dass du eben dann mit mehreren spielen kannst ist das so wie Minecraft so man kann sich eine Welt bauen und dann in der Welt halt spielen mehrere Welten zum Schritt ähm also Perlworld geht eher in die Richtung dass du ähm so wie bei Ark also dir eine Base baust wo du auch Sachen craften und bauen kannst und du in der Welt rumläufst und dann halt Perls also in Anführungszeichen Pokémon fängst und die leveln kannst und die arbeiten dann in der Base für dich ach so hört sich jetzt ziemlich lame an sieht aber ziemlich nice aus ja ja boah ich weiß nicht ich glaube so Banger so ein wirkliches also ich glaube so das beste Spiel was ich gespielt habe das auf jeden Fall so ein Banger was ich gespielt habe war ich war ein ziemlicher PS3 Junkie also ich hab wirklich geisteskrank PS3 gezockt und ich weiß nicht ob ihr ja Assassin's Creed ist sowieso krank gut ich spiel gerade Assassin's Creed Origins ich bin jetzt fertig komm jetzt spielen aber ich weiß nicht ob ihr das fühlt aber wer eine PS3 hatte ich war richtig ähm Lego-Spiele suchten hab ich auch schon beim letzten System gesagt aber und ACs Digga die ersten ACs waren ja so krank was ist NH meinst du BH Brotherhood oder was ist NH oh das ist Animal Crossing New Horizons Achso Blackfax war auch krass ich fand okay ja nein nein es ist Assassin's Creed aber ich weiß nicht welches die neuen Assassin's Creed die ficken so hart ne die destroyen die ganze Community Digga kein Schwanz will die neuen ACs spielen die haben ja Mirage wollten die ja eigentlich wieder auf so ein altes AC bringen mäßig die haben ja auch wieder mehr Stealth und so ein Shit reingebaut weil ja weil Halla übelster Shit war also by the way können wir drüber reden dieser der die permanent runter macht ne guck dich die Leben an die wurden zu ich hab's gar gesehen von 350 das ist so oh ne jetzt kommt der oh nein und jetzt stecken die blauen aber das ist prozentual ja nur was ich mal will beim nächsten dem hier mach ich die die hinten hier weg ah ne der macht Gold ne Alter da ist voll viel Gold aber ich fand ich find zum Beispiel ich spiel grad AC Origins und Origins ist einfach also ich find einfach erstens Ägypten richtig geil also ich mag so diese ganze Ähm Ägypten war schon ziemlich wild und ich find einfach Origins auch einfach guck mal geiler als ja als so Odyssey oder so nach Origins gab's fand ich keine guten Spiele mehr Origins war eigentlich noch ein ziemlich krasses oder gutes Game nicht so gut wie die alten AC-Teile aber naja geht das jetzt relativ schwach bei mir relativ schwach sind glaube ich noch noch geht's ja ja wir sind grad so das sieht man gleich aber wir hängen so am Seidern entfahren es ist wirklich so es hängt eigentlich alles am Royal Tower und der wird halt gewandt schadet mit diesen einen Typen also wenn der dann halt kommt haben wir immer einfach verloren automatisch aber mich wurde halt stark wir sind Runde 27 also ich dachte am Anfang dachte ich mir das wird ein richtig guter Run und dann dachte ich mir aha wir haben nichts was so richtig skaliert ne wir hatten ja der Gruppe ist so stark ne dieses mit der Permanent ist so stark früher AC war so anders das ist ja früher frühere Assassin's Creed waren ja so oh die kommen jetzt schon guck mal ich fand die früheren ACs auch nicht so langsam die waren halt nicht unbedingt so viel geiler ich fand die waren zwar einfach die waren einfach anders aber die hatten halt die hatten halt mehr AC-Feeling oh nein die ganzen neuen Games die sind so oh mein Gott wir fehlen uns gut luck die sind die ganzen neuen Games die sind einfach nicht spannend alter wichtig oh mein Gott okay so ich werde mal noch ein Level hoch oh ich bin so dumm alter bin ich alter crazy play von mir die gibt es nicht alle nur komisch die XP warum geht die XP nur so komisch hoch alter wie komisch so jetzt machen wir noch ein bisschen wahrscheinlich weil sie im Max Level sind ja aber das Ding warum geht er nicht trotzdem weißt du trotzdem 6,7,5 und der Tower nervt mich hier der ist weg aber der der wurde der wurde vom permanenten jetzt entfernt das ist ein bisschen schwierig jetzt ja Tekken ich hab Street Fighter auf PS3 gespielt Street Fighter war so du könntest vielleicht ein Dice Tower ganz hinten hin tun einfach nur weil du viel re-rollst und damit du irgendwas hast was stackt aber er kennt hier noch oh mein Gott er kennt noch Ratchet und Clank oh Ben da muss ich kurz einhaken das ist mein Spiel aus der Kindheit und ich hab immer noch eine PS3 und ich hab alle Spiele außer das was jetzt neu rausgekommen ist auf PC gibt ja Ratchet und Clank war auch einfach insane Dinger diese Waffen holen das war so geil Mann also Digga ich muss ehrlich sagen ich hab so vor Ratchet und Clank hab ich viel früher geguckt aber so richtig Ratchet und Clank hab ich mir geholt so glaube ich Richtung 2020 und da war halt die Grafik vom ersten Teil Digga das war so anstrengend mir das einzuziehen teilweise oh oh Ratchet und Clank jetzt machen wir noch nein oh ich wollte doch unbedingt mein Leben lang immer Tomb Raider spielen das fand ich auch so immer richtig cool aus aber keine Ahnung hol ich jetzt ok warte Leute Leute wer kennt von euch Mittelerde Schatten des Krieges wer kennt das bitte wer kennt das wer hat's gespielt Mittelerde Schatten des Krieges ist so ein geiles Game alter wie alter alle reden im Chat über die Spiele Leute ja Lukas ich muss sagen ich bin richtig lost ich kenne nur die Mainstream Spiele Ey Kappa meinst du meinst du kennst du meinst du mein Spiel oder meinst du Tomb Raider also Mittelerde meinst du Leute ich schwöre also wer es noch nicht gemacht hat Digga Mittelerde ist so insane also kein Scheiß nach dem Story Modus du bist trotzdem süchtig nach dem Scheiß Game weil du also es geht darum an alle Leute die es nicht kennen Mittelerde besteht daraus dass du dir einfach so eine also das spielt in der Welt von Herr der Ringe an so ein Chat so ein Junge also ich schwöre Leute spielt das Spiel weil du hast so geile du kannst dir es gibt so Hauptmänner also so Uruks du kannst dir so eine Hauptmännerarmee machen jeder deiner Uruks ist fucking wichtig und du findest du liebst jeden von denen ich hab so das Spiel gegrindet nein ich weiß das ja ja natürlich kenn ich auch die Triologie aber Digga ich schwöre also wirklich wer es noch nicht gemacht hat holt euch das Game das ist fucking insane also wirklich das macht so Spaß nach dem Story Modus hab ich das Spiel trotzdem gottlos viel gespielt das ist so lustig einfach weiß ich warum ich finde den Ritterbild einfach den besten Bild er macht so viel Spaß er bringt mir so viel Freude innerlich ey Lukas was waren so deine Kindergames was du so gespielt hast ich hab viel auf dem du hast so ein Pokémon ne ja ich hab viel Advanced äh Gameboy Advanced gespielt alter geil das war ehrlich so geil ich hab den tatsächlich ich hab richtig viele Sachen gefunden ich hab den Gameboy unter dem Sitz gefunden von unserem neuen Auto was geprobt war Digga ich hab's dann so gezuchtet das war so nice hast du okay warte warst du so ein warst du so ein Mario Spieler also so ein Mario auf der also auf dem Nintendo vielleicht noch ein Thief in der Background ja sehr schluss Mario Mario also ich hab halt Mario war geil Mario auch immer geil Mario war sehr also Pokémon war so mein Ding Mario war auch geil und dann halt ich hab viel am Handy gespielt Mario kam ich nie weiter so in diesen es gab ja immer so bis ich glaub die achte Welt da war immer so dann Bowser und dann gab's irgendwie so Overwelten oder so Krasswelten und da hab ich immer so auf die Fresse bekommen ich wollte es da natürlich nicht aber weil Mario ist eigentlich ziemlich easy aber wo ich klein war ich fand das voll voll anstrengend aber dabei ist nicht so wie die oh mein Gott du bist ne oh shit egal ich hab so ne kleine Story woran ich mich grad erinnere ich weiß noch ey ähm ich hab mal Herr der Ringe also Lego Herr der Ringe gespielt ne und dann und da war ich noch so ein kleiner Butchi und dann stand da auf dem stand auf der auf der auf dem 3DS stand dann A gedrückt halten weil wer kennt noch die Szene aus Herr der Ringe dritten Teil wo du gegen die Spinne das Licht erheben musst so gegen Kankra musstest du das Licht erheben und Digga du musst halt in so in diesen ganzen Ligo Spielen halt A gedrückt halten um so das Licht länger zu halten ist ja klar und ich hab das einfach nicht gerafft hab mein Dad ran geholt Digga der musste das erstmal der war halt der ist da schon bald gewesen Digga der hat da der hat da der hat da getriet um sein Leben Alter und ich so oh mein Gott nach einer halben Stunde raff ich das da halten steht Junge das war das ist mir grad einfach so random eingefallen what the fuck nice habt ihr Donkey Kong gespielt? oh ne noch nie tatsächlich aber ich hab's viele und so ich glaub es war auch ein ganz difficultes Spiel oder? ach so ich glaub Donkey Kong war ziemlich schwer ja schönen Abend noch Kappa gute Nacht sag deinem Sören guten ich bin auch ehrlich Digga ja gute Nacht Kappa ja da hast du schon recht Nils Digga ich finde auch man sollte so ziemlich so viele Storygames in den Koop-Modes einfach reinbringen weil weil mit nem Kumpel ein Storygame zu spielen oder mit ner Freundin ist einfach anders lustig das macht so Bock Alter ich mein It Takes Two das hat so viel Spaß gemacht oder Way Out weil du einfach du konntest dich gegenseitig trollen es war einfach alles lustig ne weißt du was ich mein? ja übel ich muss sagen ich war immer so der Online-Spieler aber ja du brauchst so einen Blind-Faktor in dem Game ja ich brauch immer irgendwas wie in Epic-Auto-Towers ja lol ja Sims hab ich nie gespielt richtig weil der wird so reingelackt bei der Way mit der Princess ja das ist so gelackt ey wer ist von euch so ein richtiger Tryhard im Sinne von Elden Ring Dark Souls und so ein Shit ähm ich nicht habt ihr mal gespielt? das Ding ist ich hab ich hab ne Freund also alle meine Freunde aus der Schule das sind alles PC-Spieler ja ähm und äh alle Playstation-Spieler und die haben alle so 100% auf so das sind so richtige diese Platin-Prophäen-Hunter die haben halt wirklich so alles auf äh Platin gespielt ein Kumpel von mir der war so hobbylos der wollte den Goat-Simulator pass auf den Goat-Simulator den Goat-Simulator auf fucking Platin-Trophäe spielen das ist so hobbylos also wirklich weißt du was du da machen musst du musst glaube ich so mit ner Ziege so 100 Meter äh irgendwie so paar tausend Meter ne Berg runterrollen oder so ein Scheiß dafür kriegst du ein Trophäe ja keine Ahnung seid mal ehrlich ist Elden Ring wer also ich hab Elden Ring gezockt ähm ich hab aber davor kein Dark Souls gespielt sondern mir wurde es einfach empfohlen ähm ich finde es ist ein ganz anderer Spieletyp als jetzt irgendwie Online-Games oder MMORPGs oder es ist halt du spielst allein in der Welt ähm die ziemlich schwer ist es ist ein bisschen langsamer und dafür die Fights sehr sehr schwer ähm mir hat's getaugt aber ich glaube es ist typabhängig also wenn du eher Shooter spielst dann werden dir glaube ich Souls-like Spiele nicht so gefallen ich muss auch ehrlich sagen zu Values ich fand also das Ding ist ich find COD ein richtig geiles Game ne also ich mag auch das Beste war ein COD auf Tarnung grinden der das war wirklich der nice Shit aber auf Playstation 3 ich weiß nicht wenn dir so Digga du bist so 10 und spielst Playstation 3 mit einer schlechten Verbindung ich war halt nie gut Digga ich war nie gut in dem Game also wirklich ich war einfach scheiße in COD aber ich fand das Spiel super geil Lieber war ich nicht so gut aber mein mein Kumpel war also mein bester Freund war ziemlich krass Gute Nacht Nils gut 8 gar kein Ding ich mach gleich auch noch den run dann geh ich gleich auch die Outlet so Nemo hat auch 156 in Goat Simulator Nemo wie übt man so lange Goat Simulator nein hat sie nicht was wie macht man das ach so scherze also das ist crazy ich hab so viel wie Gott hat das gespielt und ich bin nicht ansatzweise an ihrem Level jetzt dann Digga ich bin voll überrascht ja safe macht er das ja wir machen am Freitag einen Stream streamst du noch die Tage nochmal oder ist es spontan also ist es spontan also am Freitag ist eine fette Party also wenn wir gucken mal ist es so lustig wenn wir also es ist eine richtige Hausparty nicht lange immer so eine Stunde wir könnten dann an Mats aus PC gehen und von Mats aus streamen das ist ja schon lustig und dann müssen Epic Autotour ein bisschen spielen und dann kommen Dany das wäre lustig aber ich morgen könnte ich vielleicht auch noch streamen ich muss gucken vielleicht noch mit Rupertide ein bisschen absprechen aber ist ehrlich nice ich denke oh Valios ist so einer Digga der der schützt um sein Leben glaube ich Digga zum Beispiel guck mal ich sag euch was ganz ehrlich ne also wer hat von euch mal wirklich Valorant gespielt das hat mich mal einfach interessiert wer hat mal wirklich Valorant auch nur ein bisschen angezockt oder so so auch mal in der Beta getriet das Spiel so ein bisschen zu mögen weil das liebe viele der Chat tobt perfekt weil ich mein so ich glaub Velo ist eigentlich schon ziemlich gutes Spiel nur wenn die Community nicht so arsch wäre also ich sag also Leute ich hab 500 Level in Velo falls ihr das nicht wisst also das sind ich hab fast 1600 Stunden und Euro in dem Game ich bin so ehrlich wären die Teammates einfach normale Menschen würde das Spiel so Spaß machen kann Lukas bestätigen das Spiel macht oder so Spaß finde ich findest du die Leute einfach muten die nerven ja aber das geht schon nicht daran hat mich an irgendwas lese mal den Kommentar von Values das ist lustig ich glaube ich hab in PS3 Zeiten um die 25 Controller zerstört hatte Kiste damit dann voll dann man dann könnte ich das Flito ja das ist das eine Ding bei mir du hast gar nicht graf gelernt du gelesen du hast so langsam gelesen dass du gar nicht graf hast was dir geschrieben ich find's krass wie man wie man wie man Controller zerstören kann das hab ich auch nie geschafft also also ich hab mich immer meinen Controller reingebissen da muss man doch so unendlich wütend sein ey Leute aber ok nein beste Zeit beste Zeit Playstation 3 Minecraft zu 4 2 Controller und du ihr habt so alle vom riesengroßen Fernsehbildschirm gehockt das war meine Goat Zeit also wirklich das hat so Spaß gemacht habt ihr schon mal wegen Gaming was zerstört boah ich glaub ich glaub also ich hab mal ich hab auf jeden Fall mal meinen 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 Stuhl gefickt äh kaputt gemacht alter kaputt gespielt was zerstört hey da kommt ein cooler Boss alter das sieht so nice aus wie hat der so nass gemacht och nein ich will sogar in Star Wars to Heaven bekommen ok ich bin also habt ihr mal was richtig zerstört ich hab noch nie so Bildschirm eingeschlagen oder so das nicht ich bin mehr so der Schreier als der Zerstörer ich schrei immer ja juhu die ist relativ stark glaube ich guck mal nimm mal zu recht der der Playstation 3 Splitscreen in Minecraft der war so gothic aber hast du schon mal höher gespielt sei doch ich mein so E-Sport Qualität ähm also ich hab früher also das erste als ich war bei Pixel gar nicht weiß nicht ob ihr das kennt mit Pixel war ich gleich mal top also ich war gleich mal oh das ist eine lustige Story es gab so ein Turnier es war das oberste Turnier von dem obersten Rank und ich wäre der Erster geworden aber ich durfte nicht mehr zocken und dann ist das Internet ausgegangen bei mir und dann wurde ich nicht Erster sondern Zweiter so ein bisschen belastend weißt du wo du auch Top Qualitäts Spitzenreiter bist wo beim Anzeigen Hauptmeister der hat gerade den ersten Platz kennst du den ja ich war aber noch was ist deine Meinung zur Anzeigen Hauptmeister wenn ich fragen darf also gleich ich spiele sonst nur Ballerant aber nicht so gut ich bin ein bisschen also ich bin schon im besseren Lukas ist noch mal richtig gut im Velo aber leider noch nicht aber ich finde so E-Sports übel geil deswegen weil man hat so ein Team man kann sich so absprechen man kann so Taktiken machen und das bockt halt auch ich bin auch in Sport liebe ich ich liebe auch so eigentlich alle Sport also ich liebe Sport generell wo man einfach es macht so nice mit so Taktiken und dann bist du einfach besser als Leute so nice das macht so Spaß oh ich liebe ich finde so Taktiken sind so nice das ist auch alles geil ne ich sag dir ich sag dir wenn ich ich hätte Fußball was ist das denn er hat jetzt Fußball professionell gespielt der hat mir gerade 100 Leben einfach weggenommen ich hätte Fußball wahrscheinlich auf jeden Fall ich hätte auch Fußball auf jeden Fall spielen können weil ja ja obwohl es ist lauter mäßig ja bestimmt also ich bin in allem Sport ich war immer in allem der beste was denn du gerade für Sport in Schule ne ich mach gar nichts mehr ich hab Fußball aufgehört weil die Team jetzt waren alles so komisch Baseball Baseball hat man nach vorne gesehen oder ja genau Baseballspieler Football Junge Venios kein Wunder wirklich Anzeigenhauptmeister ist auch ein scheiß Opfer zu mir ehrlich ich meine er macht gute Sachen aber Digga stellt euch mal vor das wäre mein scheiß Nachbar ich würde den so zusammenschlagen ich würde den wirklich also ich würde den ich würde den so keinen Respekt geben ich würde den so zusammenschlagen einfach was ist das denn der hat wirklich kein keine Arme im Leben das ist jetzt so komisch guck dir diese Mücke an die hat glaube ich keine Leben mehr jetzt aber jetzt schlägt die da noch weil die permanent entfernt wurden aber hä man könnte auch so stecken was hat er wieder Leben ich weiß nicht was warte ja ich weiß nicht man noch eine Delay hast du eigentlich drin Lukas ich hab nee ich sollte 5 Sekunden drin haben eigentlich warum schreibt kein Schwanz was äh Entschuldigung kein Mensch was äh vielleicht bei dieser Pärie dass du dann wissen die nicht mehr was die was die antworten sollen nein Valios hat auf einer Anzeigen Hauptmeister ganz versetzt das ist der Goat ja es ist ja auch schon ein Viertel nach eins und ich vermute dass auch ein paar Leute eingepennt sind wahrscheinlich das ist der Goat das ist der Goat bei unserem komischen Talk kann keiner einschlafen das ist nicht möglich boah ich bin dumm ich bin froh äh Frage war gerade wie lange wir noch spielen äh wie lange geht es hier noch ich denke dieser Run noch ich brauche diesen Run noch drin dann gehe ich ruhig lang zum Opline hä warum haben wir den Job während der Runde ey können wir nicht können wir nicht kannst du mit mir das Spiel spielen oder was kannst du mit mir das Spiel spielen das geht ja kann man das im Koop spielen du Keks nee 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 leider nicht warte kurz ich wusste gar nicht können wir bitte können wir irgendein Game zusammen spielen was wir dann in Streamer Action unterhalten ähm Sido du sollst mal was cooles sagen was cooles okay warte kurz warte kurz warte ich Sido ich mach wieder kurz kurz Vollcam Sido ähm oh Fullcam wo ist denn das die Fullcam Digger das ist krank ich würde sagen äh warte 90% ich hab's wirklich mal gesehen 90% aller Sorgen sind unberechtigt 90% wenn ich euch das vorstellt wie man so wie viel Sorgen man sich im Leben macht dann ist das eigentlich richtig unnötig wie viel Sorgen man sich macht und 99% ist es so viel und man macht sich durch diese 90% das Leben so schwer manchmal und einfach mal dass man lernen muss man muss das echt lernen weil man kann ja nicht sagen okay es interessiert mich nicht aber dass man manchmal lernen sollte einfach sich weniger Sorgen zu machen ja das sagt der der fast um einen Punkt sein Abi nicht geschafft hat okay das ist jetzt eine andere Story die Story kann ich eigentlich erzählen eine gute Überleitung und seit zwei Tagen fünf Stunden lang in diesem Spiel ist okay das die Sorge kann ich gut erzählen einfach keine Sorgen und zwar mein Abi war wunderschön ich hab gesagt was cooles der hat gesagt sag was cooles ey das war doch cool sag ich was cooles sagen was cooles ey soll ich mal wirklich was cooles sagen nemo bin ich geprankt ich bin geprankt nemo soll ich was cooles sagen ja sag einfach die ganze Zeit ewig bis hier ähm pass auf wenn du warte äh Lukas hat zwei verschieden große Hoden war das nicht cool warte wo woher weißt du das wer weiß wie stark der jetzt schon ist Alter diese Leben ne dieser permanente Typ ist so strong gegen ein normales Bild ist der Nummer mit dem Leben so unfassbar unfair aber an sich ist so strong ach guck mal wie viel Schaden die macht die Prinzess macht 123 Schaden geil oh jetzt gewollt er nicht dingsten ist egal nächste Runde normal ich würde gerne den Schaden sehen von der Mücke äh äh hä ich bin so verwirrt wollen wir mal gucken ob ich auf meinen ApoRed Kommentar schon einen Like bekommen hab als hab ich dann noch keinen Like bekommen aber das kann das ist doch nicht möglich der wahre Red Alter jetzt machen ich den hier soll ich mich selbst soll ich meinen Kommentar selbst liken oder wie ist das kommt nicht so cool würde ich nicht machen ne hab ich auch schon machen ey was meinst du das ist übelgeil respektier den den Kommentar selbst liken das sieht ja sowieso niemand ja das hab ich früher immer gemacht ja ne früher hab ich auch alle andere Videos anguckt womit oute ich mich womit ich glaub mit dem zwei roten mit den roten als Selbstliker alter dieser Bild ist so schön guck mal hier wird schon noch einen man könnte schon noch einen Ritter und hier noch anderen Prinzess aber Leute guck mal findet ihr wirklich dass ich so bin ich so arrogant ich weiß nicht ich bin halt einfach jemand der kein shit talkt aber ich bin so jemand der halt einfach meine Meinung ich sag halt meine Meinung ne und ich denk ich bin ein cooler Mensch ja du bist ein cooler Mensch danke dir Bro guck mal würdet ihr lieber mit mir chillen oder mit jemandem mit jemandem der einfach ganz schüchtern ist und gar nicht redet so jemand wie ich warte der Boss kommt jetzt ne ähm egal wir gehen rein wenn wir den nicht schaffen schaffen wir den nicht oh warte der wird die 3000 Leben ne oh no wir haben die Mücke nicht diesmal oh nein die begründet es letztes Mal aber das ist das ist echt ein doofer Bug mit der Mücke ach Gott nein das kann nicht sein das kann nicht sein oh bloß wegen der Mücke oh was war das denn ich bin nur mit Lukas schön ja weil ich cool bin ähm vielen Dank an alle die hier waren ich glaub die machen die das Schluss ähm ja passt gut ja ich hoffe ihr habt ein bisschen äh Freude gehabt auch an Ben da zeige ich die ich hoffe ihr habt keine Albträume von ihm und ähm und ähm noch was cooles zum Ende okay warte kurz Nemo okay jetzt kann ich Heiratsantrag schon mal doch doch so und jetzt äh viel Spaß schlaf gut bis morgen also bis die Tage und Nemo was war das für ein Aussage